Wir haben heute einige Kicker eingebaut und die sind auch daran zu erkennen, dass überall diese Pitchflex stehen und genau dort gibt es für die Rider Möglichkeiten ihre Tricks zu zeigen. Auf was müssen die Rider Acht geben? Natürlich, no gates, no time, no worries heißt sie im Freeride. Insgesamt fünf Kriterien bewerten die Judges. Das ist einerseits die E-Mail-Wahl. Anika, das schaut aus. Start von 1 bis 10 bei dir. Planen Sie die Flüssigkeit, wie schnell sie sich bewegt. Wie flüssig klingeln Sie den Run hier, wie man gehört hat, roter und natürlich auch ganz, ganz flüssig. Vor allem für die Runde, so wie heute, relativ viele Radier und alle von den Schweizer Konten lassen Sie die Kontrolle und die Zettel. Dann sind unsere Küche und die Judges beachtet werden. Und wir erwarten noch kurz, bis dann auch eine offizielle Staatsricht hier ertönt. So viel zu näher in der Jubiläum der Open Fest ist. Jetzt müssen Sie auch knuten, solange es nicht klappt. OhMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMa Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 First of all, Alpbach is the most beautiful town in Austria. It has a population of about 2,500 people and nearly as many cats. It is known for its authentic wooden buildings and also as an excellent venue for a riders' meeting. The contest phase, the Wiedersberger Horn, offers diverse terrain and is packed with man-made kickers, which is unique in the Freeride World Qualifier Series. Locals love to do backflips on them. The phase is easy to ride and the best opportunity for rookies to start their freeride career. Some of them succeed, some fail. But either way, there is always a great party at the public area for competitors, spectators and even ZEP. So tune in on OpenMindersFaces.com or join me at the public area. There is also a huge variety of opportunities that will be increased, where you just need to jump in. There is also a huge variety of opportunities that will be increased, where you just need to jump in. im Fest stehen. Genau, hier sehen wir schon unseren ersten Forerunner im Fest. Wir fangen heute mit dem Junior-Event an und der Luis Ella mit seinen 13 Jahren ist jetzt der Erste, der hier unterwegs ist. Der wollte eigentlich beim Event mitfahren, hat aber, weil er als 13 ist, natürlich nur als Forerunner mitfahren dürfen. Jetzt werfen wir einen Blick auf die Startliste, während der Luis hier unterwegs ist. Ist ja ganz wichtig, so ein Vorläufer, damit die Chachos ein Gefühl kriegen für Schnee, Qualität und für die Steilheit etc. So, es geht heute los mit dem Patrick Lenart aus Deutschland, dann der Simon Wiedauer, der trainiert beim Stefan Häusler am Alberg, aus Kanada Mika Rolshöf und dann ein ganzer Packung Österreicher, Rafi Fritz, Jermüller, Nico Traxl, Paul Anton Falk, Dani Winkler, Laurin Falkensteiner. Die ganze österreichische Junior-Elite ist hier wirklich am Start und kämpft. Auch der Jonas Wolfram dabei, Jonathan Trentini aus Innsbruck, Jakob Herowitsch, Tobi Wallner, Simon Kutschka, Lukas Schweiger, Abel Botthofen aus den Niederlanden, und dann noch der Valentin Thurnbücher Bremen. Wir sehen ja auch, das fällt etwas weniger international als bei den zwei, drei und vier Stein Qualifiern, wo es schon in Richtung World Tour Qualifikation geht. Aber wie gesagt, das ist ein Proving Ground für die Juniors und die sind ja best aufgehoben auf den Wiedersberger Horn. Ja, Manu, was sagen wir zu den Bedingungen heute? Wir sind ja schon hierher gefahren zu unserem Moderationstruck, ein bisschen durch den Tiefschnee. Wie schaut es aus am Berg? Ja, erstaunlich gut. Also ich habe eigentlich gedacht, dass der Schnee wesentlich mehr von der Sonne angebissen worden wäre. Aber es ist super weich, perfekt. Ich glaube, wir werden da wahnsinnig gute Runs sehen und ja, ich freue mich. Der erste Rider wird jetzt da gerade steht im Start geht und ist wahrscheinlich schon sehr aufgeregt, oder? Wie war das bei dir immer, Flo? Ja, voll aufgeregt. Diese letzten Sekunden vorm Start, die sind beim Friat-Event ein ganz besonderes, weil man ja nicht wie beim Albinski-Rennen so einen Kurs durchrutschen kann und jedes einzelne Tor sich genau überlegt, in welchem Winkel man anfährt, sondern man muss sich mit dem Fernglas von unten oder von der Seite oder mit Videos von vorherigen Jahren das anschauen, damit man weiß, wie hoch kann man springen, in welchem Winkel nimmt man die Absprünge etc. Und da ist man schon sehr aufgeregt wegen diesem Unsicherheitsfaktor. Genau, und zum Training der Juniors gehört natürlich auch, dass sie diese Visual Inspection lernen, weil das eben dieser wesentliche Teil vom Freeriden ist. Und wir gehen jetzt ganz gleich über unser erster Starter ins Face-Drop ein. Genau. Da oben steht schon der Patrick Lenert. Neben ihm die Annika, unsere gute Seele, die seit zehn Jahren bei den Open Facing Contests durchgehend die Starterin ist. Die ist also in Summe schon sicher knapp an die 100 Mal, auch bei minus 20 Grad und Sturm dort oben gestanden den ganzen Tag und hat die Starter abgelassen. Und ich spreche die Starterin auch offenbar gut zu, wenn sie sehr nervös sind. Sehr fein, so professionell damit oben zu haben. Und es geht los. Der Freer World Junior-Event, Alpbach-Tal-Zweistern ist eröffnet. Bitt Patrick Lehner aus Deutschland. Wow, der lässt nichts anbrennen. Bergler mit unglaublich viel Schwung über den ersten Felsen. Allerdings hat er dann einen leichten Highsider gemacht, oder? Ein bisschen hinten eingedruckt und dann einen Flatspin 360, allerdings mit Schneekontakt. Flatspin 360 nicht gewollt, wird als voller Sturz gewertet. Genau, die Judging-Kategorien werden wir nachher nochmal besprechen. Wichtig ist, das kann man gleich sagen, die Runs müssen von oben bis unten sauber sein. In unserer Sprache heißt es dann clean. Das heißt, die Hände sollten am besten den Schnee nicht berühren und der Hintern oder der Rücken schon gar nicht. Sonst gibt es Abzüge von den Punktrichtern. Das heißt, von oben bis unten bitte auf den Schieren stehen und keine Stürze bauen und sich auch nicht nach hinten legen bei den Landungen. Und der Patrick Lehner hat jetzt einen Shifty, einen 360 und einen zweiten 360 gezeigt, wobei eine Landung sauber war und jetzt hat er da wieder ein ganz kleines Control-Issue gehabt. Das werden die Judges registrieren und es gibt dann eben diese Abzugspunkte. Aber auch gut am Ski stehen tut er auf jeden Fall. Also ja, und noch ein 360 zur linken Seite dieses Mal. Wahnsinnig gut. Viel Speed nimmt er da mit. Man sieht, es ist relativ windig, was man natürlich dann in der Luft beachten muss. Ja, nicht einfach die Bedingungen heute. Der Föhnfestour ist zwar relativ warm, aber windig und wir haben so eine graue Wolkenschicht über dem Widersberger Horn, die natürlich jetzt nicht die optimalen Sichtverhältnisse macht. Und da werde ich ganz zufrieden sein. Der Patrick letztes Jahr war er ja hier Zweiter mit dem Fehlobenteil. Wird sich das wahrscheinlich nicht ausgehen für den zweiten Platz heuer. Aber wir haben kaum Zeit zum nachdenken, weil es ist schon die Tabea Trop im Starttor. Da dürfte Schnee oben ein bisschen pissig sein, weil der hat jetzt leider den Ski gefangen und über die Kante abgeworfen. Aber mir gefällt das. Man sieht schon bei den ersten zwei Riders, die fahren wie in Kitzbühel. Die Abfahrer auf der Streif aus dem Start geht aus mit 100 Prozent. Da gibt es kein langes Herantasten, sondern sofort Vollgas. Genau, das ist auch wichtig, weil man will von Anfang an den Judges wirklich zeigen, was man kann. Und da jetzt nicht einfach mit Druck und schön und mit Power fahren. Das ist besonders für den Technical Score und für die Fluidity dann total wichtig. Genau. Und wie du gesagt hast, wir haben ja grundsätzlich echt gute Bedingungen. Es waren fast schon vereinzelte Spuren im Contest-Face drinnen. Aber grundsätzlich haben wir dadurch, dass das Wiedersberger Horn diesen Hang nach Osten zeigt, hier nur am Vormittagssonne. Und seit dem letzten Schneefall vor gut einer Woche hat sich der Schnee sehr gut konserviert. Und selbst wenn wir heute Stürze sehen werden, können wir davon ausgehen, dass die Fahrer in weichen Schnee fallen. Genau. Und die Tabea zeigt uns das sehr schön. Es hat zwei kleinere Sprünge bis jetzt gehabt und sehr flüssiges Fahren. Gerade im oberen Bereich, jetzt im unteren Bereich ist es etwas wie das Berger Horn. Es ist halt doch sehr lange. Das spürt man in die Oberschenkel. Genau. Und wir haben hier fünf verschiedene Judging-Kategorien. Eine davon ist auch die Technik. Die wird bei den Juniors besonders bewertet. Also da wird schon nachgeschaut, wie die auf den Ski stehen. Es geht jetzt nicht unbedingt nur um die verrücktesten oder spektakulärsten Moves oder Sprünge, sondern auch die Skitechnik wird hier bewertet. Und wenn dann die Beine natürlich nach 350 Höhenmetern oder 550 Meter Hanglingen etwas müde werden, schauen die Judges dann ganz genau, ob die Technik noch stimmt, ob der Dolce immer noch der Chef ist. Ja, ich meine, die Bewertungskriterien sind ja, also im Charging-Bereich, judgen wir nicht jetzt, ob die Skitechnik korrekt ist, aber ob der Rider technisch Klingien fährt im Sinne von keine Kontrollprobleme hat. Weil es kann nämlich jeder Style gewinnen, also auch wenn Personen so total Freestyle-Background haben und die Turns ganz anders anfahren oder aus dem Buckelpisten fahren kommen. Ja, aber hier haben wir schon unseren nächsten Starter, den Simon Wiedauer aus Österreich. Simon Wiedauer aus dem Tiroler Oberland, trainiert mit der Stefan Häusle, Friakur im Arlbergstart mit einem mächtigen Sprung und der war heuer schon fünfter bei der NTC, nein dritter war er bei der NTC Youngster Challenge 2023 am Labelhof in Oberstdorf. Das heißt, er hat schon am Podium bekatzt bei den Juniors und wenn er so weiterfährt, dann schaut es sich eigentlich schlecht aus für ihn. Genau, und die Wahl der Linie ist ja ganz wichtig, wir haben ja sogenannte fast mandatory Cliffs, das heißt, es gibt oben unter dem Start zwei Felsbänder, die die Fahrt natürlich nie auslassen dürfen. Oh, jetzt überdreht er leider bei einem 360er einen Drehsprung nach links und verliert eine Ski und dann gibt es einen No-Score. Genau, No-Score, die werden seit heuer allerdings auch gereiht, weil manchmal gibt es so viele Rider, die ihre Ski verlieren, also ab dem Punkt, wo man praktisch ein mandatory Equipment im Face sich vom Körper löst, dann kriegt man einen No-Score, aber die werden auch trotzdem noch bewertet, weil es gibt natürlich No-Scores, die ganz wenig Punkte erreichen oder No-Scores, die besser sind und das kann dann durchaus wichtig sein für die Startplätze für die nächste Saison. Ja, man sieht jetzt Nervosität, denn Simon Kenner persönlich, der steht solche Dreier, wie wir sagen, natürlich sonst eigentlich im Traum, aber im Contest ist natürlich alles anders. Schauen wir uns die Wiederholung an. Der erste Cliffs, den steht da ganz souverän, zieht sofort nach rechts zu seinem zweiten. Auch hier, man sieht, er weiß ganz genau, wo er springen muss. Ich glaube, dass halt das Landen von den Sprüngen auch bei den Kickern wirklich spannend sein wird, wegen dem flachen Licht, das wir haben, oder? Das schaut ganz spannend aus halt. Ja, die Bodensicht war heute in der Früh noch sehr gut, aber ist jetzt zunehmend schlechter geworden. Sprich, ja, wir hoffen, dass das halt nicht zu viele Probleme macht. Es ist ein Freiluftsport, Outdoor, wir können es nicht ändern. Genau, wir sehen hier die Zuschauer-Area direkt unter dem großen Rekulbogen bei der Wiedersberger Alm. Hier ist ja super zum Zuschauen, einfach die Fahrer kommen direkt hier runter ins Gelände, das heißt wirklich ein Event zum Angreifen. Und jetzt müssen wir schauen und switchen zu Englisch, weil wir haben unseren ersten Kanadien rider, Mika Rölshofen, und er beginnt in der Unter-16-Kategorie. Wir haben eine bestimmte mix hier heute zwischen den Unter-18 und den Unter-16-Kategorien, weil es speedt die event ein bisschen. Mika Rölshofen ist 15 Jahre alt, einer der sehr Jungen-Kategorien. Ich glaube, wir haben nur einen Mann aus Deutschland, der wird starten später, der ist 14 Jahre alt, aber Mika ist einer der Jungen-Kategorien. Und er war vierte letzte Jahr an der Unter-16-Kategorien im Fieberbrunnen, und er ist definitiv ein contender für den Podium heute. Und was wirklich interessant ist, dass die ganze Rölshofen-Familie, die ganze Rölshofen-Familie ist eine wirkliche Freiluft-Familie. His brother just finished the Junior Freerad World Championships in second place, so a runner-up World Champion in the family Rölshofen already. Ja, und so he definitely has a good training partner right at home, which is super important, because freeriding is definitely a crew sport. You don't want to be out there on your own. It's just so much safer to be a well-trained crew. And now he's out of the starting gate. Ja, Freeriding is a full-on team sport. No one can go out and should venture out freeriding alone. And a pretty aggressive start by Mika. Very clean over the first cliff. Taking his speed all the way over to the left side and setting up for cliff number two, which has a variation in takeoffs. Shutting down his speed. Nice control here. Absolutely maxing out his momentum as he's going to his cut kicker. So we have four kickers in the face with the Scott Kicker being the first one. Going with a good speed towards that next feature of Scott Kicker. There it is. With the left hands. Three. Wow. A little backseat in landing, but manages to stay in his feet. Strong legs by Mika Rölshofen. Does not have to put his hands down to stabilize. And we can tell those tracks in the lower part, they can be quite challenging when the riders go with such enormous amount of speed, just like Mika does right now. Yeah, he's really keeping his speed well. And on an axe kicker. Nice. And yeah, I mean, that's really something. If a rider can actually take the speed from the top to the bottom in a kind of good manner without slowing down too much, because that kind of gives him a lot of fluidity points, which he did in a very good way. So in the finish, very nice. All right. Well, strong strong run by Mika Rölshofen. I'd like to know if on that last kicker, he played it a little easy. Maybe it was a little tired or just wanted to play it safe, because there's definitely a chance to do one more major feature. And this is something we might see done by Rafi Fritz, winner of the Nabelhorn Youngster Challenge in the under 18 Coterie just a few weeks ago. So he's fired up. And he, I'm very proud to know, he's the first rider in his target from our Innsbruck Freeride Academy. Yeah, recently for the juniors, there's more and more training possibilities. It's getting so much better than it used to be. Vor zehn Jahren gab's das noch gar nicht. Und es ist wirklich großartig zu sehen, wie sich da das entwickelt. Und man sieht es auch einfach. Ich meine, er steht super am Ski. Dann kann man verschiedene Sachen trainieren. Vor allem, wow, großer Left-Ski. Leider ein Bompholl-Landing. Also er ist da in der Landung stecken geblieben. Ja, ein Hip-Landing, wie man sagt, auf der Seite. Da war aber ein riesen Bompholl von jemand anderem schon. Trotzdem ein toller Move hier vom Rafi. Am Weg jetzt zum Scott Kicker. Ich bin gespannt, was er da für uns Vorwärter hat. Die Juniors dürfen ja keine Sprünge machen, wo der Kopf unterhalb der Ski ist. Das heißt, es gibt keine Saltos. Weder einfach noch Doppelsalto, weder vorwärts noch rückwärts. Flat Spins sind erlaubt, wo Ski und Kopf sich ungefähr auf gleicher Höhe drehen. Oder halt normale Drehsprünge, 360, 720 oder mehr Grad. Man hat jetzt noch einen super Sprung gemacht und fährt jetzt da mit gutem Speed weiter. Also man sieht das Potenzial auf jeden Fall. Auch hier wieder. Yeah, perfekt. Wahnsinnig schön. Also der zweite und dritte Ehr. Wirklich schön vom Rafi Fritz aus Innsbruck. Beim obersten wird sich natürlich ärgern, dass er genau in diesem Loch gelandet ist, das ein Fahrer vor ihm hinterlassen hat. Trotzdem würde ich sagen, ein solider Run. Es ist ein wahnsinnig solider Run. Und ja, man kann das nicht oft genug betonen, wie gut es einfach ist, wenn man eine Trainingsgruppe hat. Und ja, in Österreich gibt es drei verschiedene Vereine. Mehr wahrscheinlich, von denen wir nicht so genau wissen, aber drei, die wir persönlich kennen. Nämlich von Stefan Häusl am Ahlberg, von uns, von der Freeride Academy in Innsbruck, um Innsbruck herum. Und dann in Kitzbühel gibt es von Hauni und von Bernd Kreinbicher auch eine Trainingsgruppe. Es sind alle Ski, Snowboard, Männer, Frauen. Ab 14 kann man da dabei sein. Oder auch schon früher, ab 10. Cem Müller aus Österreich. Ist einer von denen, der beim Stefan Häusl trainiert. Die nächsten drei Fahrer überhaupt. Startnummer 6, 7 und 8. Alle bei Steff Häusl Trainingsgruppe vom Ski-Club, Sir Anton, unterstützt. Die ja eine der ersten waren, die die Freeride vereinsmäßig unterstützt haben. Super, erstes Cliff, solider Sprung, solides Landing, guter Speed und steuert jetzt da auf das zweite Cliff zu. Macht es sehr schlau, mit nicht zu viel Speed und vermeidet auch eben dieses Bomberol in der Landung. Sehr schön gemacht. Genau. Da hat ihm vielleicht das Steff Häusl hinaufgefunkt, dass er eben ein bisschen seine Winkel anpassen soll, weil da ist wirklich ein Riesenloch von einer Landung unter diesem Felsen. Und das ist ja genau die Aufgabe vom Coach, dass er auch die veränderten Bedingungen während einem Run hinaufhunk. Schwierig ist auch für die Fahrer, die müssen das auch umsetzen können. Weil wenn dir einer von unten sagt, über den ersten Felsen musst du jetzt einfach mit 10 Grad mehr nach links oder rechts springen, ist das natürlich nicht leicht dann auch für den Fahrer in dem Vorstand zuständig nervös und dann auch aufzunehmen und den Run entsprechend anzupassen. Genau. Wir haben jetzt nochmal zwei Dreier gesehen, wovon einer wieder nicht so ganz perfekt war, aber superschönes Skifahren. Ja, das erste Cliff, was er jetzt so sauber vorhin gemacht hat, ist echt nicht so leicht, weil man auch sehr viel Speed mitbringen muss, damit man überhaupt in die Landung kommt, also in die Transition und noch ein sehr schöner, gut gepoppter Straight Air. Ich vermute, dass der letzte Kicker da unten, der Scott, na, wie heißt der, Manu? Wir haben einen Mons-Kicker, den ersten Scott-Kicker und der links ist, glaube ich, der Hydro-Kicker. Ah, der Hydro-Kicker, genau. Der scheint sehr nach oben zu kicken. Wenn wir gesehen haben, dass sie da alle eher vorsichtig fahren, das ist vielleicht eher dann ein Backflip-Kicker für die Erwachsenen, die ja als Nächste dann ankommen. Gratuliere, Jem, es geht weiter mit Nico Traxl. 17 Jahre jung, auch schon Sechster beim Nebelhorn Juniors geworden und 2022 Zweiter hier in Alpbach, Dritter in Fieberbrunn und Vierter in St. Anton. Wahnsinn, das heißt, das ist mal jemand, auf den wir auf jeden Fall schauen müssen. Jeder Start, Top 6 für Nico Traxl und hier Zweiter letztes Jahr, der ist natürlich sicher super heiß, dass er den Run noch besser runterbringt als letztes Jahr. Hoffentlich nicht zu motiviert, auch er trainiert beim Stefan Häusler. Wir sehen die Bedingungen wirklich nicht leicht da oben. Sehr flaches Licht, jede Menge Wind. Also das sind echt anspruchsvolle Bedingungen inzwischen da oben am Start. Das hat aber gut gemacht, hat genau wirklich die Landung erwischt, steuert jetzt aufs zweite Cliff zu. Sehr schön, super Kontrolle in der Luft. Es ist auch so wichtig, dass man in der Luft einfach zusammenbleibt, dass man nicht irgendwie herumwachelt, weil das ist ein Kontrollabzug. Und ein perfekter Stomp, wie es in unserer Sprache heißt. Also wenn man wirklich perfekt zentriert auf dem Ski landet, keine Vorlage, keine Rückenlande, das sehen die Judges am liebsten, bomben sich ihre Landung hier bei seinem zweiten Cliff. Bis jetzt fehlerlos, jetzt kommt er zum ersten Dreier. Super, ein bisschen kürzer vielleicht wie die anderen, aber dafür sehr clean hinstellt, also auch taktisch ein toller Run bis jetzt vom Nico. Genau, und steht auch sehr sauber am Ski. Also das, was du gerade gesagt hast mit Zentral am Ski, das sieht man halt bei ihm. Also er ist immer unter Kontrolle. Das ist das, was wir sehen wollen. Und ja, jetzt im unteren Bereich ist es natürlich nicht leicht, so steuert auf den... Ja, mit dem Stefan Häusl hat natürlich auch einen Skilehrer, Skiführer als Trainer, der ganz genau auf die Technik schaut. Und auch den stellt er hin. Also wirklich nichts ausgelassen. Nico Traxl, das schaut einmal gut aus, wenn er ihn jetzt noch so über die Ziellinie bringt. Was nämlich auch wichtig ist, weil es Schatzin geht bis zur Ziellinie. Da haben wir schon Dramen erlebt, von Winning Runs bis wenige Meter davor. Und dann kam noch ein Fehler. Da sieht man, wie oben der Wind geht. Super. Da merkt man, dass die Oberschenkel trainiert hat. Es drückt ihn hinten hinein, aber er haltet Hände und Körper in der Luft. Und hier ein schöner Shifty. Super schöner Dreier. Ja, Wahnsinn. Was der für eine Kraft in den Beinen hat, das hat man richtig gesehen. Die Landungen sind, wir würden sagen, punchy. Also einfach nicht mehr weich und absorbierend, sondern man muss das wirklich halten. Und da zahlt sich dann das Sommertraining richtig gut aus. Was der Stefan auch mit seiner Trainingsgruppe macht, ist ja ordentlich strukturiertes Kraft- und Ausdauertraining über das ganze Jahr, was für den Sport einfach wesentlich ist. Genau, die Zeiten, wo man früher im Sommer nur in der Hängematte liegen konnte, bei uns damals noch vor 15 Jahren zum Surfen und dann im Winter am Snowboard sind vorbei. Auch im Sommer wird natürlich trainiert. Und das tut sicher auch der Paul-Anton Fauch, auch er vom Skiclub Auerlberg trainiert, vom Stefan Häusl. Ja, und heute auf einem geborgten Ski unterwegs, weil er sich beim Warm-up tatsächlich die Bindung rausgerissen hat. Und zwar ist das ein Ski-Mond-Ski von einem Homemade, von einer kleinen Skifabrik in Innsbruck. Also, er hat nochmal spezielle erschwerte Bedingungen auf ganz neuem Material. Aber das schaut bis jetzt einmal sehr super aus. Genau, er im richtigen Winkel von diesem Felsen. Da hat definitiv der Stefan ihn aufgefunkt. Achtung, hier gibt es ein Loch in der Landung. Und bei ihm hat es ja heuer schon einmal gut geklappt. Er war ja schon dritter auf der NTC Youngster Challenge am Nebelhorn bei Oberstdorf. Jetzt sind wir gespannt, was er im unteren Teil auf den Kickern heute noch zu zeigen hat. Fährt jetzt auf den Skat-Kicker zu. Ja. Schöner Dreier, leicht überdreht. Hat das gerade noch gerettet. Wie hat er das geschafft? Fast Switch, also rückwärts weitergefahren. Aber trotzdem, den ist die Landung gerettet. Also, das möchte ich gerne in der Wiederholung sehen. Ja, das ist natürlich, ein Switch-Fahren würde ja auch extra Punkte geben im Judging. Allerdings nur, wenn es mit vollem Speed weitergeht. Wenn man auf seiner Instagram-Seite sieht man auch, dass er auch im Banger-Park, diesem wunderbaren Freestyle-Park, wo man Trockentraining machen kann, auf Matten, in riesigen Airbags, bei Shan jetzt natürlich von Innsbruck trainiert. Da fahren die Jungs natürlich regelmäßig hin im Sommer, um da die 360er, 720s und alle anderen Sprünge und Flips einzutrainieren und sich dann am Schnee nur mehr umsetzen zu müssen. Der wird ja vielfach gestockt sein, dass er einen Run mit dem geliehenen Ski heute so runterbringt. Ja, super. Ich meine, das zeugt einmal von einer hohen Flexibilität und Professionalität, von der sich ablenken lässt. Und jetzt müssen wir uns das anschauen. Nein, das haben wir jetzt leider nicht mehr gesehen. Ah, das ist genau abgeschnitten worden. Aber auf jeden Fall technisch ein super Skifahren, sonst hätte er diese Landung sicher nicht retten können. Daniel Winkler aus Österreich, der wurde heuer auch schon letztes Jahr Dritter im Nebelhorn Juniors. Genau, 14. war er hier im Alpachter letztes Jahr, also da ist noch Luft nach oben für ihn. Ui, schön gemacht. Wow, eine neue Variante von Top Cliff, zieht eher nach Riders Left hinüber und macht eigentlich einen Double draus. Das hat er richtig schön ausgeschaut. Die Frage, ob er noch hoch genug ist für das untere Cliffband. Geht sich genau aus, nimmt es als Transfer, super flüssig, ganz eine kreative Linie. Da wird sein Line-Score wirklich nach oben gehen. Die Waller-Linie auch eine der wichtigsten Kategorien von den fünf Touching-Kategorien. Super schön gemacht. Noch einmal Airtime. Ja, wahnsinnig viel Airtime sehen wir da. Also nimmt alles mit. Ganz flüssiges Spiel ist unterwegs und jetzt sind wir gespannt auf den Scott-Kicker zu. Drei, zwei, eins, left and three, sauber. Für mich bis jetzt eindeutig einer der besten Runs kommt da direkt an den Nico Traxl dran, der auch einen super Run hat. Jetzt am letzten Kicker wird sich hier wohl entscheiden, wer dann am Schluss von ihm die Nase vorne hat. Genau, nimmt da gut viel Speed mit und lässt sich da jetzt auch nicht irritieren von den Spuren, die halt schon im Face sind. Das ist einfach eine Woche nach dem Schneefall. Und auf den Hünder-Kicker. Ah, Dali war's durch! Ah, das ist schade. Er weiß genau, dass das ein perfekter Runner bis dahin war. So flüssig und so kreativ. Und jetzt setzt er da hinein, hat zwar beide Schieren, bekommt einen Score. Aber wir wissen ja, die Punkte sind von 0 bis 100. Und wenn er da jetzt im Bereich von 80, 90 war, müssen die Judges ihm einfach für diesen Sturz irgendwas zwischen 10 und 20 Punkten abziehen. Und damit ist er natürlich um den Rennen, um einen Sieg heute sicher draußen. Was schade ist, weil diese Linienwahl, die er oben gezeigt hat, war wirklich das Beste, was wir bis jetzt gesehen haben am heutigen Tag. Absolut, ja. Von dem her muss man trotzdem sagen, gratuliere für so einen guten Run bis zu dem Punkt, wo halt einfach der Fehler passiert ist. Aber das kann man mitnehmen, auch als Rider, und behalten, okay, was ist gut gelaufen und was hat man vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber allgemein super Potenzial hier. Aber gratuliere, Dani. Dieser letzte Kicker, der geht einfach schon steile Luft. Deswegen machen auch viele nur Straders. Es war vielleicht in dem Fall, Scheide gewesen, das mit nach Hause zu nehmen. Und Laurin Feich ist jetzt am Kurs, auch aus Österreich, U16 und wird auch unterstützt vom Sport-Martin Pettneu und von Naked Optics. Und ist heuer schon siebter geworden beim Nebelhorn Juniors und fünfter in Kappel letztes Jahr. Also durchaus schon etwas Erfahrung. Das sieht man auch hier, hat er das sehr schön gelöst. Und das zweite Clip. Auch er trainiert beim Alberg-Frier-Team mit Stefan Häusl. Und dem hat keine Überraschung, dass er eine ähnliche Linie fährt wie die anderen. Die hat sich natürlich die letzten Jahre schon das ein oder andere Mal als Winning Line gezeigt. Schöner Weiter-Dreier, da hat er am Mond-Speed dabei. Kann er so aber tadellos ausfahren. Nehmt er jetzt auch die Speed weiter mit Ohr, da sieht man, er dürfte echt wenig Bodensicht haben. Jetzt hat sie ihn da fast ein bisschen hergefasst. Und das ist eigentlich im Judging fast das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man während dem Fahren stürzt. Weil dann gibt es keinen Sprung, keine Action, um praktisch die Punkte zu kompensieren. Genau, apropos Punkte, wir sehen sie eingeblendet. Während ihr hier zuschaut, könnt ihr parallel auf openfaces.com, wenn ihr nicht eh dort schaut, die Live-Resultate abrufen. Solltet ihr auf YouTube etc. den Contest schauen, dann macht ihr das nebenher die Open-Faces-Seite auf. Dort kommen, sobald sie von den Judges eingereicht werden, die Resultate und ihr wisst, wer gerade in der Sprechkategorie in Führung ist. Weiter Sprung da oben. Wow. Das war jetzt auch so schön, wie er einfach mit Kontrolle auf den Kicker zufahrt, dann in die Luft die Speed mitnimmt, den Grab macht, den Style macht und auch hier wahnsinnig schön gefahren. Wir sind jetzt schon bei unserem nächsten Start, den Laurin. Balkensteiner. Fahrt auch da super los. Boah, gleich einmal so ein kleiner Shift, das taugt den Judges natürlich, wenn da einfach Gas geben wird, direkt aus dem Start geht raus. Super Speed mitnimmt er auch einen Windlip. Und fährt aufs zweite Cliff hier zu. Ich frage mich wirklich, wo dieses große Loch herkommt, ob da vielleicht das Sicherheitssieb unter dem Koks, weil der Wienensprengung durchgeführt hat, weil es ist wirklich genau in der Landung. Ich glaube, der Jonathan da mir eigentlich landet. Ja, das werden wir vielleicht im Laufe des Contests eh noch rausfinden. Ja, es wird natürlich der Hang immer gesichert. Schöner Shifty hier. Das ist auch ein wesentliches Ding bei den Contests, dass einfach die Contests Hänge wirklich monatelang oder wochenlang gemonitort werden von unserem Safety Team. Und dann auch, wenn es nötig ist, gesprengt wird. Genau, da arbeitet die Open Faces Sicherheitscrew mit den lokalen Bergführern zusammen, die also den ganzen Winter durch die Contest Faces schon anschauen, wenn es nötiges Lawinensprengung durchführen, dass sich hier keine Schwachschichten aufbauen können und die Lawinengefahr dann rund ums Contest Geschehen oder am Contest Tag bei Null ist. Genau, super wichtig, weil der Schnee ist ein fluides Medium, was sich immer wieder ändert. Wir können jetzt den Replay nochmal anschauen. Das war tatsächlich ein sehr schöner Run mit den Fiesel-Schwierigkeiten, aber schon. Wir haben ja heuer weniger Schnee als die letzten Jahre, deswegen ist es wirklich anspruchsvoll für die Jungs und Mädels, gerade bei den Felsen oben, überhaupt zu den Absprüngen hinzukommen und auch in den Landungen natürlich weniger springen. Die Fels sind größer durch die geringen Schneemengen. Also echt herausfordernde Bedingungen, die sich bis jetzt super meistern. Jonas Wolfram, unser drittletzter in der U16-Kategorie, hat heuer schon einen Contest gemacht, auch am Nebelhorn bei der NTC Challenge, war dort neunter. Also auch er hat heuer Luft nach oben. Hat 2022 eben den dritten Platz in Kappel gemacht und ist auch in der U16-Kategorie. Das ist wichtig zu wissen, weil die Kategorien werden getrennt gewertet, obwohl wir jetzt da alle in einer, in nacheinander fahren sehen. Mit der superschönen Speed mit, ich habe das jetzt, trotz des technischen Fehlers, hat sich mental sehr schnell wieder erholt. Das ist nämlich auch nicht zu unterschätzen. Bei einem Run, wenn man dann ein bisschen eine Schwierigkeit hat, dass man einfach weitermacht, super schön über den Scott-Kicker mit einem Dreier. Ah, Hip-Check und leider der Ski weg. Oh je, oh je, oh je, oh je. Und es wutzelt ihn da auch ziemlich runter. Wir werden da jetzt, aber es geht ihm gut, es ist nichts passiert, es ist eine weiche Landung, er hat da nur einfach, ist nicht ganz packt. Der Ski ist jetzt sehr weit oben, das heißt, er wird jetzt ein Ski-Dude kommen oder ein Ski-Girl und den Ski bringen. Genau, hoffentlich gibt es halt auch Ski-Girls, wenn wir beim Gendering sind. Also, die Geschichte ist ja, dass die Safety beim Freireiten enorm wichtig ist. Natürlich nicht nur, wenn wir selber draußen sind, oder? Und nur mit unserer Sicherheitsausrüstung und dem Lawinenlagebericht entsprechen und nur mit Freunden draußen sind. Auch bei den Contests ist natürlich ein ganzes Sicherheitssystem am Start. Das fängt also mit dem monatelangen Monitoring der Freireithänge an. Und unser inzwischen zwei Jahrzehnte lang trainierter Chef of Security Koks hat also ein eigenes Team, auch am Contest-Tag, die alle über Funk verbunden sind. Die über ein genaues Gridnet genau jeden Punkt des Hanges definiert haben. Und der Koks ist jetzt am Funk und funkt also einem Ski dort durch, gehe einfach zum Punkt G7. Dort liegt ein Ski und es macht sich oben sofort einen auf dem Weg, um den Ski zum Skifahrer zu bringen. Und wenn wirklich einmal eine schwere Verletzung war, ist natürlich auch ein Doktor am Start mit Ski. Der steht wirklich mit Rucksack an, mit Schieren in den Füßen, den ganzen Contest oben, dass er sofort losfahren könnte, um einem verletzten Rider zu helfen. Genau, und dann haben wir auch noch das Medical-Team hier im Finish. Falls sich ein Rider ein bisschen weh hat während dem Run und dann doch noch das durchchecken lassen möchte, ist das auch bei sie. Von dem her ist Contest Fun tatsächlich eine der sichersten Spielarten des Freeriders. Genau, wir haben jetzt ganz toll gesehen, wie es funktioniert. Es dauert nicht einmal 30 Sekunden, der Ski dort ist da, bringt den Ski vorbei, fährt wieder hinaus. Und der Fahrer kann seinen Run fortsetzen, in dem Fall natürlich ohne Punkte für den Jonas, aber trotzdem kann er unverletzt und sicher hinunterfahren. Genau, und wenn man dann den Ski schon verloren hat, dann ist es so, dass man seinen Run nur noch sicher beendet, um nicht nochmal zu stürzen und den ganzen Contest aufzuhalten oder sich noch eine Verletzung zuziehen. Wir haben das gesehen auf der Freeride World Tour, bei den Besten der Besten, da waren ja auch einige spektakuläre Stürze, weil die fahren durch auch im Limit, die Jungs und Mädels, jetzt in Paquera und in Andorra. Und die Fahrer, die gestürzt sind und dann gedacht haben, nein, ich fahre meinen Run doch weiter, haben meistens dann keine guten Resultate produziert, sondern wenn die Konzentration hier einmal weg ist, dann ein bisschen leichter weiter Stürze. Keine Stürze hoffentlich für unseren nächsten Fahrer, den freue ich mich natürlich besonders, auch er von der Freeride Academy Innsbruck im Contest Team. Wird trainiert vom Tao Greibich, einem der besten österreichischen Freerider, der zwei Jahre auf der World Tour verbracht hat, heuer sich aber aufs Filmen konzentriert und zum Glück auch aufs Coachen in der Academy. Genau, die Gruppe vom Tao pusht sich da gegenseitig, super schöner Shifty gleich am Anfang. Es ist wichtig, dass man gute Trainingspartner und Trainingspartnerinnen hat und die Jungs geben halt Gas. Ja, also der Tao sagt immer, wenn sie kommen zu irgendeiner Geländekante und er sagt, so jetzt machen wir mal einen spannenden Sprung und er macht dann drei und die Jungs kommen dann mit siebener, gekorkten und dabei Backflips hinterher und er kann sich kaum einbremsen, sagt er, weil sie so am Gas sind. Und eine super kreative Linienwahl hier vom Jonathan, gefällt mir sehr gut, dass er da ganz anders fährt, ganz hinaus, öffnet einen neuen R. Wow. Ja, er holt da wirklich das Maximum aus dem Fels raus und er macht das bis jetzt sehr sauber, sehr schön. Das ist einfach wahnsinnig gut zu sehen, dass er schon so viel Verständnis hat in dem Alter und auf den Scott-Kicker, schöner Dreier, super gut. Wow, ein fehlerloser Run bis jetzt. Er ist ja einer von denen, die auch schon Backflips und Double-Backflips bringen, wie man auf seinem Instagram-Account sehen kann. Die darf er heute nicht zeigen, dafür muss er noch, wie alt ist er jetzt da? 17. Und dann, also übernächstes Jahr darf er dann schon auf den Qualifiern fahren, da kann er sich auch im Contest zeigen. Bis dahin kann er sich trainieren. Yeah, Cross-Grab. Also bis jetzt wirklich ein teuerloser Run. Wenn wir jetzt hineinschauen, wie schaut es aus bei den Results gerade, wenn wir hier meine Seite refresh auf den OpenFaces.com. Der Neko Traxl führt vor dem Raffi Fritz zur Zeit. 77 für den Neko und 69 für den Raffi. Da kann ich mir vorstellen, dass du jemandem mit dir jetzt ein Wort mitzureden hat. Das glaube ich auch. Ich meine, natürlich haben die Judges das letzte Wort und wir hierinnen spekulieren nur. Aber das war wirklich ein sehr sauberer, guter Run. Gerade mit den Bedingungen, glaube ich, kann man nicht für mehr hoffen. Viele hoffen, tut sich noch der Jakob Herowitsch, der letzte von den Juniors, der vom Allberg Freer Team dabei ist. Sechster war bei der NTC Challenge am Oberstdorf. Mit 15 Jahren er einer der jüngsten heute am Berg. Startet immer natürlich in der Unter-16-Kategorie, aber springt die gleich großen Felsen wie alle anderen. Allerdings zieht es ihm dann beide Ski aus in diesem Fall. Ja, weil der hat jetzt tatsächlich den ersten Cliff zu groß schon genommen, ist da schon fast in den Gegenhang gesprungen und das halten dann die Bindungen nicht. Weil glücklicherweise Sicherheitsbindungen, damit eben die Knie und der Körper nicht leidet, der Ski fährt da immer noch vor sich hin. Ja, man sieht da den Backen von der Bindung heraufstehen. Das heißt, es hat ihm wahrscheinlich die vordere Bindung ausgelöst, damit die hinterher eingeknackt und der Stopper ist eingefahren. Und deswegen kann der Ski natürlich jetzt Richtung Tal fahren. Aber so wie ich den Jakob einschätze, kann der auch auf einem Ski locker bis ins Tal fahren. Genau. Beziehungsweise wird er jetzt wahrscheinlich auszukommen, dass wenn ihr seitlich hinausfahren, auf der Piste hinunter, die läuft direkt am Hang außenrum. Es sind auch viele Zuschauer, die sich das dort anschauen können. Und wird dann unten wieder zu seinem Ski zu kommen. Ja, Jakob, tut es leid, du hast dich auch voll motiviert, dass der erste Sprung heute mal gezeigt hat. Also, dass die Motivation nicht das Problem war. Super motiviert, ja. Die Motivation ist das Allerwichtigste in jedem Wettkampf. Und es ist dann aber auch wichtig, eben genau diese Motivation richtig zu channeln. Die ist in den richtigen Bereich, seine Stärke zu zeigen und nicht zu übertreiben. Weil es ist immer eine Balance. Wir wollen halt beim Contest das Allerbeste zeigen, was wir können. Aber gleichzeitig muss es auch sauber sein. Das heißt, innerhalb der eigenen Fähigkeiten. Genau, man fährt ja hier beim Freeliden nicht gegen die anderen Teilnehmer, sondern man fährt eigentlich gegen sich selber. Du setzt hier deine Herausforderung, die perfekte Linie für dich zwischen Start und Ziel zu machen. Und wenn du das schaffst, dann gewinnst du in dich und wahrscheinlich auch den Contest und sonst eben nicht. Genau. Immer auch in Harmonie mit dem Berg. Das ist ganz wichtig. Man kann nicht auf jedem Berg und in jedem Schnee und in jeder Bedingung immer dasselbe zeigen. Man muss am Tag angepasst seine Linie wählen. Das ist dann auch sehr komplex mit welcher Exposition zum Beispiel ein Fes hat, wo die Sonne vielleicht drinnen war, wo der Schnee besser, schlechter ist, wo eventuell Spuren sind oder Rutsche. Das adaptiert man sich immer. Und deswegen ist auch, wenn man das zehnte Mal auf demselben Contest-Fes steht, immer noch was Neues, weil es jedes Jahr anders ist. Genau. Auch ein Mitgrund, warum ich in meinen biblischen 42 Jahren noch Vize-Weltmeister werden konnte, obwohl die anderen Teilen mal da schon 20 Jahre jünger waren, weil du halt diese Erfahrung da mitbringst. Du kannst als Wettkämpfer den Hang einschätzen und weißt genau, da ist der Schnee gut, da ist er schlecht, das schaut für die Chatsches besser und schlechter aus. Den Felsen lässt es besser aus, weil die Landung zu flach ist. Da kannst du in den großen Felsen hupfen, weil es super steil ist. Da wird der Freestyle-Sprung gut hineinpassen. Also all diese Werte kannst du wirklich erst über die Jahre aufbauen. Und das sieht bei den Jungen halt oft, dass sie einfach zu viel wollen oder zu weit springen oder zu schnell sind. Und da passieren natürlich Fehler, die zerstört zu finden. Ja, der wird seinen Oberschenkel auf jeden Fall spüren heute Abend, der Jakob. Während wir ein paar schöne Drohnenbilder sehen von der Wiedersberg-Alm. Aber es geht schon wieder hinauf. Tobi Wallner ist der Nächste. Tobi Wallner vom Kitzbühel Ski-Club. Und der Freeride-Kategorie da fährt jetzt sehr weit nach Wiedersberg. Er hat ein Abo auf die siebten Plätze. War letztes Jahr siebter beim Junior, war in St. Anton, siebter im Alpbachtal und in Kappel war er sechster. Mit dem Matthias Haunholer, einer Freeride-Legende inzwischen auch in Österreich, ehemaliger World2-Stop-Gewinner und dem Bernd Kreinbucher, der nicht nur für Red Bull organisiert, sondern auch das Freeride-Team in Kitzbühel coacht. Prinzipiell super Idee jetzt in dieser Linie, da einen Dreier von der Windleap runter machen, aber irgendwie hat es ihm da im Absprung den Ski ein bisschen hergefasst im Schnee. Er ist ein bisschen hängig geblieben und dann ist er von der Achse einfach... Also eine der wichtigsten Regeln, wenn du im Tiefschnee eine Rotation einleitest, ist die Geschwindigkeit. Und er ist da mit sehr, sehr wenig Speed hineingekommen, deswegen ist er auch hängen geblieben und hat dann eigentlich mehr wie ein halber Salto ausgeschaut in die Schneewächte. Der hat den Schnee jetzt sicher bis überall hin, wo er ihn nicht haben will. Und ist deswegen jetzt auch auf die Seite rausgefahren. Entscheidet sich da jetzt eigentlich auch, dass er für einen... Ich meine, er hätte ja noch beide Ski an, aber pro Sekunde, wo die da jetzt steht und praktisch sich wieder zusammenrichtet, verliert er halt einen Punkt im Judging. Das Judging funktioniert wie ein Fieberthermometer. Jeder Fahrer und jede Fahrerin fangen bei 50 Punkten an. Und die Judges machen dann ein Live-Judging während dem Run, während sie mit den Ferngläsern ganz, ganz, ganz genau hinschauen in den verschiedenen Kategorien. Und das geht wie ein Fieberthermometer rauf und runter. Und hier sieht man jetzt, das waren jetzt 20 Sekunden mindestens Stop. Das heißt, er verliert hier wegen dem Stehenbleiben mindestens 20 Punkte. Und den Sturz dazu, das heißt, das ist jetzt eigentlich... Er kann da auch in aller Ruhe jetzt mit den Ski-Dudes, die da im Face platziert sind, oder den anderen Riders, das sehe ich gerade nicht. Ja, ich glaube, der Tobi hat beschlossen, seinen Run nicht fortzusetzen. Und die Info kriegt er sicher gleich von den Safety-Leuten auf der Seite. Und das Starttor wird freigeben für den Simon Kutschka aus Deutschland. 14 Jahre jung, das ist jetzt tatsächlich unser jüngster Teilnehmer. Er hat ihn nicht davon abgehalten, vor wenigen Wochen die Fantasy Youngster Challenge in der Kategorie U16 zu gewinnen. Das heißt, zwei Errünger war er dort als die anderen Teilnehmer und ist trotzdem als Sieger nach Hause gefahren. Also da können wir es jetzt auch was gefasst machen. Super sauber, das erste Cliff, das zweite, viel höher als die anderen. Ein ganz anderer Winkel, weiter Satz von Simon Kutschka. Da sehen wir gleich, warum er heuer schon einen Sieg in der Tasche hat. Nicht nur kreative Linie, sondern auch super sauber in der Skitechnik. Ein ganz neuer Sprung in Richtung. Wow, jetzt geht es auf zum Scott-Kicker für den Simon Kutschka. Supporter vom Mountain Action Store. Und den Dreier setzt er weit hin und wo andere Probleme in der Landung, setzt er hin, als wäre es auf die Fußmette. Als wäre er auf Schienen. Als wäre er auf Schienen. Ja, Wahnsinn. Das ist sehr schön zu sehen und vor allem zeigt uns hier, was möglich ist. Das ist auch immer ganz wichtig. Noch ein weiter Dreier. Wow. Ja, wenn man sein Instagram-Page sagt, da hängt er hauptsächlich kopfüber in der Luft, entweder mit dem Mountainbike oder mit dem Ski. Also der fühlt sich sowohl im Sommer als auch im Winter pudelvoll der Luft. Das haben wir hier gesehen. Zwei saubere Clifters, zwei saubere Dreier. Da kratzt er jetzt wirklich ganz vorne mit. Wow, ein super Rampen, Simon. So, wie schaut es aus beim Ranking? Der Nico Trax ist immer noch vorne mit 77 Punkten vor den zwei Inch-Bockern. Jonathan Trendini und Rafi Fritz mit 73,69. Aber Simon Kutschka, der wird jetzt die Köpfe der Tschatsche zum Rauchen bringen. Rauchen tun auch die Köpfe der Zuschauer unten. Schaut zwar eine super Stimmung hier auf der Wiedersberger Alm. Da chillen sich alle weg und schauen zu. Man ist hier wirklich dran am Geschehen. Der letzte Kicker hier ist vielleicht 80 Meter von der Zuschauer-Area entfernt. Also wer hier im Skigebiet ist, kommt zu her. Wer noch nicht ist, kommt zu her, da ist in Alpbach, kommt zu her. Wir haben ja noch zwei, drei Stunden Contest. Die Jungs und Mädels der Erwachsenen kommen erst, also die Show geht jetzt so richtig los. Genau, und meistens ist es live wesentlich spektakulärer sogar als am Screen, auch wenn es natürlich total super ist, dass sie einen Livestream haben. Wow, jetzt damit viel Energie reingestartet in das Face. Lukas Schweiger, Start Nummer 17. Letztes Jahr war er hier Sechster, sonst haben wir eigentlich ganz wenig über ihn. Ziemlich unbeschriebenes Blatt. Schauen wir, ob er uns mit seinem Skifahren überzeugen kann. Er kämpft sich da zum Take-off von dem Cliff und erwischt genau die richtige Richtung, dass er nicht ins Loch hofft. Mit ein bisschen Airtime noch mit. Und sieht da jetzt auch, er probiert natürlich den Flow weiterzubringen, obwohl da Spuren sind. Und er ist jetzt ganz am linken Rand des Faces unterwegs. Auf den Scott-Kicker und, ja, sauberer Dreier. Hat sich der Mäher dazu entschieden, dass er vielleicht nicht ganz so viel Speed mitnimmt, aber dafür und mit Kontrolle fährt? Das ist genau diese Taktik, die du vorher gesprochen hast. Wir haben ja nach wie vor diese eher schlechte Sicht. Man sieht zum Bildschirm, wie dunkel es ist mit diesem Wolkenband, das man auch genau über dem schönen Alpachtal hängt. Und wenn diese Bodensicht so schlecht ist, kannst du dich bei höherer Geschwindigkeit viel leichter passieren, dass es dann schief erschlackt, dass er Welle übersieht. Oder wenn du eben weiterspringst bei den Kickern, dass du die Landung so schlecht ziehst, zu früh oder zu spät aufmachst und dann den fatalen Fehler machst, der dann den Ski auszieht. Über den Hydro-Kicker, schöner Dreier. Etwas kürzer für die anderen, aber dafür sicher. Und das ist bis jetzt nicht der spektakulärste Run, aber dafür, wie ich sage, wirklich clean. Genau. Und unter Umständen, wenn wir jetzt gesehen haben, okay, viele von den anderen Fahrern haben einfach Probleme, kann einem auch ein safer Run, der vielleicht nicht ganz spektakulär ist, trotzdem zum Podium gereichen. Wir sehen da jetzt hier den Replay. Genau, um es in alten Schieler-Sprache zu sagen, die Taktik muss ja nicht immer heißen Sieg oder Akja, sondern auch mal wirklich ein Resultat nach Hause fahren. Das hat er sehr gut gemacht. Wir kommen jetzt zu unserer ersten weiblichen Starterin am Snowboard bei den Juniors. Das ist die Stina Fraunstein aus Deutschland. Ah, ist da jetzt auch schon letztes Jahr mitgefahren und hat da 9. overall gemacht. Yeah, und Nebelhorn Youngster Challenge. Genau. Die Stina aus einer ganz sportlichen Familie von Sportsportslawern. Ihr Bruder und ihr Vater sind heute am Starten, sein ältester Teilnehmer heute. Aber da hat sie oben geblieben. Ich habe jetzt einen Moment nicht hingeschaut. Was ist da passiert? Sie hat da einfach ein bisschen viel Gewicht in der Nose gehabt. Und das hat er einfach die Nose, der Typ, gefressen und sie ist einfach vorne über. Super schade, weil das ist eben, wie vorhin schon angesprochen, ein Crash-while-Riding. Sprich, es gibt nichts, um das zu kompensieren, weil bei einem Sprung wird einem dann noch die positiven Punkte, es reduziert ein bisschen die Minuspunkte. Sprich, da wird sie sich ärgern. Aber weiter geht es, Stina, weil sie hat ja nichts verloren. Also kein von dem Mandatory Equipment und der Run ist immer noch zählt. Und das Wichtige ist jetzt, dass sie sich mental zusammenreißen und sagt, nein, egal, weiterfahren, Konzentration auf den Rest des Runs. Weil unter Umständen kann man trotzdem noch ein gutes Ergebnis schaffen, wenn man jetzt wirklich Gas gibt. Genau. Sie ist ja nicht nur auf dem Snowboard unterwegs, sondern auch auf dem Skateboard, beim Surfen und beim Sandboarden. Fahrt sie regelmäßig mit ihrer Familie im Sommer zu den Sandboard-Events am Monte Caolino. Also steht das ganze Jahr über mit ihrer Familie im Brett. Und ja, ich soll also ausrichten, dass sie ganz, ganz stolz ist auf ihren Papa, dass sie sich überzeugen hat lassen, heute hier mitzufahren. Den sehen wir nachher in einer Stunde circa im Start geht. Also wahrscheinlich den ältesten Teilnehmer, der ja je in Alpbach mitgefahren ist. Das ist natürlich auch immer eine Chance bei den Einstehern-Contests. Das kann sich ja jeder und jede anmelden. Und das First-Come-First-Serve, das heißt, jeder, der mal so World-to-Luft schnuppern will, ist da herzlich eingeladen, weil es geht hier auch um die Community. Es geht darum, dass man gemeinsam einen guten Tag am Berg hat und dass man vielleicht auch Riding-Buddies für zukünftige Aktionen findet, damit man eben einfach eine richtig gute Crew hat und gegenseitig sich pusht. Und da haben wir heute schon drüber gesprochen. Wir waren unten am Parkplatz um 7.30 Uhr in der Früh. Da ist richtig lästig zu hohen, die Musik hat gespielt. Die Fahrer aus ganz österreichischer Umgebung haben sich da getroffen, ein riesen Hallo. Und diese Stimmung ist ganz besonders. Wenn man hinauf geht, zum Vierstein-Qualifier oder auch Freer World Tour, da wird es natürlich immer ernster, immer professioneller. Aber gerade in diesem Bereich der Ein-, Zweistern-Contests, da zählt dieser Freeride-Spirit und das Get-Together und einen tollen Tag miteinander zu verbringen, ganz viel. Genau, und wir sehen jetzt hier bei der Stina, die auch einen tollen Tag hat und auch schon ein paar Pow-Turns doch zwischendurch bekommen hat, aber auch trotzdem, dass es natürlich ein langes Face ist und dass vor allem im unteren Bereich doch schon viele Spuren drinnen sind. Und dass das mit dem Snowboard durchaus eine Herausforderung ist. Obwohl die Stina so super sauber eigentlich am Bord steht, aber es ist halt einfach schwierig. Ja, wir sehen es ja auch bei den großen Drei-, Vier-Stellen-Contests und bei der World Tour, dass nach Möglichkeit die Snowboard-Gruppe immer als erste abgelassen wird, weil ein Snowboarder es natürlich viel mehr Spaß macht und auch das Snowboard viel schöner herzuzeigen ist, wenn du unverspurten Schnee hast. Die Skifahr stehen halt auf zwei Ski und tun sich da einfach leichter über verspurtes Gelände und schwierigen Schnee trotzdem sauber drüber zu sausen. Die Stina hat jetzt da noch ein bisschen Courage zeigen wollen, um über den Mondskipkart zu fliegen, aber hat ein bisschen Probleme mit dem Speed gehabt, sprich hat er jetzt keine Airtime, aber fährt er tapfer weiter nach diesem doch schon sehr langen Face in den Bedingungen, wo sich, wie gesagt, das Sommertraining tatsächlich bezahlt macht, der immer wieder einen kleinen Slash, das ist auch schön zu sehen, also sprich, ihr taugt es noch, das ist super und ja, jetzt im Ziel. Unsere erste Dame für heute hat ihren Run beendet. Genau, bravo Stina, liebe Grüße an die Frauenstein-Familie. Und wir switch back to English, because we're going super international. Abel Potthoven. I like the name Potthoven. From the Netherlands, sponsored by Movement Skis. And our information says that it is his first free ride event ever. So we're going to be looking very closely if he finds the way down that he chose for himself. Because, as we said before, a free ride event doesn't start the moment you go through the gate. It does start sometimes even the evening before or days before, when you choose your line, when you look at the mountain and think about which area of the mountain suits your riding best, where can you show your style, which jumps have the right size for you. And he's going somewhere very special. All the way up on the wind lip. We haven't seen anyone out there yet. He has to pass by the safety crew. He's on the wind lip. Abel, what is your plan? He wanted to surf the wind lip. Which is not the easiest. No, very creative to go off that very nose, but unfortunately using both of his skis in the landing. It seemed they did come off very easily. Do you think maybe that binding setting was a little loose, which is good to save your legs from injuries, but therefore it's much easier to lose your skis? Yeah, especially in that kind of punchy snow he just experienced on his skis. It's like, because of the wind lip, it's exposed to two different expositions. So we'd have like two different kinds of snow. And it seemed a bit punchy and harder on top. So he just lost his skis basically without too much impact. But on the other hand, I mean, would you risk your knees for just a run? So that's always a tight balance and tough decision to make. Yeah, but he's collecting a ton of experience on his first event, Abel Potthofen, first free ride competition ever. And yeah, big spread eagle over the kicker. So he's all in good spirits. And look, he's riding even more relaxed now after this crash than he was at the beginning. Yeah, that's... It seemed like he was very focused on that upper air. Yeah, and maybe very focused, but also very excited. It's something we kind of see very often that riders get overexcited and too nervous in the comms. And then they actually have too much body tension and can't really ride loose and nicely anymore what we would like to see. But that's a tough balance to make. It's also a mental game. Competing is just a very tough mental game. So you're learning for life here, which is the other side of free riding, learning for off the mountain as well, because you learn how to challenge yourself. Oh, exactly. So here we see that air, and he gets a bit backseated, lays down to the side, and the skis come off. We are moving to the snowboard category. Four male snowboarders in the under-18 today. And the first of those is from Great Britain, Mr. Jonah Wood. Wow, full speed into the first section, getting hit by the bumps, slight control issue, but I was just going to say he manages to stay on his feet. It wasn't until he hit an old track and does a full somersault, but lands back on his board. That's definitely a major deduction, but it looks like it doesn't keep him from having fun riding down the venue. Yeah, and he actually made a wise decision to go where there's the least tracks and the best snow on a snowboard. Now making some turns. And, I mean, that's amazing, eh? Coming in from Great Britain to compete in free riding, where, I mean, they've got super nice dry slopes over there, but definitely not that much power. Nice backsear grab. Looks like he's riding some kind of a fish sport, which would obviously work perfectly. If you had fresh powder without any tracks, but it's not the easiest when it comes to those tracks, because these boards are rather wide. And it means if you cross all secure snowboard tracks, you get a bit more impact from the bottom of your board. You get shaking a bit more. Yeah, not easy to ride, as I mentioned before, on the snowboard today. Flat light, quite a lot of tracks. So, big up for Jonah Wood for giving all he can there on his snowboard. But, yeah, and just lovely to see that people just come in, they compete there, like, yeah. Little straight there. Little three, I like that. But, yeah, unfortunately not the run he probably would have imagined to wanting to have, but, I mean, he's still going to make it down the finish, and we'll see what the other male snowboarders will show us today. Now, next one is the Valentin Thurndichle Brehm, 18, and this is his first event, sprich, unbeschriebenes Blatt for us, from Österreich, and we wish him a lot of luck. Toil, 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 weil für uns ist es natürlich auch ganz spannend, wenn ein Fahrer durchs Start geht, und wir wissen gar nichts über ihn, aber wir lassen einfach seinen Skifahrer mal sprechen. Er hat auf jeden Fall mal die Linie zu Lukas Leff gewählt, das heißt, er lasst den Felsen direkt unter dem Start geht aus, dafür kommt er höher und von oben zu dem Felsen auf der linken Seite. Man kann nämlich da, oh, ich wollte gerade sagen, potenziell auch weiter drüber springen. Wow, das hat er toll gemacht, da bleibt er mit dem linkischen am Stein hängen, doch kurz bevor er Kopf voraus über den Felsen fällt, fährt auf einem Ski weiter, stellt den Ski dazu und springt dann noch totfall drüber. Und gleich hier ist Shifty, also, der scheint sehr locker drauf zu sein, also ein Selbstvertrauen und Mindset fehlt ihm hier nicht. Super Reaktion jetzt auf den Scott Kicker. Jetzt kommt der Left-Hand Breyer, den sehen wir schon in der Anfahrt, wie er vordreht, und bleibt auf den Füßen. Da, wenn die Judge sicher mitzureden haben, kämpft er gegen einen Sturz, der Schulter und den Arm stand im Schnee, aber kann sich nochmal zurück auf die Ski retten. Also ein spektakulärer Lauf von oben bis unten, vom Ball in Dubücher, der hat heute Abend auf jeden Fall was zu erzählen. Ja, Wahnsinn, was das für eine Körperkontrolle ist und für eine Athletik, dass er sich dem wieder fängt, jetzt noch über den Hydro-Kicker drüber. Kleiner Shifty und ja, jetzt auf den letzten Turns ins Ziel. Und unser nächster Fahrer, wieder auf dem Snowboard, ist der Niklas Fraunstein aus Deutschland, wird mit 15 Jahren schon von Good Sports und Vertical Unit supported und ist auch heuer schon dritter Nebelhorn-Contest in Oberstdorf geworden. Und 2022 hat er die erste Saison absolviert mit ziemlich coolen Resultaten. Genau, mit 15 da ganz allein im Start zu stehen bei so einem Berg, das ist aufregend. Ich glaube, mein erster Contest war, da war ich schon 25. Da hat es auch noch keine Jugend-Contests gegeben, aber das ist ja auch schon inzwischen 25 Jahre her. Zwischen die Pyramide des Sports, von den Junior-Contests über die Qualified-Contests bis hinauf zur World Tour, toll durchstrukturiert. Inzwischen gehört ja die World Tour, wir wissen auch zur FIS, zur Internationalen Ski-Federation. Und da wird sie sicher im Jugendbereich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ganz viel tun, wo es viel mehr Möglichkeiten geben, für die Kids von ganz früher an hier schon im Frühjahr-Sport zu trainieren, als es früher gab. Sauber bis jetzt der Niklas unterwegs, aus der Fraunstein-Family, seine Schwester haben wir vorher schon gesehen, den Papa werden wir später sehen. Die Mama sitzt sicher zu Hause, liebe Grüße an die Mama auf diesem Wege und schaut der ganzen Crew zu. Und er entscheidet sich da für eine eher sichere Herangehensweise, was jetzt aber super ist, weil bis jetzt hat er eigentlich keine gröberen Fehler gemacht. Er fährt jetzt auf den Scott-Kicker zu, nimmt dann auf der Seite ein bisschen mit und zeigt uns auch, dass Snowboarden sehr viel Spaß machen kann, wenn man Turns fährt und ein bisschen einen guten Schnee hat im oberen Bereich und jetzt im unteren Bereich muss er vor allem einmal das Board ordentlich kontrollieren. Und was er sehr gut macht bis jetzt. Und es ist immer für uns als Snowboarder natürlich super zu sehen, wie die nächste Generation hier nachkommt und schon motiviert am Start ist. Weil wir haben das, wie der Flo erwähnt hat, natürlich selber nicht gehabt, weil wir sind alle über 20 gewesen, wo wir die ersten Contest-Squaren sind. Und jetzt kriegen die Junkern so eine Trainingscrew und ein Training und kriegen erklärt, wie man eine Line auswählt und wie man eine Visual Inspection macht und wie das alles funktioniert. Und das kann man erklärt kriegen, dann ist es wesentlich leichter, als wenn man sich selber auf die harte Tour beibringt, so wie wir das machen wollen. Genau, und das Niveau ist auch echt unglaublich, wie wir gerade beim Valerainer gesehen haben, der ist noch nicht einmal Mitte 20, hat gerade seinen ersten World Tour Contest gewonnen. Und im Interview, wie er gefragt worden ist, ja, wie er diese Sprünge geplant hat, weil er hat, glaube ich, bei fünf Sprüngen zwei Backflips und drei riesige Dreier gemacht. Da hat er gesagt, na, er überlegt sich auch immer erst, wenn er zum Sprung hinkommt, was er macht, je nachdem, wie der Absprung ausschaut und wie die Antwort ist. Wir haben da schon ganz genau kribisch geplant, wo sich welcher Sprung ausgibt und die sind inzwischen auf so einem Niveau, dass sie ihre Tricks beliebig aus der Tasche holen können, je nachdem, was halt der Absprung gerade hergibt. Genau, und Niklas ist jetzt im Ziel angekommen und unser nächster Rider ist again from Great Britain, Louis Hodges. Ja, thank you, Niklas. Clean run, I think very smooth. And he, the next rider, Louis Hodges, he is part of the Bristol UK Downhill Biking Team. So another one, Snowboarding Winter, Biking in Summer. And he's coming straight off a fifth place in the NTC Oberstdorf two-star event this year. So already has a podium in the pocket. And I'm sure he wants to go for more. One, two, three, four, five snowboarders today fighting for the three podium spots. As we can see, the crew is trying to keep themselves warm near the start gate to someone somersaulting. Yeah, it's very windy up there. Well, so he's used to speed, eh? If he's downhill biking, I always find downhill biking is so much more stressful and dangerous than anything with snow, because the snow is kind of soft most of the time when you crash. It is. So if anyone's wondering why we have a little bit of a delay now, obviously we had alternate categories. Now we have one snowboarder after the other, so the judges have to finish the judging of one rider before the next one will be allowed through a start gate. Now Luis is on course, choosing the rider's right, Lucas left line, where there is the best snow, obviously, which is... And snowboarding was always made for powder. It was invented by a Californian surfer a couple of decades ago. And I like skiing, really. I do ski a lot with the kids in our Freerad Academy. But when there's a fresh powder day, there's nothing like stepping in a snowboard. And you can close your eyes while you're going down a big powder field. Whereas with skis, you always have to be, like, aware a little bit. But snowboarding is just effortless in good conditions. Yes, snowboarding is effortless in great conditions and more effort in not-so-good conditions. Exactly. But I think Luis knows that, and he chose his line, according to that, because falling in a ridge in fresh powder for a long time does make his run a fair bit faster than the one of Linkless before. So pretty smart line choice. Even now, going through the bushes where there's not a lot of tracks, keeping his feet up. Yeah, really smart riding as he's approaching the Scott Kicker for his first air. Solid air. Tiny bit of a bat check, or was it just a hand down? Hard to see from the drone angle. I'm sure the judges will have watched it very closely to make sure they give the right remarks. Yeah, I have to make a little advertising for snowboarding. A bit of a fashion for snowboarding. The Freerad Academy Innsbruck now has 48 kids in her first year, but we only have two snowboarders so far. So everyone out there, snowboard freeride lovers, get out there. Go freeriding, and we want to see you in one of our teams. Yeah, it would be really nice to have more snowboarders in the teams, and we also have to say, yeah, it is a structured training and stuff, but first of all, it's about fun. Because if you're having fun, you're doing it right. That's the main point of freeriding. So it shouldn't be about pressure, but it should be the best riding crew and pushing each other and just having fun together on the mountain in the best possible snow on a certain day. That is totally true. Freeriding, even though in competition we go down one by one, it is such a team sport. You hang out on the mountain with your best mates all day long. You train together. You push each other. You are your safety backup. He's had a great pop on the Scott Kiffker. Yeah, he did. We really got to say that. Like, you can see the potential. Super nice to see. I think he had a lot of fun. It was a fluid run top to bottom as we're looking forward to seeing our last snowboarder in the junior competition of today. And it also gives us a chance to peek over at the results. So then our next snowboarder will be Leonardo Schweitzer von Deutschland, 17 Jahre jung und ist der 2020 Sieger hier im U18-Event. Also, hat schon einmal hier gewonnen und heuer schon am Nebelhorn-TC Youngster gewonnen und ist von Nitro und Blue Tomato gesponsert, was einmal ziemlich cool ist. Wird schon supported, großartig zu sehen, dass auch die Industrie das Freeriden so unterstützt. Ganz wichtig. Weil Freeriden, ja, ist auch materialintensiv natürlich und das heißt, es ist immer super, gerade für junge Leute, wenn sie da ein bisschen supportet werden. Leonardo jetzt schon voll aufgeregt im Start geht und Dropping in. Last snowboarder, last rider in the junior event of the day, Leonardo Schweitzer. Super Speed hier heroben. Ähm, sich schon da zwei, drei richtig gute Sprays gegönnt. Auch er im neuen Schnee auf der linken Seite des Fesses unterwegs und steuert jetzt auf das erste Cliff zu. Boah, superschön gemacht, gut geplantet, macht jetzt ein gutes Speed-Check, kontrolliert das total. Wow, 17 steht hier beim Alter, ich hätte da eher 27 gedacht. Ja. Oder so wie ich 47, wenn er so solide über die Kicker springt. Superline, solider Drop beim Leonor Schwarzer, der zeigt da richtig auf. Und jetzt auch über den Kicker, ein Nose-Crab. Also der fühlt sich auf dem Kicker in der Freestallwelt wohl, wie auch im Gelände. Und steht, da sieht man wirklich, der hat auch Power in den Beinen. Der fährt da seine Turns, egal ob hier alte oder vereiste Spuren sind. Eine nach dem anderen. Richtig aggressives, powervolles Snowboard. Leonardo, der gefällt uns sehr gut. Wow. Da haben wir doch auch seine Instagram-Seite, da werden wir gleich mal hineinschauen, was der macht, dass er so stark ist. Noch ein R. Ah, ein nicer R. Wahnsinn, wie der gut am Snowboard steht. Super cool. Und wird jetzt unten schon im Ziel sein, das war jetzt unser letzter Junior. Nein, er ist noch am Kurs, sorry. Jetzt dann aber. Ja, ich glaube, da hat sich der Leonardo, ich glaube, da können wir darauf spekulieren, dass der ganz oben stehen wird. Also ganz gefährlich, wenn wir uns aus dem Fensterlehne mit vorhersagen, was die geben soll, aber das war der größte Sprung im Man's Snowboarding Field Today. Den steht da. Und auf dem steht da bombig. Und dann kam ja noch einer. Und dazwischen ganz flüssiges Riden. Also, da hat er richtig aufgezeigt. Ja, das können wir, glaube ich, vorwegnehmen. Der wird gerade ganz oben stehen. Ja, und so viel Style in der Luft. Wow. So, das war der Junior-Event Freeride World Tour Juniors Alpbach. Zwei-Stand-Its-Geschichte und es geht gleich los zu den grossen Starting-Lease Key-Woman für heute, für den Ein-Stand-Event. Die BRN startet aus Germany. Tereza Novotna aus Tschechien als Nächste. Vicky Kenlin und Lea Goldberger aus Österreich. Weil Lea ist, glaube ich, nicht am Start. Die hat sich verletzt gestern. Tina Blisnakova kennen wir schon aus Bulgarien. Eisel Potthof aus Niederland. Und dann ein Dreierpack von Rikala Bernefield, Sarah Buse und Isabel Lindberger aus Deutschland. Also super internationales Field. Allein hier schon sechs Nationen bei den Mädels dabei. Da können wir uns auf was gefasst machen heute. Bei den Jungs, auch hier ein gemischtes Feld. Spanien, die Niederlande, Deutschland und Österreich. Tom Steiner und Nikolai Melba. Vincent de Ron Requeña, was für ein wunderschöner Name, aus Spanien. Lenz Markhoff, Deutschland, per allen Kampas Niederlanden. Jonas Reuter, Timo Rollshofen, frischer Vize-Weltmeister. Und Jonas Koch, alles Deutschland. Timo Dankl und Ruben Oberberg. Dann 63 Jules Sens. Das ist mal ein sehr bekannter Name aus Österreich. Moritz Steinwender aus Österreich. Marian Ebenbichler aus Österreich. Und Jake Müller aus Österreich. Und dann der Luca Wieland aus Deutschland. Der Tobi Kerber, den kennen wir auch. Niko Patel, Christoph Derflinger, Max Lach. Und der Michael Ralle, der gerade erst ein sehr gutes Ergebnis eingefallen hat. Genau, und jetzt bekommen wir noch ein... Oh, das hört gar nicht auf. Die Snowball, das haben wir fast vergessen. Manu Ries und Paul Spies aus Deutschland. Markus Riedl aus Österreich. Michi Fraunstein, der Papa von den Fraunstein, die unterwegs waren. Leonard Ravoy aus Österreich. Dann Adrian Adelsberger und Vincent Theurer aus Deutschland. Und weiter noch Sebastian Käpplinger. Fabio Riedl, Schwester von Olivia, die bei den Mädels fährt. Und Lorenz Neuchl, ebenfalls aus Österreich. Dann der Jonas Petrich aus Österreich. Der Alexander Bohner aus Deutschland. Der Anton Zolotarev aus Russland. Und Alexander Schulze aus Deutschland. Und der Phil Lanius, den wir auch schon kennen, aus Österreich. Genau, und dann kommen noch die Mädels bei den Snowboarden. Marie Leudl, Natascha Birnbacher aus Österreich. Martina Matula mit 30 aus der Slowakei. Hanna Gutemann, Lena Oberdorfer. Oliver Riedl, da ist die ganze Familie am Start. Dalia Zako Diaknia, das waren wir jetzt zu schwierig. Bitte um Entschuldigung. Also, was haben wir gesehen? Ein super internationales Feld. Jede Manktion, wir können gespannt sein. Und bevor jetzt der Event losgeht, werden wir noch einen Vorläufer sehen. Und zwar ist es der George Bull. Wir sehen ihn hier schon im Start, mit der Vorläufernummer und dem gelben Rucksack. Und das ist eine ganz besondere Geschichte. Vor zwei Wochen gab es ja in Japan ein großes Lawinenunglück, wo zwei Menschen ums Leben kommen, die wir sehr vermissen. Der eine war der Stiefbruder von Josh, der jetzt hier am Start gesteht. Und der andere, der Chris Schäffi Schäffiger, das Herzstück der Innsbrucker, wenn nicht mit der österreichischen Freer-Szene. Und an die wollen wir jetzt gerade im Moment denken, wenn wir dem Josh zuschauen, wie er da seine Sprünge zieht. Für ihn auch ein ganz besonderer Moment. Ihn gedenken an seinen Stiefbruder, den er verloren hat. Trotzdem das weiterzumachen, was er will. Ich war gerade drei Tage mit ihm in den Sellreintaner Alpen auf einem Tourencamp. Und das ist so ein lieber Kerl, 23 Jahre Kalifornien. Und er sagt, auch wenn der Bruder verstorben ist, es gibt nichts, was er lieber machen möchte, als weiter in den Bergen zu sein, Skifahren und Snowboard zu tun. Er ist Freestyle-Coach. Und ja, man sieht, er fühlt sich pudelwohl, sowohl beim großen Felsen oben ist er drüber gekupft, als auch hier beim zweiten Felsen gleich ein Dreier gemacht. Also vielleicht sollte er eigentlich als Teilnehmer mitfahren, nicht das Vorläufer? Ja, super Skifahrer auf jeden Fall. Ja, und das ist natürlich mega schade, dass sein Bruder Kylie Smeyne und der Schöffi, dass er sie leider erwischt hat. Und nämlich auch mit tatsächlich wahnsinnigem Pech. Das war eine Jahrhundertlawine. Normalerweise kann man Freeriden durchaus sehr sicher ausführen. Aber ja, manchmal gibt es auch Pech. Wow, super cooler Backflip. Er lässt da richtig für den Spirit, für die anderen Rider einen guten Run raus. Weil wenn der Vorläufer einfach einen schönen Run zeigt und freut man sich als Rider richtig, das ist super motivierend. Ja, sein verstorbener Bruder war ja Weltmeister in der Halfpipe. Und da sieht man die Freestyle-Skills, die auch er mitbringt. Und das war jetzt sozusagen in memory of Kylie Smeyne, den Bruder von Josh. Und jetzt schauen wir uns einen Clip an vom Christoph Schöffi Schöffegger, der ja wie gesagt das Herzstück der Innsbrucker Frieder, der Österreich-Friederszene ist, der hier Open Faces immer gerne mitgefahren ist, der aus Österreicher Freeride-Meister war. Ja, Schöffi, mir verschlagt es viele Stimme, ich bedenke dich. Jetzt schauen wir an, wie du mit deinem Monoski einen so guten Vive hineingebracht hast, in die Contest-Welle, den du einfach beim Gastein-Contest vor vielen Jahren einfach sagst, ich fahre jetzt mit Monoski mit. Das schauen wir uns jetzt an, weil das ist pur, Schöffi. Okay, die G-Sack, es dauert noch eine Minute, bis sie den Clip fertig haben. Ja, wir müssen doch ein Wort überführen, es waren sehr viele Lawinenunfälle in letzter Zeit, gerade nach diesem letzten Schneefall. Und wir werden als früher natürlich da viel, werden wir viel gefragt, wie wir damit umgehen, vor allem mit diesem Lawinenrisiko, das immer in der Moment ist. Man muss einfach nach den Regeln spielen. Zum Beispiel dieser Wettkampf hier im Alpbach hätte letzte Woche eine Stadt finden sollen, es war Lawinenbahn Stufe 4 und auch wenn daheim gesichert werden können, hat Sicherheitschef Markus Vogel gesagt, nein, wir können nicht die Signalwirkung geben, es hat Lawinenbahn Stufe 4 und wir fahren einen Contest, das geht einfach nicht. Bei Lawinenstufe 4 habe ich die Piste einfach nur in ganz bedingten Auslass zu verlassen. Und wenn wir anschauen, was letztes Wochenende passiert ist, muss man sagen, ganz viel Dummheit. Das Freiraten ist so ein toller Sport und wenn man sich ein bisschen auskennt und Ausbildung macht und mit erfahrenen Leuten zusammen ist, dann kann man im Gelände ein ganzes Leben unterwegs sein, ohne dass man mit Lawinenproblemen hat oder ohne, dass man das Rest sich hoch in der Höhe schraubt, wo es wirklich gefährlich ist. Aber man muss einfach diszipliniert sein und das probieren wir natürlich auch, die Kids in unseren Camps und in unseren Academies beizubringen, dass es einfach Spaß da draußen zu holen gibt, aber man muss einfach immer auf die Sicherheit schauen. Genau und es ist ein Outdoor-Sport und es ist nicht so, dass wir dem Berg diktieren oder dem Schnee diktieren, was möglich ist, sondern wir lassen uns am jeweiligen Tag, gibt es einfach Möglichkeiten. Und wenn es gefährlich ist, nachher fährt man nicht in steile Sachen rein, Punkt. Man wartet einfach zwei Tage, drei Tage, fünf Tage länger, das ist es nicht wert. Und hier hören wir jetzt das Video vom Schwerpunkt. Jetzt ist der Krieg um die Oslo-Führung, Basel und Brand. Ja, wir hören einfach das Original-Kommentar vom Kaisack ist noch guter Räner. Aber was man da jetzt genau schaut, ich denke, der Christoph fährt mit einem Monoski. Er war wirklich mit einem Monoski, also ich habe geglaubt, er kommt nicht nur da. Das heißt, damit gibt er quasi den Kampf um den Titel auf, aber er hat gesagt, für ihn geht es wirklich jetzt um den Spaß. Strayriden ist total sein Leben und es macht einem total Spaß und der will er uns heute für ihn selber am meisten zeigen, glaube ich. Wie geil, mit dem neonroten Anzug und mit dem Monoski, Christoph Schöpfer, wie geil ist das bitte? Er hat sich vom Papa einen neon-pinken Overall ausgebohrt, aus dem Jahre We Don't Know. Hammermäßig, Christoph Schöpfer ist zum Auffassen, jawohl. Aber er kommt hier einherunter und jetzt die Nahausnahme ist natürlich genial vom Schöpfer. Absolut genial. Ein Applaus. Also er zeigt einfach, das ist das Spirit, das ist Leben, ihm taugt, das ist Spaß. Er ist einfach gern am Berg und das ist bester. Freunde, Fan und Gauri und man muss dazu sagen, Schöpfer hat... Genau, das war sein Leben. Er hat an dem Tag die Show wirklich über seine Mitbewerbschaft um den österreichischen Friweid-Titel gestellt und hat gesagt, nein, mir ist das wurscht, mir geht es um die Gauri und das wollte er allen zeigen. Genauso war er Schöpfer. So werden die in Erinnerung behalten. Und danke Schöpfer für das, was du immer beitragen hast. Das muss man auch mal sagen. Wir brauchen Menschen, die den Sport lieben. Und dann ist es für, ich lebe weiter in der Freer Academy Innsbruck, die du gegründet hast, genau damit junge Leute sicher seinen Berg und das werden wir die nächsten Jahrzehnte machen. Und du schaust jetzt ab auf uns und schaust zum ersten Skifahrer oder Skifahrerin, nämlich zur Tabea Runge, die jetzt den Einstein Freer World Qualifier Alpachtal eröffnet für die Erwachsenen. Genau, wir wissen nicht viel über die Tabea, weil das dürfte ihr allererster Contest sein. Wir wissen genau gar nichts. Wir wissen nicht mal, wie alt sie ist. Wir wissen gar nichts. Also ein Überraschungsei praktisch. Das ist super. Überraschungspakete haben wir besonders gern, weil immer wieder tauchen echte Perlen bei diesen Einstein Contests auf, die dann durchwandern durch die Challenger und Qualifier Serien und auf einmal ein, zwei Jahre später auf der World Tour sind. Dafür sind euch diese Ein-Stern-Contests da. Also es wird da durchaus auch geschaut und gescoutet, wer da daherkommt. Immer wieder gibt es dann auch Wildcard-Vergaben für höherwertige Contests oder mehr Stern-Contests. Stellt sich auf jeden Fall jetzt als unbeschriebenes Blatt in die Auslage und die ersten fünf Turns zeigen schon einmal, dass die halt nicht ihren ersten Power-Tag da oben verbringt. Viel versprechende erste Turns. Ja, Wahnsinn. Steht super gut am Ski. Das ist natürlich, da freuen wir uns immer besonders, wenn einfach Menschen reinkommen, die richtig gut Skifahren oder Snowboarden können. Der Wehr findet da jetzt auch noch Untracked. Super nice. Ich finde, eine super Linienwahl ist da gleich zu Skiers Ride hinausgezogen auf die Ridge und mit einem leichten Airdrug hineingekommen. Flüssige, große Turns. Also das gefällt mir wirklich sehr gut. Genau, hat da auch keinen Stress, durch die Steine durchzufahren und praktisch die Sharks zu challengen. So heißen die Steine, die direkt unter dem Schnee sind und manchmal ganz schön gefährlich. Und jetzt durch die Bäume mit viel Speed Richtung dem Scottyker. Bin ich gespannt. Jawohl. Also ganz eine saubere, sichere Fahrt. Vielleicht hätte sie oben noch den einen oder anderen eher einbauen können, aber hat sich entschieden, lieber mehr am Boden zu bleiben und dafür ihre Stärke und die ist ganz sicher die Skifahren, das kann man können, da auszuspülen. Also für einen ersten Contest, glaube ich, hat sich da eine super Taktik zurechtgelegt. Genau, weil hier ist es natürlich auch so, wenn man eine gute Platzierung in einem Einstern hat, dann kann man unter Umständen auch einen Startplatz in einem Zwei-Stern-Contest auf der Qualifier-Serie sichern. Und das ist natürlich das Ziel, dass man langsam durch die Ränge praktisch der Contest Genau, weltweit gibt es über 100 Contests im Nachwuchsbereich, Ein-Stern-, Zwei-Stern-, Drei-Stern- und Vier-Stern-Contest. Je höher die Sternenanzahlung, desto mehr Punkte gibt es und je mehr... Nicht stürzen, der Bär, fahr weiter! Sie hat es je noch an, einen Score gibt es auf jeden Fall. Sie winkt einmal, als es okay ist. Da werden natürlich ein paar Punkte weg sein. Schaut, weil es ist so knapp vom Ziel und bis dahin war es richtig, super, sauber. Ja, das kann halt passieren, an manchen Tagen will es einfach nicht richtig gehen. Aber nichtsdestotrotz, super nice run, gerade die ersten Turns der Bär, richtig gut eingestartet, so wollen wir das sehen. Und nicht zu vergessen, über 300 Meter Höhenunterschied hier. Der Armin Astro will ich sagen, da pfeifen die Comanschen unten in nahe der Zielinne. Also das ist schon auch eine Konditionsgeschichte. Da unten die letzten Turns nicht mehr ganz so flüssig ausschauen, wie die oben aus dem Start gehen raus. Und damit kommen wir auch schon zu unserer ersten Snowboarderin. Yippie! Die Marie Leudl, 25 Jahre jung. Und von ihr haben wir auch eigentlich keine Infos, weil das dürfte allererster Contest sein. Aus Österreich kommt sie und das ist immer cool. Ich freue mich immer, wenn einfach möglichst viele Frauen am Start sind. Es ist über die Jahre schon so viel besser geworden. Wir haben so viel mehr Frauen im Freeride-Sport allgemein auf Ski und auf Snowboarder, als es früher war. Ich bin immer nur mit Jungs gefahren. Es ist natürlich volle Spaß, aber es ist auch geil, wenn es einfach ausgeglichen ist. Ich finde halt, dass das Geschlecht eigentlich keinen Unterschied macht. Es ist einfach auch cool, wenn einfach mehr Frauen draußen sind. Weil Sport gibt einem so viel im Leben, oder? Das ist ja nicht so, als würde man... Es macht so viel Spaß und so viel Lebensqualität. Und wie man sehen kann, ja, eine super Community. Und das sollte halt Frauen einfach nicht so verwehrt sein. Oder das kann man sich ruhig nehmen, diese Lebensqualität. Aber es gibt ja auch ein paar tolle Ansätze, so wie die Women & Snow-Geschichte zum Beispiel, oder? Genau. Die auch die Lena Oberdorf unterstützt, die gleich eine unserer spätnächsten Starterinnen ist. Ja. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch die Outdoor-Chicks in Innsbruck, die auch in allen möglichen Sportarten immer wieder Coachings für Frauen organisieren und einfach auch eine weibliche Community sind. Und dann gibt es auch noch die Exploristas, die auch aktiv sind eben in dem Vermitteln von Skills im Outdoor-Sportbereich. Ja, weil das ist natürlich auch was. Freeriden ist ein komplexer Sport. Man muss doch einiges wissen. Gerade hier sieht man jetzt ein alter Rutsch, da liegt ein Lawinenkegel drinnen, um sich sicher im Gelände zu bewegen. Und diese Vermittlung braucht einfach Zeit und auch ein bisschen zeitliches Commitment von einem selber als Sportler oder Sportlerin. Ja, genau. Aber es kann jeder lernen, gerade die Grundzüge, nicht nur des Freelands natürlich, aber auch der Lawinenkunde. Es gibt Sinn für jeden zu lernen. Es gibt so viele tolle Kurs- und Ausbildungsmöglichkeiten. Und eben in den Freerat Academies und Freerat Gruppen, die inzwischen Österreich haben, kann da jeder alles lernen, was er braucht, um sicher draußen weg zu sein. Und vor allem, was das Wichtigste ist, einfach Spaß zu haben. Genau. Ja, ein solider, flüssiger Rand von der Marie, würde ich sagen. Also, ja, da unten ist natürlich ein Snowboard nur halblustiger als die meisten Spuren. Und die weinen natürlich schon etwas müder. Aber es schaut trotzdem noch richtig sauber aus, was sie da herunterbringt heute. Genau. Und auch die Marie, gerade wenn das ihr erster Contest ist, es geht einfach um das Erfahrungen sammeln, um wie sich das anfühlt, wenn man im Start geht, ist, wenn man auch weiß, oh, hupsi, da schauen jetzt einfach doch einige hundert Augenpaare zu über den Livestream und hier in der Public Area und die Judges schauen in Fernrohr ganz genau auch noch. Also, das ist ja total aufregend. Und dass man dann in dem Moment wirklich die beste Leistung abruft und sich auch merkt, wo man hinfahren wollt und die Linie wiederfindet, was ja eine ganz eigene Challenge ist, das ist an sich schon einfach eine Leistung, die auch honoriert gehört, weil er sich da traut, im Start geht zu stehen. Genau. Und wie gesagt, wer sich hier beim Einstein-Contest beweist, der kann dann Sammelpunkte, dann geht es hinauf zu den 2-, 3- und den 4-Sterns. Die 4-Sterns sind dann sehr spannend, weil hier treffen dann am Ende der Saison die besten Nachwuchsförder der Welt in zwei Regionen, einmal in den USA und einmal in Europa zusammen und fahren gegen die Fahrer, die nach den ersten drei Events den Cut auf der World Tour nicht geschafft haben und dann battlen die, wie gesagt, um die Tickets, die prestigeträchtigen Tickets für die Fiat World Tour für das nächste Jahr. Also, eine ganz gesunde Pyramide hat unser Sport von unten nach oben und wir haben es von vielen Jungen weiter im letzten Jahr gesehen, dass es funktioniert, dass man sich innerhalb von zwei Jahren oder wie bei Max Hitzig innerhalb von wenigen Wochen sogar von unten nach oben arbeiten kann, bis zu einem Startplatz auf der World Tour. Genau, weil für, wie vorhin auch schon gesagt, für wirklich talentierte Fahrer und Fahrerinnen oder Leute mit sehr hohem Skill Level gibt es halt auch immer die Möglichkeit der Wild Cards, weil man natürlich das Niveau immer weiter steigern will. Und das wird jetzt auch Theresa Novotna versuchen, auf den Schien aus der tschechischen... From the Czech Republic, Theresa Novotna. So we switch to English because her family is probably watching. Hello to the Czech Republic. Kestle and Arva are supporting Theresa on her claim on today's event. Last year, 22nd, she finished third here in the girls category in the ADA 18 contest. So she has a podium to defend and so far she's looking like she's on her best way to do that. Yeah, and this one is obviously her first year with the grown-up women because she's just 19 fresh from the juniors. Exactly. So she has a lot of experience under her belt already competing in the juniors. It's not a first time for her, but first time with the women. And she shows us some really nice clean skiing here. Definitely one to watch. You can also check her out on Instagram. While she is making her way down towards the lower section where there would be some kickers available for some more air time. Yeah, that's one thing that we really like to see the girls hitting a lot more air. We have some really good freeriding girls, but a lot of times they're not pushing their freestyle skills too much. Why is that, Manuel? Because it's hard. Freestyling and freeriding are very closely connected on one hand, but then on the other hand not at all, because it's something very different to do freestyle tricks in the park where you can first do a speed check over the kicker and jump it a couple of times and it's always the same. Whereas in freeride it constantly changes and you have this visual inspection thing. So you're not really sure what you're going to get on the takeoff. That is the big challenge. If you're ever wondering why you have a freeride coming up towards a nice cliff or roller and it's doing just straight air, so to say, it's because you never know what to expect, especially during compass. Is the takeoff pointing a little downwards or upwards? How long is that air time going to be? Does the transition match with the speed you have and your flight curve? Can you do a rotation? How fast can you do the rotation? When you have to open up these old questions, you have to answer yourself almost like mid-air. So you have to be a very complete freestyler in order to perform freestyle tricks out in the backcountry or during a freeride competition. But also in Austria we've got some ladies coming up. Like I've been at the WBA Freeride Week and we saw actually some like flips and strays from the ladies in the one-star. So that was amazing to see. So there is people pushing it and we are very much looking forward to the next years in that sport because it's gonna be amazing. And now Teresa, she's made it down to the finish and our next competitor is Natasha Pirnbacher, aus Österreich am Snowboard, 26 Jahre und fährt schon gekommen und hat letztes Jahr hier den zweiten Platz geholt. Also, da gibt's was zu verteidigen. Genau. Und dann den dritten Platz am Kiez beim Dreistern. Wahnsinn. Das heißt, sie hat sie gleich sehr schnell raufgearbeitet und sind wir gespannt, was es da zu sehen gibt. Jetzt entscheidet sich da ein bisschen für eine andere Linie, auf die andere Seite vom Fels. Hier die Wolken haben wir jetzt für einen Moment kurz aufgerissen. Ich wollte schon sagen, jetzt wird das Wetter wirklich wolkenlos, aber es war nur ein kleines Loch in den Wolken. Die Sicht nach wie vor nicht einfach für die Fahrer. Also das merkt man schon, dass ein bisschen die Handbremse drin ist, weil einfach die Bodensicht nicht perfekt ist bei den heutigen Bedingungen. Und die Natascha befindet sich da jetzt im zentralen Teil vom Fels. So ist da, glaube ich, ein bisschen auf der Suche nach den Features, um ein bisschen Airtime zu kriegen, damit da ihr Score hinauf gehen kann. Ja, sie muss jetzt ein bisschen traversieren, dass sie vielleicht doch noch ein Feature findet. Ja, die Orientierung, Flo, über das kann man sehr viel sprechen, während sich Natascha hier… Ja, und da gibt es auch so verschiedene Ansätze. Also ich kann mich erinnern in meine World2Zeiten, ich habe meine Lines immer wirklich akribisch von oben bis unten geplant, fast auf den Turn genau. Weil, wenn ich vorher wusste, wo ich meine Turns mache, dann konnte ich mich viel mehr auf das Fahren selber konzentrieren. Oder konnte ich halt dann Backflips machen oder halt während dem Fahren mehr schauen, wie der Schnee ist. Aber der Xavier Del Rue zum Beispiel, Freeride-Legende, mit dem ich viele Jahre mich gematcht habe um den Weltmeistertitel. Er hat immer eher gewonnen, ich bin jetzt weiter. Der hat gesagt, Flo, du machst dich viel zu kompliziert. Ich suche mir immer zwei Features aus. Eins oder maximal drei, oben, Mitte, unten und da springt er drüber. Das waren halt meistens 10 oder 15 Meter hohe Felsen. Und dazwischen improvisiert er alles bei High Speed. Aber da muss man halt auch die Kapazitäten haben dafür, sowohl fahrtechnisch als auch mental. Dass man einfach so locker drauf sagt, okay, das sind meine Highlights. Und dazwischen fahre ich zwar Full Speed, aber ich improvisiere, kann auch nicht jeder. Ja und die Orientierung. Ich meine, man sucht sich dann halt markante Dinge in einem Face raus, was jetzt hier eh auch ein bisschen erleichtert wird durch die Flaggen bei den Kickern. Damit man weiß, okay, von dem einen markanten Stein muss ich zu dem und dem anderen Punkt im Face fahren und dort ist dann mein nächster Absprung. Ich denke, das ist doch das Allerwichtigste, dass man so die groben Richtungen innerhalb eines Runs vorher festlegt. Weil man sonst, wenn man während dem Fahren so ins Suchen kommt, dann verliert man jeden Flow. Das sehen die Judges. Es schaut dann einfach nicht mehr dynamisch, nicht mehr schön aus. Und das ist dann meistens kein guter Score. Und nächster Starter. Genau. Dynamisch schaut es meistens aus bei der Vicky Candlin. Local Hero, Vicky Candlin. Wenn ihr die Zuschauer hinter mir hört, ja, der Crowd is going crazy. Auch sie, frisch von den Juniors, 19 Jahre alt, ihre erste Saison bei den Großen, hat einige Erfolge gefeiert in den letzten Jahren als Junior. Und man sieht schon, die lässt sich anbrennen, fährt er gleich zu ihrem ersten Fels und unter dem Start geht. Super gemeistert. Ja, eine Familie mit holländischen Wurzeln. Papa ist hier im Alpachtal hängen geblieben, weil er gesagt hat, ich will mein Leben lang Skifahren, also bleibe ich doch einfach hier. Und die Kinder machen das Beste draus. Sie stehen jeden Tag auf zu skieren. Und wie man sieht, haben sie es richtig gut gelernt. Ja, das war jetzt einmal ein schönes Cliff. Ohne jedes Zögern angefahren. Super Speed mitgenommen, gedroppt, gelandet, gestompt, würde ich sagen. Das ist es, was wir sehen wollen. Super Speed auch hier von der Vicky. Ich finde das immer so cool, da merkt man einfach, da ist die Leidenschaft dahinter, die ganze Family am Berg. Und ich meine, sie ist ja auch schon letztes Jahr tatsächlich beim X-Override mitgefahren und auch in Alpbach. Also Wahnsinn, die fünfte in Kappel geworden und schön den Scott-Kicker mitgenommen. Super Speed da unten raus. Ja, Vicky, so wollen wir das sehen. So wollen wir das sehen, Vicky, genau. Auch sie ist ja Multi-Sport-Talent. Den ganzen Sommer ist sie am Mountainbike. Im Winter steht sie, glaube ich, jeden Tag auf der Ski. Also da gibt es gar nichts. Wenn man ihre Instagram-Seite anschaut, da sieht man ganz viele Podio-Platzierungen von den letzten Jahren. Ihren berühmt-berüchtigten Grinser. Und ja, den darf ich bis jetzt auch zu Recht heute zeigen, weil das war bis jetzt ein super Run. Jetzt darf man uns halt wünschen, Vicky, dass du einen der Kicker unten mitnimmst. Da wäre einer. Jawohl! Nice straight air, super Speed mitgenommen. Super, die macht da zwei Turns, wo andere vier oder fünf machen. Das gefällt mir richtig gut, Vicky. Schön, sauber, flüssig, große Turns, das wollen wir sehen, das ist Free Riding. Und kurz vorm Finish jetzt, ich glaube, das ist ein Run, zu dem wir einfach gratulieren können. Ja, Bravo Vicky! Bravo Vicky! Wir gratulieren, auch im Hintergrund hören wir es. Wir gratulieren. Schlauer gemacht mit dem Cliff da oben, das sieht man jetzt im Replay. Das hat sie wirklich einfach intelligent gelöst, hier auch beim Scout Kicker. Bisschen ein Pop, nicht zu viel, nicht zu wenig. Genau, und beim Hydro Kicker noch einmal. Super! Ja, trotz Wind ist hier ein guter Spirit in der Public Area. Die Leute sind einfach super eingepackt und genießen den Tag. Yeah! Guten Tag an das Livestream-Publikum. Ja, wir hören den Kai Zagres im Hintergrund. Zwei Unterreiner, sagen wir heute zum zweiten Mal. Passiert man das heute schon an. Kai Unterreiner, The Voice, seit zehn Jahren moderiert er die Open Faces, Free Riding Contests, immer in der Public Area und sorgt hier für Stimmung. Der kennt jeden und jeder kennt den Kai. Und da ist dann einfach gute Stimmung und Free Riding Sport zum Angreifen. Und unsere nächste Starterin ist die Martina Matula aus der Slowakei am Snowboard. 36 Jahre jung, muss man hier sagen. Und die kann es laufen lassen, weil die war schon einmal ganz vorne dabei, beim Piztal Wildface, wer diesen Contest kennt, vom Mittagskogel in Piztal hinunter nach Mandaufen. Ich glaube, es sind fast 2000 Höhenmeter dusfreie Gelände und wer als erste Runden ist, gewinnt nach dem Motto. Also auf Zeit und da muss man es wirklich krachen lassen können. Man muss es wirklich krachen lassen können und man braucht ordentliche Ausdauer, weil die Runzeiten im Piztal Wildfield sind zwischen 12 und 15 Minuten. Manche auch wesentlich länger. Und 15 Minuten durchgängig Gas geben, jo, da ist das nichts dagegen. Das hat sie drauf. Das sehen wir hier auch. Gute Grundspeed, gute Turns. Traversiert jetzt da ein bisschen zu der Lukas-Left-Seite. Ja, auf jeden Fall. Es ist zwar recht eine lange Traverse. Das schaut jetzt oft für die Chacha nicht so toll aus, aber sie wollten unbedingt da hinüber, um den guten Schnee zu erwischen und um diese zwei Dauerns zu machen zu können. Und um diesen Air zu hopfen. Wow. Martina Matula, volle Flüssig. Jetzt wissen wir, warum sie so weit hinüber gefahren ist. Zwei Big Powder Turns und ein schöner Air. Also, Manu? Ja, das kann sich anschauen lassen. Kann sich anschauen lassen. Es ist nur wichtig, dass sie unten den Speed haltet und vielleicht noch den ein oder anderen Kicker mitnimmt, wenn sie das von der Linie her ausgeht. Je mehr Features, desto besser. Das ist auch, glaube ich, eine Lehre, die man aus vielen Jahren Contestfahren ziehen kann. Natürlich ist es super, ein, zwei große Features zu haben, aber es ist auch wichtig, kleinere Features zu haben. Und unter Umständen, wenn Bedingungen schwieriger sind, ist es gescheiter, fünf kleine Features zu haben, bevor man zwei große hat, die man nie so ganz sauber fahren kann. Von dem her. Stimmt. Und was die Martina ganz gut macht, wenn man genau zuschaut, die setzt ihre Turns zum Großteil da an, wo wenige Spuren sind. Man merkt, dass sie immer wieder mal eine kleine Querung hat zwischen ihren Turns. Ah, und? Ja. Aber sie wischt nicht nur den Kicker, sondern sie ist oben ganz smart von sozusagen Powderfield zu Powderfield gefahren, um die Turns da zu machen, wo sie schön ausschauen. Also da merkt man auch ihre Erfahrung, dass sie mit 36 schon genau weiß, wo sie ihre Turns hinsetzt. Das macht sie wirklich smart. Jetzt hat sie den Schnee verschluckt. Nein, zugleich nicht. Ganz auf der Rider's Ride. Da sehe ich sie jetzt auch live aus dem Fenster auf den letzten Metern zum Ziel. Martina, danke. Mit gutem Speed. Flüssiger Run. Und vor allem der Air oben auf der Lukas Left Side. Da sehen wir ihn noch einmal. Der war wirklich lässig. Den haben wir heute noch kaum gesehen. Den hast du richtig toll ausgeschaut. Da ist er noch einmal. Echtes Highlight. Bravo. Gut rausgeschaut. Guter Pop. Ist Manu auch zufrieden, oder? Ja, ich bin zufrieden. Ich finde das immer... Es ist einfach schön, wenn man sieht, dass super Leute am Berg sind und dass die auch Gas geben und Gas geben wollen. Genau, Gas geben würde auch gern die Lea Goldberger, die allerdings gestern angerufen hat bei Open Faces, dass sie nicht am Start sein kann heute. Deswegen gehen wir direkt zu Start Nummer 32, zur Hanna Gutermann weiter. Die 2022 5 Koms gefahren, war 4. im Albach, 2. in Tinies in Frankreich, 5. in Kitz und noch einmal 5. in Tinie beim 3-Stein. Also sehr motivierte Saison letztes Jahr für 27 Jahre. Schauen wir, wie es ja heute geht beim Einstein im Alpachtal. Und die Hanni ist ja auch praktisch Trainingskollegin von mir aus dem Osten Österreichs. Sie ist da ganz gut in unserer Crew verwurzelt. Und super zu sehen, dass sie jetzt auch endlich Contests fährt. Das hat ein bisschen Überredungskunst gebraucht. Und ich bin gespannt, was wir heute da von ihr zu sehen kriegen. Ich weiß, dass sie ein sehr gutes Snowboarder ist. Also fit ist sie auf jeden Fall auch. Sie ist eine Kiterin, sie ist eine Downhill-Bikerin, sie ist eine Stand-up-Headlerin, sie ist Kajakfahrerin. Also Multisporttalent auf jeden Fall, die Hanni. Die ersten Turns da oben gleich einmal. Da fühlt man das erste Mal dann den Schnee, wenn man so als Rider aus dem Start geht, rauskommt. Und probiert da praktisch sofort zu adaptieren. Okay, wie fahre ich jetzt weiter? Wie viel Speed geht? Geht es jetzt alles so aus, wie ich das plant habe? Oder muss ich doch irgendwie irgendeinen Drop ein bisschen anders fahren? Mehr poppen, weniger poppen? Ist der Schnee schnell oder langsam? Das ist so in den ersten zehn Sekunden, was einem da durch den Kopf geht. Genau. Und dann kommt der erste Rollover und da wissen wir, bin ich da richtig hinter dem Rollover, wo ich nicht hinsehe? Da müsste dann mein erster Sprung kommen. Die ersten Kunden sind immer sehr spannend. Und wir sagen es noch einmal, keine leichten Bedingungen, gerade für die Snowboarder heute. Weil natürlich viele Spuren inzwischen im Hang sind. Und das mit dem Snowboard ist viel schwieriger, als wenn du eine glatte, smoothe Oberfläche von oben bis unten hast, wo du es einfach laufen lassen kannst. Die Hanni macht das bisher super solide, fahrt da mit einem guten Speed und im guten Schnee, den besten, den sie finden kann, ihre Turns runter, surft da praktisch den Berg. Das gibt uns auch die Gelegenheit, gleich einmal auf die Chatschik-Katerien ein bisschen einzugehen, oder? Da hast du gesagt, guten Speed, also Geschwindigkeit, Flüssigkeit, eines der wichtigsten Kriterien. Im Gegenzug sollst du aber, oder wäre es schön, wenn du nicht die leichteste Linie in Bergnummer willst, sondern eine gespickt mit vielen Schwierigkeiten und Felsen, oder? Das steht sich so ein bisschen gegenüber den zwei. Genau, also man sollte eine Linie wählen, ich sage immer die schönste, spektakulärste, flüssigste und ästhetischste Linie mit der meisten Airtime. Ohne einen einzigen Kontrollverlust, dann ist man richtig gut dabei. Also wir wollen eine spektakuläre Linie, aber gleichzeitig möglichst schnell. Und dann die anderen Kriterien, die da reinfließen, sind wir wollen möglichst spektakuläre Sprünge, aber keine Stürze, da steht sich auch wieder ein bisschen gegenüber. Genau, und gute Turns, also gute Technik, im Sinne von, dass man jetzt am Snowboard nicht einfach auf der Backside-Kante irgendwie runterrutscht und als Skifahrer nicht sideslippt, sondern einfach richtig gute Turns fährt. Kontrolle heißt dann, dass man weder technische Fehler, noch einen Butt-Check, noch eine Hand im Schnee hat, wenn man es nicht will. Genau, Flüssigkeit. Also wir fassen nochmal zusammen die Wahl der Linie, die Flüssigkeit, die Sprünge, die Kontrolle und die Technik sind die fünf Kriterien, die die Judges bewerten, aber es gibt nur einen einzigen Score und der ist zwischen 0 und 100. Also 100 wäre das Beste, das wäre der Perfect Run. Null oder 1 Punkte gibt es, wenn man einen schlechten Run fährt. Und zum Mitdenken, jeder Fahrer startet mit 50 Punkten im Startgeld. Also man kann sich von den 50 durch einen guten Run nach oben arbeiten, man kann aber genauso gut durch Stürze etc. abbauen und dann gegen 0 gehen. Genau, das ist wie ein Fieber-Thermometer, es ist ein Judging-Panel von drei Judges, die während... Oh je, ich glaube jetzt hat sie da ein bisschen ein technisches Problem gehabt. Genau, das ist ein gutes Beispiel. Sie werden hier nach einem schönen Run mit 65, 70 Punkten angekommen und hat hier einen kleinen Sturz, dann würden die Judges wahrscheinlich zwischen 5 und 10 Punkten abziehen. Das heißt, sie kann trotzdem den Run fortsetzen, kriegt einen Score, aber wird hier einfach um diese Punkteanzahl reduziert, die sie da durch diesen Fehler verloren hat. Genau und unsere Judges sind alle sehr erfahrene, die meisten entweder ehemalige Rider oder Riderinnen oder haben die Ausbildung gemacht, das kann man auf der Freight World Tour Seite nachlesen. Pro Panel sind immer drei Judges und es wird dann der Mittelwert von den jeweiligen Scores eingetragen. Beim Judgen darf nicht gesprochen werden oder kaum, damit man sich nicht gegenseitig beeinflusst und auch die Judges werden jetzt ganz genau auf unsere nächste Starterin, die Tina Blisnakova aus Bulgarien schauen. In Bulgarien ist eine richtig starke Freeride Szene am Start, die auch hier in Tirol sehr aktiv sind und auch ihre Saison hier machen. Und dann im Sommer sind sie alle irgendwie total viel am Kiten. Das ist eine richtig gute Crew, die sich auch gegenseitig über die Jahre tatsächlich sehr gesteigert hat und gegenseitig voll den Spirit hier mitbringen. Genau. Oh und wow, die steuert gerade da auf ein richtig großes Cliff zu. Yeah. Hat sie geschickt gemacht auf die linke Seite runter. Das ist das Cliff, was wir jetzt auch schon bei den Juniors öfter gesehen haben. Genau. Größte Cliff der Ski Girls. Letztes Jahr war sie noch bei den Juniors und da war sie hier Zweite. Im ersten Jahr jetzt bei den Großen und zeigt schon hier eine solide Leistung. Gleich eines der grössten, nämlich das grösste Cliff bei den Ski Mädels bis jetzt. Also die Tina lässt mal nichts aus für 19 Jahre. Das Freeride Team Bulgarien repräsentiert. Yeah. Supergeil. Scott Kicker. Die Manu freut sich, freut sich immer. Klick gleich einen Smile hier neben mir in der Kommentatorenkabine im Kommentatoren-Truck, wenn die Mädels gute Leistung zeigen. Brava Tina, das wollen wir sehen. Bitte weiter so bis unten. Genau. Supergutes Skifahren auch solide. Haltet alles gut beieinander, obwohl es echt jetzt schon ein langer Run ist. Und auch sie wird da glaube ich sehr happy sein heute, wenn das so weitergeht. noch der Hydro-Kicker. Yeah. Jawoll. In ihrer dritten Wettkampfsaison, eigentlich muss man ja auch wegrechnen wegen Corona, da sind kaum Wettkämpfe passiert. Also ist eigentlich erst die zweite solide Leistung. Ein Jahr bei den Juniors und jetzt bei den Großen. Bravo Tina, das freut uns. Jetzt ist sie glaube ich dann auch schon froh, wenn sie mal ins Ziel geht. Jetzt hat sie ganz ein bisschen, hat man schon gemerkt, so nah, jetzt irgendwie so richtig kuschen mag sie nicht mehr. Aber wahnsinnig schön, der erste Kliff da oben, das war richtig super. Also hat sie ja schlau gemacht mit der Zufahrt und Sprite Eagle. Genau, da können wir, ja da sind wir happy. Die nächste oben aus Österreich auf dem Snowboard. Lena Oberdorfer und Manu zu der kannst du uns was erzählen oder? Ja, das ist nämlich eine der Frauen, die sich sehr dafür einsetzt, dass andere Mädels und Frauen super Freude im Freeriden, im Outdoorsport haben und hat deswegen auch eine Gemeinschaft gegründet, die Women of Snow, denen man auf Instagram folgen kann, damit sie einfach andere Frauen inspiriert, dass sie Gas geben. Wie vorhin schon erwähnt, es gibt da verschiedenste, gut tollerweise verschiedene Initiativen und ja, wir haben hier somit eine Fahrerin im Face, die einfach Freeriden liebt und das auch teilen möchte mit anderen Mädels. Sprich, unbedingt mal auf Instagram folgen und sich inspirieren lassen da draußen. Genau, Women of Snow als Female Freer Collective, das ist ihre Inspiration und sie ist ja eine studierte Weltenretterin, wie sie selber sagt. Sie hat Umweltmanagement und Ökotoxikologie studiert, das ist so schwierig, dass ich es kaum aussprechen kann. Und ja, macht sich viele Sorgen um unsere Winter. Du kannst dich ein bisschen erinnern an die POW-Initiative, Protect Our Winters, die unter anderem auch vom berühmten Snowwater Jeremy Jones aus den USA gepusht wird, der damit sogar bei Barack Obama beim US-Präsidenten war, um hier Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Er hat also da viel Geld gesammelt, um den Klimaschutz zu stützen, das sind halt tolle Initiativen hier. Vor allem ist Snowwater, Protect Our Winters von Jeremy Jones und Women of Snow von Lena Oberstdorf. Ja, genau bei Protect Our Winters, da bin ich selber ja auch in der Athlete Alliance aktiv. Also wir probieren, Freeriden ist ein Sport, der einfach eigentlich mit der Natur in Verbindung steht und natürlich auch einen Einfluss hat, der nicht immer nur positiv ist. Das heißt, wir probieren unser Bestes zu geben, um unseren negativen Einfluss so gering wie möglich zu halten und gleichzeitig Leute dazu zu inspirieren, irgendwie einen positiven Impact aufs Klima zu haben und so effizient wie möglich anzureisen. Normalerweise sind 70 Prozent der Emissionen von einem Winterurlaub durch die Anreise generiert und es gibt ja super öffentliche Verkehrsmittel. Leider hat da jetzt die Lena ein bisschen ein technisches Problem gehabt. Genau, auch hier ins Altbachtal kommt man durchaus mit den Öffis her, beziehungsweise Rideshare ist eh viel lustiger, wenn viel mehr Leute in einem Auto sind. Ja, also wir sind heute zu sechst in meinem Bus hergefahren, der war knallevoll und du bist dann auch eine Vorreiterin. Ihr seid ja sogar auch zur Freer World Tour mit Bus und Zug gefahren, auch wenn sie mal zwölf bis zwanzig Stunden anreisen waren. Also seid ihr wirklich am Vorzeugeweg, was das anbelangt. Okay, let's switch back to English for Mr. Mrs. Sorry, Mrs. Eisel Potthoven. 21 Jahre alt, von den Niederlanden und es ist der sehr erste Freeride-Event. Ich bin immer fasziniert mit der Motivation und der Stil und der Courage von allen Leuten aus den Niederlanden. Ich bin von Viener und habe drei Stunden bis zu properen Mountains. Aber die Leute aus den Niederlanden haben eine viel länger Zeit oder langweilige Zeit zu kommen. Und dann haben wir so sehr starken Crew, besonders in Tirol, die sind so großartige Riders, Skiers und Snowboarders, und so motiviert und immer in wirklich guter Spirits. Die Leute aus den Niederlanden sind die besten zu hangen und partieren. Und ja, sie lieben zu shredden. Die meisten aus den Niederlanden kommen aus den Niederlanden und aus den Niederlanden. Und dann sind sie so stoked zu sein, in den Niederlanden und in den Niederlanden. Das ist wahr. Ich erinnere mich in der Austrian Snowboard Association, zu beenden Snowboard instructors, zu werden staatlich geprüfte Snowboardlehrer, zu beenden Snowboard instructors. Und die Deutschen waren die meisten motiviert, weil sie nichts für die Gange genommen haben. Sie lieben es. 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 Sie wollen es. Sie wollen es. Sie haben eine ganze Zeit, als Snowboard instructor, in den Winter, in den Mountains. Sie haben einen Glimpse in den Augen. Und Isel ist jetzt wirklich mit speedy, langen, wide turns. Sie ist nicht zuhörig, 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 zuhörig. in der anderen Riders. Also, wenn wir Tabea Runge mit Pipomach 25, die erste Mädchen in der Skier-Kategorie haben, und Isel mit ähnliche Räume. Und die Juden müssen genau verhören, wer schneller war, wer besser war, wer bessere Fähigkeiten, wer mehr Zeit war, wer mehr fluide war. Und dann werden sie die aufgrund der Unterschiede. Ja, weil es sehr wichtig ist, welcher Ranking du hast für die Zukunft. Und Olivia Riedl zählt zu dieser Zukunft, weil die Olivia hat da auch schon einen ordentlichen Trail, eine ordentliche Spur im Freeriden hinterlassen. Erstens einmal, beeindruckendes Instagram, gibt immer Gas, kommt aus einer der Familien, wo einfach die ganze Family immer am Schnee ist, ist jetzt 21 Jahre jung am Snowboard. Und ich denke, du kannst da nochmal mehr sagen dazu, Flo. Oh ja, Ihren Papa kenne ich schon sehr, sehr lange. Und die ganze Family ist super sportiv, auch ihr Bruder heute am Start. Und es könnte sein, dass wir heute eine Neuheit sehen, weil sie hat einen Sprung geplant, den sie noch nie in einem Contest gezeigt hat, den sie regelmäßig beim Freeriden zeigt. Und schauen wir mal, wie sie heute läuft. Wenn sie gut drauf ist, haben wir doch eine Chance, dass wir hier eine Neuheit sehen. Und sie ist so ehrgeizig, sie sagt immer, sie fährt nicht gegen ihre Konkurrentinnen, aber sie setzt sich ihre Challenges, möglichst schnell zu fahren oder möglichst große Felsen zu upfen. Und wenn sie das schafft, dann ist sie all smiles. Und wenn sie es nicht schafft, dann ist sie stinksauer. Ja, super, Olivia. Wow, das war jetzt mal ein richtig guter Start, richtig gute Technik. Nice, der Cliff Drop. So wollen wir das sehen. Super smart, nicht zu groß genommen den Cliffen, eher auf die Riders Left Seite hinunter. Da war eine superschöne Pulvertasche, Powder Pocket. Sie hat zwar ein bisschen reingesetzt, aber mit ihren starken Muskeln, der ist gestafft, dass sie da auf den Beinen bleibt. Jetzt geht es durch den kleinen Wald, durch in Richtung Scott Kicker. Ja, beeindruckend. Ich meine, so viel Motivation. Da ist sie! Wow! First ever backflip in the women's nobody field in open faces in 10 years history. Bravo, Olivia Riedl. Super, Olivia. Da fliegt irgendwas weg. Ich glaube, sie hat ihren Handschuh verloren. Wow, aber ja, so was wollen wir sehen. Geil. Und vor allem, das hat sie echt fast gehabt. Da hat echt fast nichts gefehlt. Super. Egal, was die Judges dazu sagen. Also in meiner Richtung müssen sie 20 Punkte dazugeben für den Backflips. Sie können ja dann 10 für die Landung wieder abziehen. Aber das war eine richtig tolle Show. So viel Mut und Courage. Ich möchte wissen, was sie flort hat. Ihre Brille oder ihre... Und noch einer! Und die stellt sie auf die Füße! Yeah, stopp! Oh mein Gott! Standing ovations neben uns. Die Juscher springen von ihren Stühlen und hüpfen und gratulieren jetzt schon. Yeah, Olivia! Und sie reist gerne wieder rum. So geil! Bravo, Olivia! Wahnsinn! Ah, das freut mich gerade richtig, richtig, richtig. War das super Run! Das ist eine Progression im Gürsten-Oberding-Sport. Oben über den Felsen. Schwierige Landung. Und jetzt am Weg zum Scott-Kicker. Da hat sie ein bisschen viel gesprungen. Ganz locker. Riesiger Sprung. Lockere 10-15 Meter. Überdreht etwas. Jetzt ist man sofort wieder auf den Füßen. Verliert. Ich glaube, den rechten Handschuh hat sie verloren. Lasst ihn einfach liegen. Und dann geht's zum letzten Kicker. Und da stellt sie ihn einfach auf die Füße. Wow! Landet es als Versions-Traiter. Bravo! Bravo, Olivia! Super! Ich glaube, da kannst du nur einen Kommentar dazu geben. Auch wenn die Ricarda schon im Startgeld steht. Das war jetzt spannend. Und wir haben jetzt aber die Ricarda Bernfield aus Deutschland schon am Schnee. 29 ist von Popeyes, Eyewear, Skimon und Gigaclide gesponsert. Und es ist ja allererstes Event. Wow! Dafür macht sie das ganz schön gut. Super! Ich finde es toll, die 29. Das heißt, manche Juniors, die mit 19 schon bei den Junior World Championship mitfahren und schon vier Contest Jahre in den Beinen haben. Und sie fährt jetzt ihren ersten Event. Das finde ich auch richtig toll. Man ist nie zu jung, um zum Freeriden Nachwuchs zu gelten, oder? Ich finde man ist vor allem nie zu jung, um irgendwas Neues anzufangen. Das zählt fürs Freeriden und für ganz viele andere Sportarten auch. Ich hatte heuer auch schon die Ehre, jemanden mit Ende 20 mal Snowboarden beizubringen. Und immer wieder ist es auch sehr cool, wenn Leute zwischen 30 und 40 oder auch noch älter einfach mal mit Schneesportarten anfangen. Weil das kann man immer lernen. Und das Gleiten hinunter über eine rutschende Oberfläche macht einfach Spaß. Genau. Das zeigt uns hier auch ganz super die Ricarda. Ja, und nimmt dann auch den Scout Kicker mit. Genau. Ja, wir sehen jetzt langsam ihren Schatten. Also der Föhn tut seine Arbeit und pustet die Wolken etwas weg. Das freut mich sehr, weil im Man's Kingfield erfahrungsgemäß geben die Jungs dann richtig Gas. Und wenn da die Sicht besser ist, dann wissen wir jetzt schon, dass sehr viele ihre Sprünge auf die Füße stehen und weniger Stürze sind. Da freuen wir uns natürlich schon drauf. Die Ricarda fährt da jetzt ganz zum linken Teil des Feses, um da glaube ich noch unten den Kicker mitzunehmen. Der Wind ist sicher total unangenehm oben für die Leute, für die ganzen Rider am Start. Aber ist jetzt super für uns, weil er eben ein bisschen die Wolken da weg treibt. Genau. So, den hat sich auch noch super mitgenommen. Ja, ist einfach in den letzten Turns vor dem Finish. Ja, klar. Vielleicht sucht sie da jetzt noch ein bisschen am Powder, oder? Oder hat sich doch überlegt, dass sie noch den Mon's Royale Kicker mitnimmt? Den haben wir eigentlich heute noch selten gesehen, dass der irgendwie, trauen Sie für interessant? Ja, es ist so, dass hier am Widersberger Horn die meisten Fahrer oben diese Riders Right Seite nehmen, weil natürlich auch zwei Felsen zum Sprung sind, die die Punkte geben. Und wenn man dann die Kicker auf der Riders Left nehmen würde, würde es eine ziemliche Traverse bedeuten. Schaut so diese wunderschöne Aussicht dann hinunter ins Zillertal, auf der Rückseite von Widersberger Horn bis hinaus. Das Oberital sieht man da Richtung Innsbruck. Ein mega Aussichtsberg und auch außerhalb der Contest-Zeit. Super zum Free Riden. Darja Zakudyakina, from Russia. I do not anywhere in Russia so we can not greet her friends and family watching, unless you do not know anything in Russia. Mhm. Ja, we are, I mean, we are having a kind of trouble there internationally right now. So, yeah, but what I did is, because I was super curious about her and as far as I understood, she is also living in Innsbruck. And she has some like carving snowboard videos on YouTube, so she can definitely ride those turns. So we'll see what she's able to show us here in the lower part of the face. Definitely some good riding, good technique. We can already see that passing by the media team here in the middle of the face. It's also so cool that we have, that the rider is going to actually get great pictures and footage afterwards from their runs. For some of the riders, it might be the first time that an actual professional photographer is making pictures of them. We got Mia Maria Knoll here, which is like years over years of doing some of the most beautiful pictures in the free riding circus. And all the riders always love it to get like a good shot of yourself, which actually kind of proves that you're looking all right as well. It's true. And I mean, if you're thinking of becoming a more professional athlete, producing footage is pretty much your job. Like if you look at the pro free riders in the world, yeah, competition is one thing. But just to be out there and produce amazing pictures, like show your skills and work together with your supporting partners is part of the job. And it's one of the most beautiful parts. It's like, for example, the trip you and me, Manu, did to Iceland for our partner Jules Beau was great. So you get a budget and all you have to do is venture out, have a great adventure, bring cameramen and photographers and yeah, collect as much good footage as you can. Which on that Iceland team, for example, we did, I think. Yeah, it was also like, you can still watch that. It's still online. Little short movie called Volcanic Kingdom. You'll find it on YouTube. Yeah. And it's also, I mean, for me, all the free riding just opened so many doors towards the whole world. I mean, I've been riding, snowboarding all over the world from Japan over Canada, over to Iceland and Romania and Kyrgyzstan and pretty much everywhere. And also connecting to other people, loving the same thing. It's a big international, call it free ride family. You got some couches everywhere in the world to crash wherever there's snow close by. You probably know another human loving it too. Exactly. And so it's also an international. And if you're a good rider, you can finance all that by producing great footage for your partners and sponsors. So if that's a reason to become a professional free rider or if that's the reason, then I don't know. To me, it was always the one reason to do it, to travel the world and meet people and have great adventures. Yeah. Yeah. And also, I mean, we got also like from Russia now Anna Orlova actually competing in a world tour also in the women's snowboard category. I mean, we've known each other for years and years and all the time. Our path is crossed and then we know the same people and so you're always connected. And that feeling of connection is such an important thing as well. It is important, yeah. It's 28 years old, young, it's your first event and is, yeah, Surflehrerin beim Prüla Surf Club 1976 and comes from Konstanz am Bodensee. In a very nice place, we have a quite a good river in the area and show it us in the right direction. We've seen a super Skifahren, we've also taken a bit of airtime with us. She's not on the biggest cliff, which is maybe a smart idea. If she's not to this, then it doesn't make it any sense, but she's better to show that she can really well skifahren. She can't have a bit of fun. Genau, also bitte nicht viele unserer Fahrer heute, die zum ersten Mal im Leben einen Freer Contest begleichen, gleich mit Freer World Tour vergleichen. Alle haben so angefangen und wenn die Sarah hier sich einen schönen Felsen aussucht und sich genau überlegt hat, dass sie genau darauf strukturiert hat, dann finde ich, ist das schon eine richtig coole Leistung, dass sie genau ihre Line findet und genau das macht, was sie will. Am Squat Kicker. Straight solide drüber genommen, super und haltet auch ihren Speed. Ich finde das immer auch cool, wenn man einfach sieht, dass die Leute Outdoor Sport leben und verschiedene Sportarten machen. Davon profitiert man immer auch für den Winter, weil natürlich muss man im Sommer schon arbeiten, dass man fit ist, dass man so ein Face von oben bis unten ordentlich fahren kann. Ja, auf jeden Fall. Die Freer Community, gerade in Innsbruck ist es eine sehr, sehr freie Community, viele Langzeitstudenten, Leute, die einfach alles tun, damit sie im Sommer vielleicht mehr arbeiten und im Winter dann fünf Monate wirklich nur Skifahren können. Und das vereint euch die ganze Szene. Ich kann mich erinnern, du hast glaube ich fünf Jahre lang oder zehn Jahre lang probiert, einen Magisterabschluss zu machen, aber irgendwas anderes Sportliches war immer spannender. Ja, genau. Irgendwas anderes Sportliches war immer spannender und irgendwann kann man dann die anderen Dinge im Leben erledigen. Weil, was natürlich schon ein Punkt ist, da sehen wir ein bisschen Airtime. Und der hat mir besonders gut gefallen, hat sie ganz genau gewusst, dass sie da hin so... Ja, sehr gut. So, gratuliere. Ja, gratuliere zu diesem Run. Und unsere nächste, die Sonka Kurz aus Deutschland am Snowboard kennen wir. Die hat sich nämlich bei uns gemeldet, damit sie mal ein bisschen ein Coaching kriegt. Und das hat sie über die Innsbruck Freeride Academy tatsächlich bekommen. Ein bisschen was zu Lines. Wir haben festgestellt, sie steht super drauf. Um Himmels Willen auf jeden Fall Contest fahren. Ist Snowboard-Lehrerin. Das wird mir auch gleich saubere Technik. 22 Jahre. Ihr habt mich sehr gefreut. Sie hat ein paar E-Mail geschickt an die Academy. Hey, ihr seid doch eine Freeride Academy, wo nicht bei euch vielleicht Shred Buddies zum gemeinsamen Freeriden gehen. Ich will besser werden. Ich will Contest fahren. Und dann habe ich gesagt, ja, du bist genau in der richtigen Adresse. Und ja, ich habe sie dann mitgenommen zu den Freeride Junior World Championships nach Kappel und hat sich da ein paar Coachings angeschaut und ist ganz wissbegierig. Und ja, war schon sehr gespannt und voller Vorfreude, das erste Mal in einem Start geht zu stehen für einen Freeride Contest. Und fühlt sich der Brudel wohl auf die Arbeit. Fühlt sich der Brudel wohl, ja. Also das erkennt man gleich an der Körpersprache. Wenn da kleine Hupfer sind, dann fahrt ihr außenrum, sondern nehmt ihr gleich mit. Genau, die Freeride Academy ist ja eigentlich für Jugendliche, also bis 18, prinzipiell als Coaching-Base gedacht. Aber natürlich freuen wir uns auch immer innerhalb der Community, unterstützen wir uns gegenseitig so viel wir können. Und das heißt, es ist immer willkommen, sich zu melden und dann schauen wir, dass wir die besten Lösungen für jeden finden und für jeder, die einfach motiviert sind, im Freeriden weiterzukommen. Wir teilen da wahnsinnig gerne unser Wissen. Und die Sonka steht da sehr solide drauf und fahrt da auch super stark, das muss man echt sagen. Genau, also für die, die interessiert sind, Open Faces geht er heute noch nach Oberkogel zum großen Saison-Finale. Da gibt es einen Zweistern und den großen Vierstern-Contest am berühmten Hangarer und im Rahmen des Events gibt es auch Freeride-Workshops. Mit Tau greibe ich, mit mir und mit der Innsbrucker Bergführer-Truppe von Snowhow. Könnt ihr euch anmelden. Der Tourismusverband zahlt einen Teil, das ist sehr günstig. Yeah, wenn wir Sonka über den Hydro-Kicker hier gehen sehen. Genau, also da könnt ihr euch auf der Heftige-Schichten mit den Bergführern, Risikomanagement am Berg, Kameradenrettung, also ganz tolle Geschichte. Zu buchen auf der Website von Oberkogel. Aber heute sind wir hier, um Werbung für das Alpbachtal zu machen. 46 Lifte, 113 bis zum Kilometer sind es, verbindet das Wind schon auch ein bisschen unter, wo man den Blick ins Zillertal werfen kann. Und wie das Berger Horn, auf dem wir heute sind, ist ja nur ein Highlight. Das Freireit-Gelände ist ja echt wunderschön. Und es ist echt ein Geheimtipp, weil es gibt viele bekannte Freireit-Gebiete, wo auch nach Neuschnee alles sehr schnell verspurt ist. Im Alpachtal kann man ruhig auch einmal zwei, drei Tage nach dem letzten Schneefall herkommen und findet immer noch in Pisten näher bis nach Tiefschnee. In dem super verspielten Gelände, ich bin ja immer wieder begeistert vom Alpachtal, was uns jetzt auch die Isabelle Limberger gerade zeigt, 25 aus Deutschland, mit wie viel wahnsinnig spaßigem Gelände das Alpachtal gesegnet ist. Genau. Ui. Und jetzt hat sich da die Isabelle hat sie irgendwie ein bisschen den Ski gefressen. Ich wollte den Moment sagen, die fährt total sportlich und dynamisch die Ridge entlang, aber dann muss sie hinter den Ski-Dudes, die da stehen um sie ins Face hineinsehen zu können, vorbei. Und macht einen Purzelbaum. Aber jetzt in diese Steilung ist sie mit viel Schwung und Motivation eingefahren. Vielleicht ein bisschen zu viel. Da drückt sie sich hinten hinein und stürzt dann. Das ist auf jeden Fall... Hat aber noch beide Ski an. Ich hoffe, dass sie dann nicht mehr passiert ist. Es schaut gut aus, sie ist schon wieder unterwegs. Super motiviert, aber ein bisschen übermotiviert heute vielleicht. Aber das ist egal, weil sie macht das ja für sich in erster Linie. Man fährt ja immer noch seinen Run für sich selber und nicht für die Judges. Das ist ganz wichtig, das immer im Kopf zu haben. Was man macht, tut man für sich selber in dem Bereich. Und sie wollte jetzt da noch auf den Scott-Kicker hin, aber ist da jetzt ein bisschen hängen im Himmel. Du hast es heute schon mehrfach gesagt, dieser schmale Grad zwischen zu viel Zurückhaltung und vielleicht ein bisschen zu viel Wollen, ein bisschen zu schnell. Diese Dosierung macht es aus. Aber ich habe das Gefühl, sie hat trotzdem Spaß am Skifahren. Diese letzten Turns da zum Scott-Kicker hin war sie gleich wieder ziemlich flott am Weg, trotz der Sturz ist ganz rum. Genau, und das wollen wir sehen. Wir wollen Leute im Finish haben mit Big Smiles. Und die Live Results, kann man hier sehen, checkt die Daten auf openfaces.com. Das werden wir jetzt auch gleich wieder machen. Damit wir euch da auch am Laufen halten können. Das ist immer, die Live Results werden sofort eingetragen, die Judges machen ihren Score und geben den dann weiter und dann sieht man den sofort auf der Website. Sprich, das ist ziemlich cool für die Rider und auch für euch als Publikum. Genau, da können wir vielleicht kurz einschauen. Und zwar schauen wir zu den unter 18 Skifahrern. Und da haben wir heute am dritten Platz den Rafi Fritz von der Freer Academy Innsbruck, am zweiten Jonathan Trentini für die Academy Innsbruck und Winner heute Nico Draxl vom Skiclub Allberg. Also die Top 3 in der U18 bei den Ski-Männern. Haben wir hier schon. Bei den Snowboard-Männern, da war es relativ klar, Leo Schweitzer gewinnt damit 80 Punkten vor Luis Hötzschetz aus England und Niklas Faunstein auf dem dritten Platz. Jetzt im Zielerrunden ist die Isabelle Limberger. Hat da tapfer gekämpft. Da ist sie so schnell eingefahren. Ja, Wahnsinn. Spektakulär. Fällt sie dann vielleicht auch ein bisschen, wir haben jetzt wieder ein bisschen Problem mit der Bodensicht, dass sie da ein bisschen den Winkel nicht so ganz gut gesehen hat. Also kann einmal passieren. Aber das passt. Sie steht gut am Schieß. Sie hat ihre Freude gehabt. Auf jeden Fall. Good Spirits. Und unser nächster Starter ist der Manuel Ries aus Deutschland am Snowboard. Unser erster männlicher Snowboarder in dem Freeride Qualifier bei den Erwachsenen-Kategorie. Wir haben, ich glaube, dass der Manuel da auch relativ kurzfristig erst den Startplatz bekommen hat. Wir haben nämlich überhaupt keine Informationen zu ihm. Aber er wird uns jetzt gleich zeigen, was geht. Aber was wir wissen, dass die Isabelle Limberger war unser letztes Mädel. Das heißt, wir werden jetzt gleich einmal das finale Resultat von den Skimädels schon hier haben. Manuel Ries gibt der Gas. Droppt in. Ja, guter Snowboarder. Gute turns. Solide. Und holt sich da ein bisschen Airtime ab. Ja, das sehen wir gerne. Kleiner Butt-Check hier während dem Fahren. Aber der Manuel macht das gut. Noch einmal einshift die superschöne Drohnen-Perspektive. Und ist jetzt im zentralen Bereich vom Face, wo er noch einmal immer wieder so kleine Hits findet. Der hat sich als einen Butter gemacht. Soweit wir das da sehen können. Ja, Manuel. Geht schon. Auf zum Kicker, oder? Ja, er ist sich da noch nicht ganz sicher. Entscheidet sich da jetzt dann doch eher für die Windlebe. Aber hat auch... Der Schnee ist so wahnsinnig gut konserviert. Ich habe das echt nicht erwartet gehabt, dass der Schnee eigentlich so gut ist. Ja, wir haben inzwischen auf die Resultate geschaut, während der Manu Ries sich dem Ziel nähert. Und bei den Skimädels führt die Vicky Kenlin vor Tina Blitznäckhofer und Eisel Potthoven. Und ich glaube, dass das schon die finalen Results sind. Bei den Snowboard-Women. Dritter Platz Hanna Guttermann. Zweiter, Martina Matula und am ersten Platz. Zwar mit einem Sturz, aber zwei Backdrifts mit einem tollen Score von 86 Punkten. Olivia Riedl aus Österreich. Wow. Alles nachzulesen auf open-faces.com. Dort habt ihr auch für die laufenden Kategorien die Skimänner und die Snowboard-Männer, die jetzt noch kommen, die Live Results. Auch den von Manu Ries, der gerade seinen ersten Contestrun hier hinunter gebracht hat. Mit ein paar schönen kleinen Shifties, ein bisschen Airtime und dem Hydro-Kicker, der sich noch geschnappt im unteren Bereich mit dem Shifty, das ist natürlich schön. So, der nächste Startgate mit der Nummer 43. Tom Steiner, 25 Jahre jung, aus Österreich und der war letztes Jahr schon auf einem Podium und, wer glaubt, in Griechenland beim dortigen 2-Stein-Contest. Gerade wollte ich mich die Third World als Advisor hinschicken, was sich dann leider nicht ausgegangen ist. Aber stolz zu sehen, dass auch in Griechenland 3-Eye-Contests gefahren werden. Ja, das ist auch schon so ein zweiter Cliff-Drop. Super sauber. Der eröffnet einen neuen Air auf das Kears Left-Seite. Da haben wir heute noch niemanden gesehen. Und wir haben gesehen, dass beim oberen Air die Landebedingungen schon sehr anspruchsvoll sind. verspurt und flach licht, aber er managt das dann los. Und wie gesagt, ein ganz neuer Air. Das freut uns auch. Steht sehr solide und flott am Ski. Hat da oben auch komplett eine neue Linie gefunden. Genau, bleibt ganz auf das Kears Left draußen. Da müsst ihr jetzt eigentlich zum Reifeisenkicker kommen. Entschuldigung, den verspreche ich ja. Mit einem schönen Dreier. Jetzt sehen wir ihn auch von unten schon live. In Richtung Montreal Kicker. Der letzte, der auf der linken Seite vor dem Ziel steht. So wie das aussieht, wird er auch den nicht auslassen. Was meinst du, Manu? Ja, ich hoffe, dass er den noch mitnimmt. Weil es ist natürlich niemals gut, wenn man eine Gelegenheit verpasst. Und so ein Kicker, der einfach dasteht, schreit ja danach, dass er nimmt. Yeah, spread eagle. Schön gemacht, nimmt super viel mit. Das heißt, was wir jetzt bei seinem Run auch gesehen haben, man kann echt viele Features miteinander verbinden. Genau. Und kommt eigentlich auch tatsächlich zu diesem Mons Kicker noch von jeder Seite von unten gut dazu, verhältnismäßig. Also ich bin schon gespannt, ob wir den jetzt öfter sehen. Der nächste ist Paul Spies aus Deutschland. Paul Spies wohnt in Innsbruck, ist seit dem Auto mit uns mitgefahren und ist super motiviert. Auch er im Coaching-Team der Freer Academy ist einerseits selber noch aktiv, ist aber auch bei den jungen Fahrern von seinem Know-how schon was weiterzugeben. Der Paul gibt da Gas. Aber ich finde Paul so super, weil der ist einfach so ein motivierter Snowboarder und trotzdem so gechillt. Supergeil. Genau. Gas, Gas, Airtime, 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 ja. Er fährt seit 2018, kommt es, wartet noch auf sein erstes Podium. Er war schon mehrmals Vierter. Also dem würde ich mich wirklich freuen, wenn es einmal für die Top 3 reichen würde. Und hat er jetzt innerhalb kürzester Zeit super viele kleine Pluspunkte und kleine gute Aktionen angesammelt. Sprich sein Fieberthermometer beim Judgen müsste es da ziemlich gut oben sein. Genau, dann ging es kurz nach unten beim Fehler, dann wieder nach oben. Und jetzt hackt er mit der Nose ein und macht den Überschlag genau in der Anfahrt zum Reifeisen-Kicker. Ich glaube, der rechte ist der Reifeisen-Kicker. Wir sehen nämlich die Fahne hier nicht, deswegen ist es schwer zu sagen. Oje, noch einmal über die Nose und ein kleines Cartwheel. Das ist natürlich Frontpunch, das ist natürlich nicht gut. Frontpunch und Cartwheel sind Überschläge nach vorne. Während der Paul jetzt auf Switch umwechselt. Wir müssen ein bisschen aufpassen bei unserem Fach ausdrücken, dass auch die uns verstehen. Ja. Das hast du früher gesehen. Also, Switchfahren heißt Rückwärtsfahren. Ein Cartwheel ist ein Vorwärtsüberschlag. Und ein Frontpunch ist, wenn dir die Nase, also die Nose auf gut Deutsch vom Brett, in den Schnee einsticht und man dann nach vorne überfällt. Und Paul hatte den Mons-Kicker noch mitgenommen. Hat halt leider in seinem Raum doch einige technische Schwierigkeiten gehabt. Superschöner Wheelie da. Also der oberste Teil, der war auch super am Weg, flüssig, schnell. Hat die Probleme echt gut kaschieren können. Aber da genau in der Anfahrt, da hat er wahrscheinlich schon auf den Absprung gehauen. Wollte wahrscheinlich einen Triple Backflip machen. Und dann hat sie leider die Nase in den Schnee hineingezogen. Und unser nächster, Nikolai Melma, auch vom Skiclub Arlberg. Und den habe ich heuer schon gesehen auf der WPA Freeride Week. Sieger bei den Juniors in Kappel 2020. Wow. Gecoacht von Stefan Häusl vom Skiclub Arlberg. Und bei dem können wir uns bei den Airs auf einiges gefasst machen. Ja, nimmt den als Transfer. Der war letztes Jahr ganz populär. Der Sprung heuer ziemlich schwierig zu machen. Hat ein bisschen weniger Airtime, aber trotzdem ganz eine kreative Linie, wenn er diese zwei Felsen nimmt. Ja, fehlerlos bis jetzt der Open auf jeden Fall. Ja, steuert auf den Skatkicker zu mit einem sauberen Dreier und stammt den, landet den super. Und sofort wieder Kontrolle. Man merkt, dass der Nikolai seine Geschwindigkeit in den Schneefelden angepasst hat. Er hat da wirklich auch ein bisschen den Speed ausgenommen im oberen Bereich. Außerdem ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass er da das Resultat macht. Und ich kann mir vorstellen, dass er da jetzt unten beim letzten Kicker uns noch einen besonderen Sprung zeigt. Das wird ein Left Spin. Das sieht man schön in der Anfang. Weit hinunter geht der. Setzt den Gurt auf die Füße. Weit hinunter und so sauber gelandet. Wahnsinn. Der war jetzt so schnell, dass sogar die Drohne ihn nicht mehr sehen konnte. Ja. Jetzt muss er erst dann nachmachen. Sauberer Top Air. Stellt den hin. Sieht fort und über. Dann zwei Airs als Transfer. Das hier der zweite. Genau. Und unten noch zwei, drei. Also fehlerlose Run. Und das erst mit 19. Ich meine, das muss man halt auch mal sagen. Und was wirklich sieht, aktisch gefahren. Ich würde sagen, es waren 95 Prozent von dem, was er kann. Aber dafür fehlerlos hinunter. Also wirklich smart heute vom Kammermelmann. Und unser nächster aus Österreich, der Markus Riedl mit 43 Jahren im Start geht. Yeah, das freut uns. Seit 2018 kommt es. Ähm. Ähm. Und ist auch im Alptach, Alpbachtal schon hier gefahren. Jetzt der vierte schon mal geworden. Ähm. Und hat jetzt leider, ja, hat er jetzt leider einen Sturz hingelegt. Mit ein paar Überschlägen danach. Sprich, das kostet leider richtig Punkte. Aber nimmt dafür jetzt das Cliff mit. Und man sieht da auch, es ist halt die Schneelage heuer echt nicht so super. In der Landung kommt da ein Stein raus. Aber dafür hat er jetzt Fresh Untrack Pow. Wow. So wie wir das sehen wollen. Solide, schöne Turns für ihn. Der hat auf jeden Fall Spaß heute bei dem Run. Ui. Bisschen ein technisches Problem. Man hört hier im Hintergrund die Stimmung. In der Public Zone ist super. Immer noch. Man kann hier Getränke hören. Und hat einen riesigen Screen, um die Action zu verfolgen. Die Leute schauen da ganz gebannt drauf. Es ist ja immer cool die Kombination zwischen dem Live-Bild des Berges und dann dem Live-Stream. Das, was ihr auch daheim seht, zu haben. Und in der Public Area hat man beides gleichzeitig. Man kann auf den Berg schauen und den Live-Stream. Und hat deswegen die Doppel-Day-Experience. Ja, ich war gerade bei Kai The Voice, um herauszufinden, ob der Markus Riedl auch mit der Olivia Riedl verwandt ist unserer backflippenden Snowballerinnen. Er wusste es auch nicht. Wir haben auf jeden Fall den Bruder von der Olivia später noch. Und den Mannskicker noch sauber mitgenommen. Ist interessant, weil genau dasselbe habe ich auch online probiert rauszufinden Ich bin in der Vorbereitung hier und bin auch nicht wirklich schlauer geworden. Das heißt, da müssen wir mal nachfragen. Aber Riedl ist jetzt halt auch ein Name, der durchaus häufiger vorkommt. Und hier jetzt im Replay die besten Momente. Superschön, hier dieses Top-Cliff so als kleines Double gemacht. Wären unser nächster Starter... ...Vincent Ron Requenya, der Spanier, der bekommt von mir eine standesgemäße Begrüßung. Genau, Viva Espanier. Und der hüpft, als gäbe es kein Morgen. Oh! Einer der grössten. Er ist des Tages über den ersten Felsen. Fährt dann auf einem Ski weiter und versucht noch alles wieder unter Kontrolle zu bringen. Doch dann zieht ihm den Ski aus und das gibt einen No-Score. Leider No-Score. Wow! Aua! Really nice air by Vincent de Ron Requenya. Probably one of the biggest airs of the day off the top cliff under the start gate. On his first Freeride event. So, that was a pretty... Like, you stand in your start gate for your first event ever. And then three seconds into your run, you do like a 10, 12 meter jump. That was pretty massive. Yeah, that's showing courage. Look at it. And he also was solid in the air. Tries to get that ski in. Oh. Tight. He could have definitely stomped that one. So, definitely gonna give you something for your way, Vincent. And it's not easy. Keep doing it. Because it's a low tide year, as we say, there are less options to jump the cliff. So, there's a lot of landings at the very same spot. And especially where everyone's slowing down, the snow gets really ripply. Yeah. So, not easy to ski out of that landing. So, Vincent will now just take a safe way towards the finish line. And well, Vincent, we hope to see you back in more competitions. Because that looks really, really cool. You should just keep doing it. And our next starter aus Deutschland ist der Michael Fraunstein, wieder am Snowboard. Hä? 53 Jahre alt. Und Flo, ich hab da was gehört. Da kommt jetzt eine Überraschung für dich. Unser ältester Starter heute, am Start mit 53. Seine Kinder haben ihn überredet, im Start gestehen. Und er ist ein Tribute für dich, Flo. Das ist eine Überraschung für dich. Gib dir mal die Bananas. Das hab ich noch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das geil. Thank you very much. Danke, Michael. Ach, ist das lustig. Also, es gibt hier Jahr zu Jahr eine Geschichte, weil du, Flo, bist ja deinen allerletzten Freeride-Contest im Monkey-Suit gefahren. Und der Michael Fraunstein tut jetzt als Tribute zu dir dasselbe. einfach weil, so wie ich, es extrem viele Leute sehr cool finden über die ganzen Jahre, die du den Freeride-Sport unterstützt und inspirierst und selber gescheitert bist. Und jetzt die Freeride-Academy in Innsbruck auch wieder mit auf den Weg gebracht hast. Ich glaube, wir können Danke sagen. Und der Michael Fraunstein macht das hier auf diese sehr coole Art und Weise. Ach Gott. Er ist heute zu mir gekommen in der Früh mit seinem zwei Meter langen Board. Also nicht nur der älteste, sondern sicher auch das längste Board, das seit dem Start steht. Und ich habe auf dem Board noch das schreiben dürfen, weil ich sage, es ist einer der eindrücklichsten Tage heute in seinem Leben. Und er hat schon so Angst, in dem Start geht zu stehen und den Countdown zu hören. Deswegen hat er so längstens Board mitgebracht und wollte, dass meine Unterschrift drauf ist, dass sie sich ein bisschen voller fühlen. Weil es ist nämlich sein erster Freeride-Event ever. Michi, wow! Mit 53 ist er nicht zahlt, um über den Felsen zu hoffen. Michi, sensationell. Der hat wahrscheinlich einen Bullenschlag von 220 jetzt da oben. Das glaube ich auch. Mit dem längsten Board am Start für seine Kids. Die wollten ihn da überreden und haben das auch geschafft. Und ja, da siebenmal Familienausflug zum Contest fahren. Er hat mir sogar eine WhatsApp geschrieben mit seinem Lineplan. Und er wollte ganz weit hinaus zu Lukas Left fahren. Das war allerdings dann außerhalb der Boundaries für den heutigen Event. Er musste dann umplanen. Aber er hat das ganz gescheit gemacht, dass er ganz da drüben fährt, wo er noch viel unverspurtes Gelände gefunden hat. Jetzt bin ich gespannt, ob er noch sich über den großen Kicker traut. Ach, ich habe es gefühlt. Ich fühle mich selber da runterfahren. Ja, und über den Reifeisen Kicker. Und ja, da ist eine weiche Landung da und eine gute Landung noch erwischt. Und man sieht, wie wahnsinnig groß das Board ist. Damit kann man halt auch richtig Gas geben. Longboard, es gibt ja auch die Albert Longboard Klassik. Longboarden ist ja auch im Snowboarden fast eine eigene Kategorie mittlerweile. Eine eigene Szene, wo man eine super Community auch hat. Ja, und wir finden es super geil, dass der Michael ist. Oh, jetzt hat er noch als Einlage einen Frontflip eingebaut. Der war allerdings, glaube ich, unabsichtlich. Auch mit einem 2-Meter-Board kann man einen Frontflip, ein Kartübel machen. Der Michael, leidenschaftlicher Snowboarder, Surfer, Splitboarder, auch Sandboarder. Am Monte Caolina ist er schon ganz oft mitgefahren bei den deutschen Sandboard-Meisterschaften und bei den Europameisterschaften. Fahrt mit seinen Kids von Contest zu Contest. Also, super motivierter Michael. Und der wird jetzt sich sehnsüchtig der Ziel in den Weg schmeißen. Oh, jetzt hätte er fast noch viel verpasst, jetzt wäre es noch gewesen. Bravo, Michael! Super motivierter, cooler Day. Wahnsinn! Bravo, bravo, Michael! So wollen wir das sehen. Ja. Und ob man am Start geht, wird es wahrscheinlich langsam ein schon etwas kalt. Aber man hört die Stimmung, immer noch super Stimmung unter den Ritern hier im Start. Und der Lenz Markhof aus Deutschland ist unser nächster Starter auf die Ski. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal bei Michi Frauenstein. Danke, GBC Flo, das war wirklich ein schöner Moment auch für mich. Aber jetzt, auf zum Lenzi. Auch er steuert den Felsen links oben an, nimmt den E langsam, was gar nicht blöd ist. Dann springt er nicht zu weit, hat weniger Geschwindigkeit bei der Landung und kann Probleme als rechts rüberfahren. Hat vielleicht ein bisschen weniger spätakulär ausgeschaut als bei denen, die mit mehr Schwung drüber sind. Aber ich finde, das war richtig smart gemacht, oder? Konnte doch ganz hoch rechts rüberziehen. Auch da lässt sich Zeit, schaut, dass die Richtung stimmt, springt kontrolliert ab, landet kontrolliert. Also ich finde, der macht das super. Macht das, ja. Sehr intelligent, so wie man Contest Run unter schwierigeren Bedingungen am besten anlegt. Und das bei seinem ersten Contest, wie es ausschaut. Ja, zumindest wir haben keine Daten. Das ist immer, ja, es gibt ja doch so diese ungeschliffenen Rot-Diamanten einfach draußen über den Scott Kicker einen Backflip. Talk about Rot-Diamanten, zieht da einen Backflip drüber, beschleunigt auf Mach 7 und kann es ausfahren ohne Sturz. Wow, wir reden beim Scoring über Thermometer. Der Thermometer geht gerade fast durch die Decke und der ist noch nicht fertig. Hat er noch einen Kicker? Der Kicker, dessen Namen ich mich nie erinnern kann. Der Hydro-Kicker. Der Hydro-Kicker. Was zeigt uns da? Left-Hand-3 weit. Wow. Stellt ihn auch super auf die Beine. Und jetzt muss es nur mehr ins Ziel bringen. Dann haben wir einen Top-Score bei seinem ersten Contest für den Lenz Markov aus Deutschland. Die Zeiten aus unbeschriebenen Platz sind vorbei, Lenz. Wenn du jetzt noch die letzten 50 Meter stutzfrei ins Ziel kommst, dann darfst du sofort ein Bier aufmachen. Weil da hast du dann wirklich eine tolle Leistung gepackt. Bravo, Lenz. Bravo. Bravo. Applaus auch hier aus der Zuschauer-Area. Den hat er sich wirklich verdient. Das war mal eine Show. Ich meine, schau dir das an. So super. Den hat er fast nie gehabt. Und dann stellt er ihn doch rein. Lass dich da nicht irritieren. Mach das den Dreier. Wahnsinn. Wie mit? Wir gehen zurück hinauf. Oh. Jetzt begrüßen wir den Leonard Travoy auf seinen Snowboard mit 29 Jahren. Aber ich muss kurz hinausschalten beim Fenstermeer auf ein Interview mit der Michi Fraunstein, der hinter Gorillation in mir steht. Michi. Hi. Hast du das Schildo umgezogen? Natürlich. Wie war dein Run für dich? Sagen wir's kurz. Sau geil. Er hat richtig Spaß gemacht, der Run. Und a tribute to Flo. Danke, Michi. Das war so toll zum Zuschauen. Wir sind fast drehen in die Augen gekommen. Die Gorillation steht da. Hoffentlich sehen wir den noch einmal in einer Live-Aufnahme in der Finish-Area. Bleib in der Nähe, Michi. So. Und der Leonard Travoy hat uns jetzt eigentlich einen super Run zeigt. Und dann hat ein großes Cliff mitgenommen, hat es aber leider nicht gelandet, sondern ist dann nach der Landung einen Front-Punch gemacht und sich überschlagen. Und hat unten jetzt noch mehr Airtime mitgenommen. Naja, 60 Punkte. Guter Run plus 2x50. Für die Backflips ist ja dann theoretisch... Yeah. Und noch mit einem Tail-Grab über den letzten Kicker drüber. Ah, das war der Scott-Kicker, ist noch nicht der letzte Kicker. Der Sprecher hat noch mehr Zeit, um durchaus auch noch mehr Punkte zu bekommen. Der Leonard. Und haben wir jetzt... Wir sehen ihn jetzt schon live hier aus unserem Kommentator-Truck. Ja, danke Manu. Ich war kurz abgelenkt worden von... Wow! Backflip! Unserem nächsten Interviewpartnern. Ah! Aber kann den leider nicht landen. Das war ein Backflip mit zwei Front-Rolls. Ja. Dirk hinten nach. Schade, schade. Aber mir taug ich. Schade, schade. Man muss es probieren, oder? Ja, man muss es probieren. Und vor allem... Es macht... Man soll ja am Schluss mit sich selber zufrieden sein und da richtig Spaß haben beim Contest-Fahren. Und wenn man da immer nur zurückhaltet und für Judges fährt, dann ist das oft einmal nicht sehr befriedigend. Es ist wichtig, dass man das macht, was einem Freude macht. Gerade bei so einem Phase, wo man weiß, es ist sicher, man kann Gas geben. Super Motivation oben am Start. Da werden sich die Leute gegenseitig pushen. Geht das? Geht das nicht? Und ja, dann sehen wir spektakuläre Runs. Das, was unser ist in 3.5. Genau so. So, we go back to the start for pip number 51. Per Allemkamp has left the start guild already. Chooses to go, ski as right, and then traverses back over to the cliff. Setting up, speed check, and off he goes. Boom. Oh, looks like he had it. Oh! Have you seen that? How did he do that? Magic, magic. He does a full side roll, and then puts his skis back on the snow and keeps on skiing. As if nothing had happened. Creative approach, very high to the right. Crosses over, all the way to the ski doos. Go for a high five, and now we see him against the right liner. Pretty sure we can see a spectacular re-entry over the wind lip. There he is, lining up. Nice air back to the pocket. Keeps it together. Back to the pocket. Very creative line choice by Per Allemkamp from the Netherlands. And racing towards this cut kicker now. Here we see a really nice three. Wow! He is fast on his way. Definitely at the edge of the crow. Wow! Looks like he lost it. He has two turns here. That's a lot. One more kicker to go. The hydro one. I'm starting to remember the name of finally, after seeing all the action going down over that kicker. He's approaching it. And there he goes. The big spread eagle. Wow! Straight lining it towards the finish. Almost losing once again. So at the brink of control. Top to bottom. What a great show. Per Allemkamp. Nob holding back by the Dutch guy. Yeah. That's motivation. That's what we like to see. Just this thing will cost him quite a lot up there because that was just not intentional. And we know. Even though he saved it perfectly and he wasn't actually distracted. Still charging hard over all the rest of the run. And yeah. And we're going back up to the stage for our next snowboarder. All from Germany. Mr. Double A. Adrian Adlesberger. Looks like it's our first snowboarder to go off to the major cliff on the left side. Taking off. Sticking it! Wow! And sticking it really well. Here they're heading for the next cliff. Risk it like a biscuit. Second big cliff drop. Sticking it also. What a perfect run so far by Mr. Double A. Adrian Adlesberger. Let's see what he has in the middle part. I have Olivia really waiting for an interview. But I can hardly catch my breath looking at Adrian. So we have to postpone it a little bit more. Olivia. Wait for a couple of minutes while we hold our breath. Looking at Mr. Double A. As you're approaching the Scott Kick area. This is where he disappears from outside. Luckily the drone catches him. Going for the in run. Picking up a lot of speed. Going for the back side three with some troubles in the landing. But I think there was a huge jump. I mean with some deductions he probably stepped out of it with some positive score. The thermometer going up high for him. And he has one more kicker to go. Very strong snowboarding by Adrian. Now we can go to German. Now we can go to German. Or is that German actually? Yeah. Back side air. Back side air. I mean with the suspension system. Wow. Suspension system. Ausgefahren. Schluck die Schläge da unten im Ausfahrt. Und jetzt noch ins Ziel. Was ist da jetzt passiert? Da habe ich ganz kurz nicht hingeschaut. Ich habe gerade probiert ihn live zu sehen. Da war er noch etwas hinterm Hügel. Was ist da jetzt passiert? Genau so. Ich glaube er hat einen Sturz gehabt in dieser Kompression beim letzten Hügel vom Ziel. Vielleicht sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Was wir auf jeden Fall sehen. Sind seine Sprünge. Schaut jetzt weiter. Stellt das super hin. Super. Boah. Der hat auf jeden Fall auch im Sommer trainiert. Das war die Anfahrt zum Scottkicker. Da sehen wir den Back side 3 mit den Landungsproblemen. Ganz leicht überdreht. Kommt auf die Frontseite. Ist aber gleich wieder unterwegs. Leider haben wir dann verpasst was ganz unten nach dem Scottkicker passiert ist. Da kommt der Back side air. Nein das war der obere Scott. Back side air war beim Hydro kicker. Sehen wir leider nicht mehr. Wir schauen zum nächsten. Jonas Reuter. Gerade erst 18. Aus Deutschland. Sein erstes Event. Wir haben jetzt noch keine gesicherten Informationen über ihn. Aber es schaut auch aus. Es wäre eigentlich ein guter Skifahrer. Obwohl er da jetzt ein bisschen Probleme mit dem Kino hat. Ist er sicher. Jetzt schalten wir kurz hier zur Außenstelle. Der Olivia Riedl. Unsere österreichische Norbertin. Mit zwei Backflips. Eine doppelte Weltpremiere bei den Open Faces. Heuer Olivia. Gratuliere. Erstmal zum Backflips. Und zu dem Sieg mit 26 Punkten. Wie ist dir heute gegangen im Start geht? Weil du wusstest was du vor hast. Das macht man auch nicht jeden Tag oder? Ja ich war schon nervös. Aber andererseits habe ich mir gedacht. Mach einfach. Ist es egal. Ich kann nichts verlieren. Wenn ich einen Backflip mache. Dann ist es ja schon geil. Und deswegen. Oben beim Start war ich nur nervös. Aber sobald ich eingedroppt bin. Habe ich mir einfach gedacht. Ja geht. Mach einfach zigzug deinen Plan. Du warst ja stinksau nach dem Wending Couple. Weil du gestürzt bist. Und hast gedacht. Hier machst du den Backflip. Auf jeden Fall. Dann hast du den ersten Nick an uns hingestellt. War der zweite dann spontan. Oder hast du es immer schon geplant gehabt. Zwei hintereinander zu machen? Ich habe mir gestern überlegt. Was ist eigentlich, wenn ich den ersten nicht stehe. Und dann habe ich mir gedacht. Eigentlich könnte ich den zweiten machen. Und das habe ich dann von abhängig gemacht. Wie sehr ich stürze eigentlich. Und ja. Ich bin schon am Hintern gesessen. Dann habe ich mir gedacht. Egal. Ich kann eigentlich eh nichts verlieren. Mach einfach nur. Und vielleicht stehst du ja den. Und das denkt sich auch der Jonas Reuter. Und stellt einen riesigen Backflip auf dem letzten Kicker vor dem Ziel hin. Aber genau wie dem Adler davor. Steht ihn leider nicht. Hat davor ja schon eingestanden. Aber das wird ihm jetzt leider direkt vom Ziel nochmal ordentlich kosten. Weil das kann er halt nie mehr mehr ausbessern. Aber super Potenzial. Stark vorne oben, oder? Und riesen Bewegungsdolenz. Und hätte den nicht gestanden. Den gerettet. Der erste war der erste. Wow. Ich muss nochmal Danke Olivia und Gratulation. Ich freue mich schon aufs Feiern heute Nacht. Danke Olivia. Yeah. Thanks for pushing. Okay. Ihr Bruder, Olives Bruder, gleich oben Start geht. Aber vorher haben wir noch den Vincent Theurer. Der war 2020 Gewinner der Fria Junior Wertung in Deutschland. Hat damals in St. Anton unterm Nebelhaut gewonnen. Fährt seitdem ein bisschen weniger kommst. Aber hat auf jeden Fall das Zeug für einen Top Run hier. Das ist immer so cool zu sehen. Ich meine, der ist 21 und hat einfach schon Jahre an Contest-Erfahrung. Auch wenn er jetzt nicht andauernd Contest gefahren ist. Aber man sieht das jetzt hier. Er hat einfach gleich einen... Gleich mit dem Gelände super gespielt. Und kleinen Dreier. Ui. Ein bisschen Probleme hier in der Landung. Super kreativ. Da haben wir noch keinen Trick gesehen da oben. Wow. Tolle Drohnenaufnahmen hier von oben. Und auch eine sehr kreative Spur. Super gespottet. Super gespottet, sagt die Mana. Das heißt, er hat sich einen Sprung rausgeschaut, wo noch keiner gesprungen ist vorher. Leider auch hier wieder ein kleines Control-Lischa. Ja, wenn das alles Pulver wäre, ohne Spuren, glaube ich. Da würde das von oben bis unten super runter brettern. Aber diese Querspuren sind natürlich im Snowboard gerade zum Abbremsen ganz schwer einzuschätzen. Wieder ein... Frontside-Dreier über den Scott-Kicker. Frontside-Dreier über den Scott-Kicker. Und einen hat er noch. Die Sonne kommt heraus. Der Föhn tut endlich seinen Job. Schiebt die Wolken weg. Blauer Himmel jetzt über den Lösberger Horn. Und das macht den Fahrer natürlich leichter, Gas zu geben. Approaching the last kicker. Yeah, nice. Mit einem Indie-Grab. Und jetzt bitte auf den Füßen bleiben. Nehmen den Schwung mit. Über die Finish Line. Da ist diese Kompression drin, die schon zwei Fahrräder zum Verhängnis geworden ist. Schöner Pop. Ja, man sieht auf jeden Fall, dass der Vincent ein extrem guter Snowboarder ist, obwohl er ein bisschen technische Probleme gehabt hat. Super verspielter im oberen Bereich. Und 180 und dann den 360 hier hinein, wo er leider bei der Landung ein bisschen überdreht und dann lupft es in der Aus. Dafür war der hier umso schöner. Ja. Über die Wiese springt er ab in ein ganz so freshes Powder Pocket. Also jede Menge Action in Vincent's Run. Und jede Menge Action können wir uns jetzt erwarten. Timo Rolsofen von Deutschland. Ja. Vize-Junior-Weltmeister vor zwei Wochen in Kappel. Der kann so viel wissen wir. Der stellt da oben den ersten Sprung hin, als wäre es eine Spaziergang. Als wäre er nur beim Stiegensteigen. Tiet hinüber auf die Riders rechte Seite. Jetzt überlege ich, wo setze ich meinen nächsten Arm. Driftet an. Hat sogar Zeit für den Grab. Fehlerlos bis jetzt zu Timo. Ganz abgeklärt ist unterwegs. Da merkt man die Kontesterfahrung, die er sich schon hat. Aber er kocht noch mit Wasser. Und auch er muss jetzt zum Scott-Kicker. Baut hier noch einen kleinen R ein. Sammelt da Punkte. Und jetzt drei, zwei, eins. Schön langsam betreten. Left-Hand-Dreier. Fahrt den ganz locker aus. Lass die Ski laufen. Ist ja auch beim Stefan Häusl im Team. Genau. Auch er aus dem Allbergführer-Team. Er ist eigentlich kanadischer, deutscher, deutscher Kanadier. Aber lebt beim Allberg und trainiert beim Allberg. Wow. Left-Hand-Seven. Unser erster Sprung. Über mehr als 360 Grad gedreht am heutigen Tage. Und der macht sich da ganz locker hin. Da geht das Judges-Temometer noch mal ganz nach oben kurz vor dem Ziel. Das ist ein Top-Score vom Timo. So. Auch er, wenn er eine taktische fährt. Ich weiß, er kann auch noch größere Fels springen. Aber er hat das glaube ich an die Schneebedingungen und Sichtbedingungen hier perfekt angepasst. Und den letzten, auf den freue ich mich noch einmal zu sehen. Nimmt hier auch alles mit, was ist mitzugeben an kleinen Sprüngen. Merkt man auch, dass er mit Stefan Häusl zusammen diesen Run geplant hat. Ganz stimmig von oben. Also wirklich alles mitgenommen. Eins, zwei. Bam. Das ist nicht leicht zum Landen. Bravo Timo. Da traue ich mich fast zu sagen, dass der sich jetzt mal in Führung setzt. Da ist im Moment der Nikolai Melma mit 70,76 Punkten. Da ist noch Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben. Und ich glaube, das wird sich jetzt der Timo vermutlich einstellen. Und der nächste ist der Sebastian Käpplinger aus Österreich am Snowboard 28. Von Sebastian haben wir ein einziges Ergebnis. Und das ist genau hier vor einem Jahr. Genau. Und da ist er Achter geworden. Da war am achten Platz. Da ist auch noch Luft nach oben. Und der Start immer motiviert aus dem Start geht. Springt quasi aus diesem Start geht. Und zurück auf die Windlip. Also das ist immer gut, dass man die Chachos ein bisschen aufweckt. Wenn die gleich am Anfang sehen, hey, ich fahre nicht verhalten, sondern ich bin motiviert. Und dann hast du gleich am Vertrauensvorschuss der Chachos, dass jetzt was Tolles kommt. Ja, und die ist noch ganz oben, aber war schon dreimal in der Luft. Kommt jetzt zum großen Felsen. Hoffentlich springt er nicht genau in das Bombhole. Genau an die Kante. Genau an die Kante. Da hat er ein bisschen gezaubert, aber er hat echt gut ausgefahren. Wir halten bei vier Sprünge und da ist erst ein Drittel vom Felsen unten. Da ist er der fünfte. Nice. In die Grab mit Shifty. Das macht er gut. Ja, er hat halt echt einen guten Run bis jetzt. Ohne gröbere, gröbere. Oder habe ich jetzt den Grab falsch gesagt, Flo? Bin mir nicht ganz sicher. Mit einem weiten Dreier bei der Landung drückt sie noch und weg. Muss ein Stück rückwärts weiterfahren. Hat das aber extrem gut kaschiert. Also sicher ein sehr kompletter Snowballer. Soviel wissen wir mal. Steht richtig gut drauf. Und jetzt hat er noch einen Kicker. Da kann er das nochmal gut machen, was jetzt durch das Control Issue da am letzten verloren hat. Sebastian Käpplinger. Da kommt der Backflip. Wunderschön late back. Bitte bleib jetzt auf den Füssen da unten in der Kompression, wo es schon so viele gestraucht hat. Dann verbessert du ganz sicher deinen achten Platz vom letzten Jahr. Da taucht er auf. Das schaut gut aus. Wenn er so schnell da ist, kann er eigentlich nicht gestürzt sein. Wow. Entweder hat er so viel trainiert vom letzten Jahr. Oder er hat letztes Jahr Pech gehabt, weil es war ein richtiger toller Land. Er hat oben so viele Sprünge eingebaut, wie glaube ich noch keiner im obersten Bereich. Und dass er den hier steht, das finde ich echt faszinierend. Er landet genau auf der Kante diesem Loch. Kann aber die Backseidkante gerade noch hineindrücken, um genug Grip zu kriegen. Sehr schön gemacht, der Ferienfahrer. Vor- und seit Dreier, wow. So Mano, genau 20 Fahrer haben wir heute nach oben. Und wir haben schon wieder einen Ersttäter. Und wir haben wieder Sonne. Und jemanden, der das erste Mal hier ist, nämlich der Jonas Koch aus Deutschland. 26. Ein neuer Approach zum Cliff. Er springt den ganz right or right, landet kurz auf der Wiese zwischen und poppt wieder weg. Das ist mit dieser hohen Stautenum sicher eine super gescheite Idee. Und auch den als Transfer. Wunderschön, bleib auf die Füße, ganz zentral. Boah, also ich sehe den zum ersten Mal im Leben Skifahren, aber der beeindruckt mich. Na, was sag ich denn? Darfst du nicht aussprechen? Na, geht schinkst. Heie, jetzt hat er nämlich auch seinen Ski verloren, hat er leider ein bisschen zu viel Geschwindigkeit mitgenommen. Weil er war, man hat gesehen, er ist oben so on the edge. Man sieht, dass er Skifahren kann. Man sieht, dass er eine super kreative Line sich rausgesucht hat, das echt intelligent gemacht hat. Und da hat es ihn jetzt halt leider ein bisschen mit zu viel Speed gehabt und hat dann da den Gegenhang nicht mehr da drüber. Zwei, drei Prozent vom Limit, weil ich wollte schon sagen, das war einer der besten Top-Arts, den wir bis jetzt gesehen haben. Also dieser Air als Double und dann der Transfer auf den Zweiten, das hat er extrem gut, also viel flüssiger hat das heute noch keiner gemacht. Und dann sieht es in den Ski aus. Kann passieren, aber Jonas, wir sehen dich wieder. Jonas, du bist 26. Wir sehen dich wieder. Was genau ist da passiert, sehen wir leider nicht mehr eine ganze Wiederholung. Aber bis dahin war es richtig gut. Da kannst du aufbauen. Ich hoffe, dass du nächstes Jahr wiederkommst. Immer noch gute Stimmung in der Public-Area. Yes! Und jetzt weiß ich eine, die ganz fest die Daumen haltet, die da gleich neben uns in der Public-Area sitzt. Nämlich die liebe Riedl, die bei den Snowboard-Mädels gewonnen hat mit ihren zwei Backflips. Fabio Riedl, ihr Bruder mit 22 Jahren aus dem Freestyle-Team Flachau Winkel. Und ja, ich habe den Fabio heuer im Sommer getroffen, weil da hat er nämlich bei der Riverwave ausgeholfen. Also ist auch ein sauguter River-Surfer, sprich der Steese und der Style kommt ihm hier zugute. Ja, Snowboard-Surfer natürlich untrennbar verbunden, ja. Wie viele Snowboarder sind im Sommer in Bali, Costa Rica oder sonst wo auf der Welt, um eine schöne Welt zu suchen. Superflüssig am Weg zu diesem Felsen, ohne Pause, ohne Hesitation und stellt es hin wie nichts. Also, ich darf einfach überhaupt nichts mehr sagen, dass Fahrer gut fahren, weil dann passiert irgendwas. Hat Ausschuss, wäre er bei einem Bäumchen hängen geblieben? Ja, oder einem Sharkers, da war jetzt irgendwas... Aber er hat den Schwung des Drehbuch mitgenommen und er ist Freestyler, kommt jetzt mit einem Mörder-Speed zu dem Kicker und macht einen... Double-Backflip! Double-Front-Flip! Ich glaube, das ist ein zweiter Snowboard. Was ist das für eine Familie? Die Olivia mit den zwei ersten Backflips von einem Snowboard-Mädel auf der Open-Facers-Tour und Fabio mit dem Double-Front-Flip. Noch nie da gewesen, Damen und Herren, wenn sie noch nie da sind, kommen sie her, schauen sie zu. So, da gibt es richtige Action. Fabio, am Weg zum letzten Kicker mit einem Laid-Out-Backflip und den stellt er perfekt auf die Füße. Jetzt möchte ich nicht in den Schwung von den Chats stecken. Was machst du mit einem, der dem Double-Front-Flip macht? Mit dem Sturz danach? Kriegt er dann mehr Punkte oder muss ihm was abziehen? Wahnsinnig schwierige Entscheidung, ja. Vor allem, der war auch richtig gross. Und der mit viel Speed springt da weiter als viele andere. Super tief, ja. Und jetzt sehen wir den Double-Front-Flip. Schau, was der Speed nimmt. Eins, zwei! Ah, der hat nicht viel Speed. Und dann fast wäre er ausgefahren. Und dann frisst er in die Front-Zeitkante. Ja, da werden sie ihm doch was abziehen. Noch einmal. Eins, zwei! Und eigentlich steht er schon wieder. Und dann kommt der Überschlag. Spektakuläre Action. Fabio, danke, dass du dabei warst. Gestaut uns immer neue Herausforderungen, die sich die Fahrer setzen, neue Tricks, die wir sehen. So soll es sein beim Freeriden. Und noch ein ganz junger Österreicher, der Simon Dunkel, mit 19, auf den Ski unterwegs. Hat er schon... Man fährt heuer seine erste Contest-Saison und hat da schon echt ganz gute Ergebnisse. Top-10-Platzierungen in Frankreich und der Schweiz. Und das war jetzt ein richtig cooler Move. Surft er mit dem Ski die Windlippe ab, wie ein Snowboarder? Boah, jetzt zieht er ganz rechts hinaus und macht einen der größeren Cliff-Drops des Tages. So stellt ihn sauber auf die Beine und nimmt überhaupt keinen Speed aus. Wollte ich schon sagen, Weg zum Glück. Jetzt zum Glück ein bisschen. Nice, weiter Straight Air. Wieder ernst für Dori früher bei den Skispringern. Die Ski immer leicht auf der Seite. Ziehhhhh, hat man da immer gesagt. Wow! Und gapped einfach mal kurz diese Half-Up in der Mitte. Quer zurück zum Kicker. Hat jetzt leider ein bisschen zu wenig Höhe, um da noch hinzukommen. Ich glaube, da hat er so ein Gaudi gehabt, dass er diesen Transfer geschafft hat. Dass er ein bisschen gesehen hat, dass er noch den Hydro-Kicker mitnehmen wollte am Schluss. Aber der Top-Part war richtig gut. Also auch da ein vielversprechender Nachwuchs-Schweiter würde ich sagen. Den würde ich gerne öfter sehen. Schau, oben ganz smart. Und dann im Grass-Schweiter, deshalb am besten gefallen. Das war schön. Quert er ganz oben hinein, poppt weg, springt weit runter und stellt ihn ganz sauber auf die Füße. Auf jeden Fall teil uns dies vom Simon Dankl. Das ist sehr schön zu sehen. Und unser nächster ist der... Oh, schaut doch diese Drohnamen auf, wie das Berger Horn. Teilt ja das Alpachtal ab vom Zillertal. Wow, die Sonne ist heraus und der Wind ist ein bisschen weniger geworden. Und ja, super Action hier beim Free World Qualifier Zwei-Stein-Contest im Alpachtal. Nein, jetzt heißt er eigentlich Free World Tour Qualifier, muss man jetzt sagen, seit heuer. Genau. Und der Lorenz Neuchel ist unser nächster Starter auf dem Snowboard. 29 Jahre unterstützt vom SPAX Board-Shop und war letztes Jahr hier... Zweiter. Zweiter. Genau. Und wenn man sich diese ersten Turns anschaut, wissen wir schon warum. Der steht sehr solide am Brett. Surfter, diese Windlebub. Super Surfter, da oben ein paar wunderschöne Turns. Jetzt bin ich gespannt, wo er diesen Re-Entry wählt in das Phase hinein. Da sind die Ski-Routes, da sind schon ein, zwei gestürzt. Da sind ein paar Starks, da muss er aufpassen. Ja, Speed raus und jetzt der Re-Entry. Schöner R. Tailgrab. Jawohl. Ganze kreative Linie. Hat sich echt die unverspurten Teile ausgesucht da oben. Das ist auch sehr smart, was wir ja schon gesehen haben, für die Snowboarder nicht einfach zu fahren in den verspurten Bereichen. Aber der Lorenz macht uns da richtig Lust, dass man es fährt. Also wenn ich ihm zuschaue, denke ich mir, okay passt, ich will auch in den Start. Genau. Und jetzt am Scout Kicker. Es schaut fast aus, als wäre er mit Hardboots unterwegs. Ja. Das müssen wir nochmal genauer sehen. Vielleicht sehen wir eine Nahaufnahme. Ich kann die Drohne mal ganz hinfliegen, dass wir so ein Bindungssystem sehen. Das wäre ja bei der heutigen verspurten Schneedestation gar nicht das Fortschrittste eigentlich, gell? Ja, das wäre eigentlich eine gute Idee. Vor allem, ich bin auch teilweise mit einem Hardboot Setup unterwegs, halt beim Splitboarden, weil es einem einfach den Aufstieg so sehr erleichtert. Und es kommt jetzt auch immer mehr wieder. Es ist halt eine ganz andere Art zu Snowboarden, muss man auch sagen. Und jetzt noch auf den Hydro Kicker. Oben ein Butter-3 und ein Frontside-3er, also hat auch Freestyle-Skills. Und auf jeden Fall hat er den Spektakler den ersten Helm heute am Berg. Er schaut richtig gefährlich aus. Ah, ja. Der Lorenz. Und er fährt auch ein komplettes Fischtele, fährt ja ein super interessantes Board auf. Der schöne Re-Entry, der war super. Während wir das Replay von Lorenz sehen, schauen wir mal in die Rankings hinein. Bei den Ski-Männern führte der Timo Rollshofen mit 84 Punkten vor Nicola Melmer mit 70. Da ist auch noch viel Platz dazwischen. Bei den Snowboarden bis jetzt der Sebastian Kepplinger vorne mit 80 Punkten. Aber da sind ja noch einige oben. Noch einige Starter, die kommen können. Noch einige starke Namen noch dabei. Einige Legenden tatsächlich. Also wenn ich den Namen gelesen hätte, ohne zu wissen, dass dort Germany daneben steht, hätte ich auf einen Holländer gebührt, Ruben Oberberg. Aber er kommt aus Deutschland, Starten 61, ist 22 Jahre jung. Das taugt mir auch so, dass wir so viele junge Fahrer am Start haben. Also richtig lässig. Mir taugt es auch, dass der Michi dabei war mit 53. Ja. Aber das ist das Lässige im Freer. Du hast 19-Jährige und 53-Jährige im gleichen Event. Wow, mit einem schönen Air da oben. Ja, mit der hohen Nummer muss man oft kreativ sein und dem verspurten Gelände wegbleiben. Das hat er gut gemacht. Jetzt da ist es schwierig. Da geht es richtig. Aber da muss er kurz einschauen, ob er richtig ist. Pop weg. Und Double Out von der Windlip auf die Plattform und über den Felsen. Richtig schöne Linienwahl für den Ruben. Super kreativ. Der Nummer angepasst. Jetzt kommt er in den Freestyle da. Jetzt werden wir schauen, ob er auch Freestyle-Skills hat. Die hat er auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, ob das jetzt ein Sidespin oder ein Underflip war. Auf jeden Fall. Mit Style geflippt können wir auch. Genau. Das können wir uns einigen. Wow. Und fährt jetzt dann noch auf den vierten Kicker den Hydro-Kicker zu. Ein ganz kompletter Run bis jetzt. Ja. Also jetzt bin ich sehr gespannt, was er uns am letzten Kicker zeigt. Da kommt der Pecky. Das habe ich mir schon gedacht. Im Absprung, dass er ein bisschen zu wenig Schwung gehabt hat. Und es bewahrt sich leider. Geht schön in die Überstreckung. Sieht dann, dass die Landung früher da ist als gedacht. Probiert die Beine noch anziehen. Aber schafft es um ein paar Grad nicht. Und da macht man natürlich das, was man den Faceplant nennt. Ja. Was nicht so angenehm ist. Zum Glück ist der Schnee heute weich. Das tut mir leid für ihn, weil das war eine super kreative Linie. Da sieht man zwei Sprünge oben. Auch der da hat er sich ganz genau überlegt, was er macht. Und der Sprung am ersten Kicker war richtig sauber. Schau, wie er den hinstellt. So schön. Und da hat er einfach einen Bremstern zu viel gemacht. Er hat einfach mehr Schwung. Den letzten hätte es nicht mehr gebraucht. Irgendwie hat er sich ausgeschlossen. Hat er sich erst im letzten Moment überhaupt erst entschieden, den Backflug zu machen. Vielleicht, ja. Es ist einfach, aber ich meine, es ist auch einfach schwer. Plan the run and run the plan. Das ist ganz wichtig. Jonas Petrich ist der Nächste. 31 Jahre alt. Auf dem Snowboard. Es ist seine erste Contest-Saison. Das heißt, auch mit 31 kann man noch anfangen. Eintracht Contest zu fahren. Und er war in Frankreich auch schon. In Devo-Louis. Und ist dort 8er geworden. Kommt vom Attersee. Ein Oberösterreicher. Ich bin auch ein halber Oberösterreicher. Ich bin nur ein halber Tiroler. Wo ich mich sehr aus Tiroler fühle. Aber am Attersee gibt es auch schöne Berge. Wow. Super Drohnenaufnahme. Da sieht man mal die Steilheit gut da oben. Super Drohnenaufnahme. Und oft einmal braucht es halt fürs Freeriden nicht unbedingt die allerhöchsten Berge, sondern nur das richtige Gelände. Kann ich jetzt auch als Wienerin mal sagen. Ihr braucht vor allem nicht die größten Berge. Wenn ich mich erinnere, von den ersten 5 Snowboardern Österreichs, die es auf die Freeride Worldtour geschafft haben, waren 4 Locals auf der Innsbrucker Seegrube. Und da gibt es nur 2 Gondeln und 2 Sesseldifte. Wichtig ist einfach, glaube ich, die Leidenschaft, dass man einfach so viel draußen ist, wie noch geht. Ja, und dass man jeden Tag das Bestmögliche aus dem Gelände und den Schneebedingungen rausholt und sie auch vor Stürzen nicht fürchtet, was wir hier auch gerade sehen. Da ist viel Motivation, er ärgert sich ein bisschen in der Landung, aber lasst sie da nicht gröber ablenken und weiter geht's. Er ist ja schon mit ein bisschen Rücklage zum Absprung gekommen, das ist natürlich schlecht, weil dann weißt du in der Luft schon fast, okay, das wird schwierig, dass du da noch die Balance wieder findest, um dann auf den Beinen zu landen. Um dann auf den Beinen zu landen. Genau, aber ja, ich meine, manchmal ist man halt am Take-off einfach ein bisschen falsch, dann kann man auch nichts mehr machen. Aber da gibt's noch einen Kicker und ja, den nimmt er jetzt sauber mit, einfach straight. Passt ja auch gut. Wir haben so viele gute Runs heute schon gesehen und auch dieser Run ist tatsächlich einfach ein sehr okayer Run, wenn man auf jeden Fall die Bedingungen in Betracht zieht und die Aufregung. Ja, da fällt mir wieder eben der Timo ein mit seinem Run, der, wie gesagt, nur mit 90 oder 95 Prozent gefahren ist, weil die Bedingungen sind schwierig, sich nicht optimal, viele Spuren und da bist du an solchen Tagen dann oft mit diesen 90 Prozent besser dabei, als mit den 100 oder 110, die viele fahren. Bei potenziellen Winning Runs, glaube ich, haben wir einige gehabt, aber sauber runtergebracht haben es bis jetzt noch nicht viele. Sehr viele potenzielle Winning Runs und sehr viele wahnsinnig gute Einzelaktionen. Mal schauen, was uns jetzt der Julius Zenz mit seinen 23 Jahren hier zeigt. War heuer auch schon in Frankreich und in Verbier und in Cham unterwegs und obwohl es seine erste Saison ist. Nimmt gleich den ersten eher unterm Start geht und auch einen guten Winkel bei dem zweiten Cliff nicht über die höchste Stelle, wo er schon sehr verspurt ist und auch hier ein bisschen Cross, also seitlich zum Hang gefällt mir sehr gut. Hat sich das ganz genau angeschaut, das weiß man. Das sieht man richtig, wie er konzentriert ist und genau seine Linie entlang fährt. So, Big Mountain-Teil erledigt, jetzt der untere Teil, Freestyle-Teil. Zwei Kicker warten auf ihn, Scott Kicker Nummer eins, was kommt? Ein schöner Backflip. Wow, perfekt hingestellt. Auch nicht mit sehr viel Speed, aber er ist gerade und gerade gut ausgegangen mit der Rotation. Aber der freut sich natürlich jetzt. Was macht er jetzt? Denkst du, okay, das ist super gelaufen, jetzt mache ich einen Safety-R, oder? Go for Gold und mache noch einen fetten R. Go for Gold, denkt er sich! Und überdreht den Backhit da leider. Genau, und Gold wird zu Blech. So schnell geht es. Bei diesen Freestyle-Kickern, stell dir vor, du stellst ihn auf die Füße, dann ist er am Stockerl. Ja. Und du überdrehst um ein paar Grad und dann sind die Punkte weg. Das ist immer die Frage. Eigentlich finden wir es ja geil, wenn die Leute zeigen, was sie können und richtig Gas geben. Und auch bis zum Schluss richtig Gas geben. Und das sieht man hier. Julius hat das super gemacht bis zum Schluss. Der Start war mega Wahnsinn mit der Kombination oben. Ich finde das toll. Es geht ja nicht um eine Qualifikation zur World oder sonst. Es geht einfach darum zu zeigen, wie man Skifahren kann. Und ich finde es toll, dass fast alle bis zum Schluss Vollgas geben. Werden wir schauen, ob das der Alex Bohn aus Deutschland genauso macht. Der auf jeden Fall einmal einen ganz guten Start und steuert auf das Cliff zu. Da haben wir noch kaum ein Snowwater-Hike gesehen. Wow, hat er gut gepoppt, damit er das klärt. Aber dann haut die Landung halt leider nicht hin. Also das ist sicher ganz schwer zum Landen da als Snowwater. Ja. Es ist ein prinzipiell kompliziertes Cliff, weil man braucht einfach Speed, dass man da über die unteren Steine wieder drüber kommt. Also eben klärt. Jetzt da zum nächsten Cliff hin. Und das war jetzt genau in dieses Loch, das wir schon ganz am Anfang halbsten Tag gesehen haben. Aber genau wie du gerade gesagt hast, es ist so toll, dass sie alle Vollgas geben, oder? Selbst beim letzten Kicker noch ein Backflip werden, obwohl sie wissen, dann können die Punkte wieder weg sein. Und der Alex hat sich jetzt über die zwei Clips oben drüber gehauen, als gäbe es kein Morgen. Also war Hut ab vor der Motivation von den Riders heute. Genau. Jetzt hat sie ihn leider ein bisschen nochmal in der Nose gehabt. Auf der Windlip. Aber trotzdem volle Motivation auf den Scott Kicker. Und ja, Backside 3 mit einem leichten Backslap danach. Aber ja, ich glaube, der wird trotzdem happy sein, weil er hat das gemacht und das probiert, was er sich vorgenommen hat. Und das ist durchaus ein großes Ziel. Also wenn man sich selber einen Run vornimmt und den dann für sich erfüllt, dann hat man auch schon ein Ziel erreicht. Auch wenn es vielleicht nicht klappt hat, aber man hat sich getraut. Und dafür sind auch die Contests und die Einsteine da, dass man mal schaut, okay, wie weit kann man gehen? Wie viel haltet man aus? Wo muss man vielleicht noch mehr trainieren? Genau, das hat man jetzt wieder gesehen. Ein großer 180, der in der Bedingung wirklich fast nicht zu landen ist und trotzdem probiert das. Da muss irgendwas Besonderes sein. In der letzten Mulde vom Ziel. Es war jetzt der dritte oder vierte Fahrer, der in diesem Flachstück eigentlich gestürzt ist. Ja, da ist eigentlich, also soweit man das vorhin, wo die Sonne besser heraußen war, gesehen hat, hat man da jetzt noch einen kleinen Butter dazugelegt, ist da einfach eine noch nicht ganz ordentlich zugeschneite Geländeform wie ein Bach oder so. Und da ist ein Gegenhang drinnen. Und ich glaube, im unteren Bereich ist gerade die Sicht relativ unbefriedigend, wenn man da mit viel Speed daherkommt und vielleicht auch schon ein bisschen müde ist. Und dann drückt man das nur noch schwer durch. Und unser nächster Fahrer ist der Moritz Steinwender, Mitte Nummer 65 aus Österreich. Letztes Jahr hier 14. Das klingt für mich als wäre er local, weil neben uns in der Public Area wird gejubelt und gerollt. Also er scheint da entweder mit einer grossen Fancrew angereist zu sein, oder er ist einer der hier für die Schifffahrt. Schöne Linie. Den haben wir noch nicht oft gesehen da oben, gell? Hinter den Ski tut es vorbei, genau an der Face Area Rebounded. Zurück einer. Wow! Den muss er sich genau angeschaut haben, weil er landet er zwischen den Buschen und den Felsen. Perfekt hineingestellt. Wir switchen mal auf live, schauen hinauf auf den Berg, wo er sich jetzt dem Scott-Kicker annähert. Jetzt werden wir schauen, wie es mit dem Freestyle geht an. Und er dreht für links an, ja. Weiter dreierstellt er, super, ein cleaner Run. Wieder mal einer, der perfekt unterwegs ist für zwei Drittel. Jetzt auch bei ihm die Entscheidung. Go big or go home? Oder nimmt er das mit nach Hause, was er schon geleistet hat? Einen Kicker hat er noch. Die letzten Turns, was geht ihm im Kopf jetzt vor? Was macht er beim letzten Kicker einen riesen Backflip? Und auch hier zu groß überdreht. Die Ski bleiben dran. Er kriegt einen Score. Aber der Podiumplatz, der gerade noch in Reichweite war, ist natürlich in dem Moment wieder futsch. Aber Applaus. Applaus, ja. Er hat auf jeden Fall probiert. Props for trying, genau. Und super schön in der Linie oben. Alles was mir dazu einfällt, ist das Eingriff. Also Skifahren kann er auf jeden Fall. Der Moritz, das hat uns gezeigt. Den Backflip hat er einfach überdreht. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr ist es sicher 7, 8 Fahrern passiert bei dem Kicker. Dass sie alle gedacht haben, der braucht viel Speed und haben alle überdreht. Scheint heuer etwas ähnlich zu sein. Schauen wir, ob es der Anton besser macht. Anton. Solotare. Aus Russland am Snowboard. Ich finde das voll super, auch wenn es leider in Europa Krieg gibt und Politiker Entscheidungen treffen, die für uns nicht nachvollziehbar sind, dass russische Snowboarder hier sind und mit uns am Bergstein zum Pontus fahren. Das finde ich richtig toll. Ja, soweit ich das verstanden habe, ist er auch in Innsbruck gebased. Ich habe da ein bisschen das Internet befragt. Also ich glaube auch eigentlich permanent hier. Was nur logisch wäre. Er zeigt uns schon mal, dass er auf jeden Fall gut Snowboarden kann. Also oben ein sauberer Cliff Drop mit einer ganz sauberen Landung. Auch den nimmt er mit. Also richtig gut unterwegs. Da ist er eine Konkurrenz für den Basti Käpplinger, der mit 80 Punkten auf Platz 1 ist. Für den Platz 2 muss er den Lorenz Neuchel schlagen, der 68 Punkte hat. Auf den Scott Kicker. Ja, sauber gelandet. Super. Obwohl er da jetzt wenig Speed gemacht hat, dass er technisch jetzt sehr sauber hinbringt. Dass er das Board noch um ein Dummrad hat. Aber Backside 3, also da ist er auf jeden Fall in Reichweite vom ersten Platz. Und Bastian, das hängt jetzt wie so oft alles auf dem letzten Kicker. Der Hydro Kicker entscheidet heute über Gedeih und Verderb, über Sieg und Niederlage, über Gold oder Blech. Ja. In der Anfahrt, Speed Check. Toll, dann. Da kommt der Backflip. Da bin ich gespannt, wie die Judges das sehen. Backflip into faceplant. Puh. Ja. Die Rotation vielleicht nicht ganz fertig gedreht. Es war gleich wieder weitergefahren, aber da wünsche ich die Judges sicher, dass es eine Wiederholung gibt auf der World Tour und auf dem Vierstein Qualifying gibt es ja inzwischen. Da gibt es einen eigenen Video Judge, der sofort zurückspürt, sich das anschaut und dann den anderen Judges sagt, wie war die Landung von diesem Sprung. Das war schön losgekommen. Auf jeden Fall ein sehr kompletter Snowboarder. Da war der Dreier. Anton Solotarev. Ich habe leider kein Alter hier stehen. Ja, das war schon ein ziemliches Control-Issue, aber trotzdem. Anton, das war cool. Da wünschen wir uns mehr solche Runs, oder? Ja, da wünschen wir uns mehr Runs. Wir wollen mehr sehen, Anton. Da Marian Ebenbichler aus Österreich. Das ist unser nächster Starter. 20 Jahre erst. Und ja, ist auch schon Piztal, Wildface gefahren. War hin, Alpbach mal 15er und war 2020 als Junior in St. Anton. Das war jetzt interessant. Der hat oben ganz genau die Transition erwischt. Ich glaube einen halben Meter länger oder kürzer wäre das nicht so gut ausgegangen. Wenn er das so geplant hat, dann war es perfekt vom Speed her. Transition hat der Übergang vom Steil ins Flache, wo man nicht rüberspringen sollte bei größeren Hüpfern. Weil wenn man zu weit im Hünften ins Flache landet, dann geht das selten gut aus. Auch den super mitgenommen. Bei so einem Runs kommt es auch darauf an, dass man alle Möglichkeiten, die das Gelände bietet, wahrnimmt. Das hat er bis jetzt super gemacht und auch super kreativ kombiniert. Und Scott Kicker mit einem Dreierabend. Den Dreierabend. Den Dreierabend, ja. Auch er habe ich das Gefühl, abgesehen vom ersten Drop, ein bisschen mit der Handbremse. Also eher so auf 90 Prozent. Aber wie wir gesehen haben, auch bei anderen Fahrern heute, wie beim Nikolai, dass das durchaus auch zum guten Resultat führen kann. Und hat hier jetzt noch Zeit, sich auf den Hydro-Köcker vorzubereiten. Den schaue ich mir jetzt live an, Manu. Du bleibst zum Bildschirm. Da kommt der Leder Backflip. Und er macht es perfekt. Wunderschön zu sehen, wie er kopfüber die Landung spottet und so lange in der Überstreckung bleibt, wie er kann und dann erst im letzten Moment das Landegestell ausfährt. Also, der war clean. Ja, und hast du auch gesehen, der hat da eigentlich nicht mehr viel Speed mitgenommen. Nein. Und es ist sich trotzdem ausgegangen. Das heißt, der Kicker muss mal richtig kicken. Genau. Wenn es uns noch nicht zuhört, wie der Stefan Heusl, Funk zu den Jungs. Nicht zu viel Speed für den Hydro-Kicker. Vor allem bei Backflips, sonst geht das nicht gut aus. Da ist Nikolaus Melmer, zweiter Platz mit 70, definitiv in Gefahr, weil das war quasi fehlerlos. Das war quasi fehlerlos und eine wahnsinnig gute Top-Section. Ja. Gutes Skifahren. Also, das geht auf jeden Fall Richtung Podium. Hui, gerade ausgegangen ist das. Aber gerade, ja. Gerade und gerade ausgegangen. Alex Schulze, auch unterstützt vom Spark Sports Shop aus Deutschland. Da gehen wieder die Hände hoch neben mir in der Public Area. Auch er, glaube ich, mit einem Fan-Club-Warsch. Der ganze Sparks-Board-Shop heute hier. Wir haben ja schon ein paar Fahrer gehabt, die vom Sparks unterstützt werden. Wählt er jetzt ein bisschen einen kleineren Teil vom Cliff auf der linken Seite. Und hat er auch Probleme in der Landung mit dem Schnee? Ja, ganz klassisch für den Snowboard die Rücklage. Und das führt dann zu einem Tail-Wheely und Tino wieder. Da sieht man, dass das einer korrigieren kann. Wie zum Beispiel der Kami Amada macht das oft noch seine Backflips. Dann fährt er noch ein 20 Meter Tail-Wheely mit der Hand im Schnee hinten. Aber dann wieder aufs Brett zu kommen, ist natürlich gar nicht einfach. Ja, vor allem auch, wenn man die Sicht nicht so gut hat und vielleicht nicht ganz genau weiß, was jetzt kommt. Aber er fährt ein paar solide Turns auf jeden Fall auf der Wind-Lib. Da haben wir in dem Bereich vom Face eigentlich auch noch nicht so viele Leute gesehen. Ja, das hat damit zu tun, dass wenn du dort auf der Lucas-Right oder Riders-Left fährst, ein, zwei Feature weniger hast. Du hast für die zwei Kicker, die selten gefahren werden. Da ist er jetzt beim Reifelsenkicker und dann kann er unten zum Monats-Royalkicker fahren. Aber im oberen Bereich sind doch, wenn du auf die Lucas-Left hinüber fährst, kannst du zwei Felsen mitnehmen. Und auf der Riders-Ride eigentlich nur einen. Genau, und nachdem ja das Thermometer für jeden Fahrer und jede Fahrerin auf und ab geht und mit jeder Action man Punkte sammelt, ist natürlich ganz wichtig, möglichst viel Action im Run zu zeigen. Genau, das führt dann dazu, dass zum Beispiel am Wilzel oder berühmt-berüchtigten Berg, wo die Friere World Tour jedes Jahr Stopp macht im Fieberbrunn, auch heuer wieder in ein paar Wochen. Eigentlich jedes Jahr die Winning-Lines eher ähnlich sind, weil die Fahrer mit der Zeit drauf gekommen sind. Nach zehn Jahren World Tour dort, wo man halt die meisten Punkte sammeln kann. Und die werden halt jetzt immer wieder gefahren und andere Runs sind zwar auch schön, aber nicht genug Features, um zu gleichen Punkten anzukommen, wie bei den Standard- oder Classic Runs. Hat er jetzt noch schön den Monats-Royalkicker mitgenommen? Mhm, mit einem Backseller. Weit hinunter. Das ist ein Replay, da sieht man den Aushebler. So, wir schauen wieder hinauf. Oben steht nämlich jetzt wieder ein Skifahrer. Und zudem habe ich von seinem Coach schon eine Ankündigung gleich mitbekommen. Und bin gespannt, ob er das auch so umsetzen wird. Ha, hast du da schon Insider-Infos, Flo? Insider-Infos aus der Szene. Dann bin ich mal gespannt. Jetzt wird es langsam dünn. Eins, zwei, drei, vier, acht Fahrer stehen nach oben. Und der nächste, Jake Müller. Auch er ist vom Skiclub Allberg. Und sein Coach Stefan Heussler hat mir geschrieben, Jacob wird big gehen. Oh, wow. Was beim Jake big heisst, werden wir gleich sehen. Big heisst immer gleich über den ersten. Gut drüber. Die Landung gut gemanagt, die nicht leichter wird. Sehr gut. Ziemlich weit, da waren noch kaum Spuren. Fehlerloser Top-Part. Das hat er jetzt schon ein paar Mal. Jetzt trennt sich dann die Spreu vom Weissen. Erst geht Richtung Scott-Kicker. Schauen wir uns mal seinen Speed an, da wissen wir, was er vorhat. Mach den Becci! Und das super sauber. Das ist schön zu sehen. Der hat sich, glaube ich, einen Run vorgenommen und bis jetzt gesagt, was er sich vorgenommen hat, exekutiert. Und jetzt sieht man richtig, wie sicher der drauf steht. Genau. Und arbeitet jetzt richtig von oben nach unten ab. Jetzt bin ich gespannt, was er für den letzten Becci hat er schon gemacht. Normalerweise müssen wir jetzt der Dreier kommen. Aber das ist unten schon eigentlich der leichtere zu sein für die Becci. Der Kompa. Na! Das gibt's nicht! Der macht den Double Backflip! Jetzt wissen wir, was Steffen Heusl mit Google gemeint hat. Den hat er zwar nicht sauber gestompt, aber yeah! Double Backflip! Supergeil! Da kommt er von mir auf jeden Fall einen... Double Backflip bei Jake Müller! Das haben wir... Haben wir das schon jemals gesehen auf der Open Faces Tour? Ich kann mich an keinen erinnern. Den Double Frontflip haben wir heute als erstes gesehen. Den ersten Damen Backflip. Und hier ist er noch einmal! Einmal! Zweimal! Oh! Bisschen zu viel Speed! Die Ski bleiben dran! Wow! Und hat er eigentlich zu viel getackt, gell? Das war echt... Der hätte noch... Wir haben ja schon bei vier, fünf Riders gesehen, dass sie die Flugzeit unterschätzt haben bei diesem Kicker, das ist noch weniger Speed. Aber super kontrolliert, Brauer, Jake Müller. Ich bin gespannt, was die Judges da machen, weil der Score geht ja eigentlich durch die Decke, da müssen sie ja für die Landung was abziehen. Hui! Möchte ich wieder einmal nicht in der Haut der Judges sitzen. Manu, du hättest heute judgeen sollen, hast da keine Chance. Du sitzt neben mir in der Kommentatoren-Kabine. Das macht dir mehr Spaß. Ja, es gab ein kleines Problem bei den Judges im Sinne von, dass sich jemand verletzt hat und dann war kurzfristiger Ersatz gesucht. Dann haben wir aber eh Ersatz gefunden und ich muss sagen, ich habe ja heuer schon einiges gecharged, auch die Juniors. Und wow! Also gerade als ehemaliger oder als Rider möchte man natürlich sein Bestes geben, jeden Run wertschätzen. Genau, wertgeschätzt haben die Judges den Run von Anton Soloterev aus Russland, der sich auf den zweiten Platz vorgekämpft hat bei einer Snowboarder, hinter Sebastian Keplinger. Ja. Und nachdem wir nur mehr Skifahrer haben, wird das auch das Endergebnis sein. Das heißt Snowboardman heute, Sebastian Keplinger vor Anton Soloterev vor Lorenz Neuchel. Wow! Also, es ist ein Einstein-Contest. Ja! Es gibt fünf Kategorien. 1, 2, 3, 4 und World Tour. Und letztes Jahr gab es gerade mal den ersten Double Backflip of the World Tour. Jetzt gibt es beim Einstein-Contest im Alpachtal ein Double Backflip. Das ist unglaublich. Unglaublich! Bravo! Und bei den Frauen gibt es auch super Performances, die Olivia. Das war wirklich so schön zu sehen. Ja, ich bin hin und weg vom Niveau, was wir da einfach sehen bei den doch echt anspruchsvollen Bedingungen. Aber jetzt zurück zu unserem nächsten Rider hier. Ich habe hier stehen den Philipp Landschüss auf dem Snowboard auf der Startliste, aber im Startliste sehen wir einen Skifahrer. Ah! Die Regie hat uns gerade gesagt, bei Philipp Landschüss ist eine Schraube locker, zum Glück nicht in seinem Kopf, sondern auf seinem Snowboard. Deswegen muss der aus dem Startgift noch einmal raus und kriegt jetzt gerade den Schraubenzieher vom Bergführer nebenan und zieht seine Schrauben an. Deswegen ziehen wir einen Skifahrer vor, vermute ich. Das wäre dann der Luca Wieland. So schaut's aus. Unterstützt von Völkl und Alpina. Das heißt, wird schon gezeigt haben, dass er Skifahren kann. Auch er im Team vom Stefan Häusl, vom Skiclub Allberg. Und man sieht das bei den Jungs, die beim Stefan sind, die fahren alle aus dem Start gehen, als hätte er hinten herangeschoben. Wahnsinnig guter Start hier von ihm über das erste Cliff. Super solide, no hesitation. Und der fährt mit viel Speed dahin und springt einmal fünf Meter weiter, will er anderen. Hat dann auch den leichten Backslap. Das heißt, den Rücken im Schnee, da gibt's natürlich auch Abzüge. Aber andererseits war er auch um einiges weiter und dynamisch als die meisten anderen. Auch hier möchte ich wieder kein Chatschner heute, die diese Führen wieder abwägen. Jetzt wäre er fast in den Busch hinein. Macht das aber ganz smart. So, Konzentration. Scott Kicker. Das wird ein Right Hand Dreier. Das sieht man schon in der Anfahrt, wenn die Fahrer schon Schwung haben für die Rotation. Und jetzt hängt wieder alles am, wie heute, alles entscheidenden Kicker. Am Hydro Kicker. Der Hydro Kicker. Der Stefan muss fast hinausgehumpft haben. Wenn du nicht gerade einen Double oder Triple Backflip machst, ein bisschen weniger Speed bitte. Weil da geht's viel weiter, als man geht. So. Und er hat Speed. Luca. 3, 2, 1. Da kommt der Becky. Und er hat es perfekt geteilt. Sauber. Ja, da zählt natürlich jetzt die Erfahrung von unten. Weil sonst ist er erst 19. Also die eigene Erfahrung ist nicht die wie von anderen. So wie von Philipp mit 28. Der als nächstes ist es noch, oder? Ja. Andererseits, wenn die... Schau, wie er das gut gemacht hat. Da hat er einen richtigen Pop gekriegt. Kann es aber kompensieren mit den Beinen. Ja, da ist jetzt die Frage, wie viel er abgezogen wird für diese Landung oben. Weil der Rest des Wands war ja wirklich gut. Und jetzt der nächste Startnummer 70. Der Phil, auch ein Trainingskollege von mir tatsächlich. Und auch ein Flachland-Tiroler. Staatlich geprüfter Snowboard-Lehrer und Guide ist inzwischen in Innsbruck zu Hause. Ist auch im Coaching-Team der Freer Academy. Wenn wir noch mehr Snowboarder hätten bei unseren Kiddos, dann hätten wir auch noch mehr Einsatzmöglichkeiten für ihn. Ja, vom Phil kann man tatsächlich einiges lernen. Seine Technik ist wirklich flawless. Der Armhaltung fast wie beim Schulefahren. Ja. Und echt das superschöne Combo von Turns, die da oben hingesetzt hat. Also, wir machen ja auch ein staatlich geprüfter Snowboard-Lehrer und Führer. Und ich glaube, ich wäre auch auf der World-Tour nie so weit gekommen, ohne diese Technik, die man halt in diesen Ausbildungen einfach mitkriegt. Das hilft ja wirklich beim Freeriden ganz enorm. Ja, weil es beim Freeriden so sehr um die Stabilität geht. Er jetzt auf den Scott Kicker. Jaaa! Ein wunderschöner Lehn aus Backflip. Jaaa! Perfekt auf die Füße gestellt. Der Phil, da kann ein Stoked sein. Braucht ungefähr 150 Meter, um den Speed wieder loszuwerden. Aber mit seiner Technik überhaupt kein Problem. Jetzt wieder win oder lose. Sebastian Käpplinger am ersten Platz mit 18,33. Der ist in Reichweite für den Phil. Es hängt alles an den letzten Kicker. Ja, das macht er intelligent. Jetzt muss er nur das zusammenhalten. Die letzte Kompression. Aber bei seiner Technik kann auch die normal kein Problem sein. Da ist sie. Wow! So ein Judges. Wenn du mich fragst, dann wird das ganz knapp um diesen ersten, zweiten Platz jetzt. 80,33 derzeit Sebastian Käpplinger. 73,33 Anson Solotarev aus Russland. Also eins bin ich mir sicher. Es wird ein österreichischer Sieg bei der Snowball. Und was jetzt... Wow! Schau, diesen Backflip. So perfekt. Ja, und das ist jetzt auch voll Redemption für den Phil. Weil ich habe ihn nämlich gesehen, wo er bei der Verbier Freeride Week einen Backflip irgendwie gar nicht gut gemacht hat. Und dann hat es ihn richtig böse eingestaucht. Das hat er lange gespürt. Und Live Results? Gebt's auf www.openfaces.com. Falls ihr nicht den Livestream-E dort schaut, schaut's dort rein. Klickt ganz oben links auf das doppelte Bergsymbol. Und ihr seid schon bei den Results des heutigen Tages. Und da werden wir auch gleich drauf schauen, wo sich der Philipp heute einreiht. So, bei den Skimännern. Immer noch der Timo Rolfshofen mit 84 Punkten als Vize-Weltmeister in Führung. Zweiter Stelle jetzt allerdings. Marian Ebenblichler hat sich mit 65 da an den zweiten Platz gestellt. Und wir merken an den Scores 84, 75 und 70 für die Top 3 der Männer zur Zeit, wie viele Stürze es gegeben hat. Weil wenn alle 5, 6, die so Top-Runs hatten, ihre Sprünge gestanden hätten, dann wäre diese Top-Area ganz gepackt mit Top-Resultaten. Aber so sind auf sich die etwas sicheren Wands, die heute im Augenblick das Podium bilden. Es geht weiter. Normalerweise müssten wir jetzt den Tobi Kerber im Start getan. Auch ein bekanntes Gesicht vom Skiclub Arlberg. Der heuer beim Zwei-Stern-Inverbier auch schon der Dritte war und am Podium war. Zwei-Stern-Inverbier. Genau, das zählt punktemäßig mehr als er sich heute. Aber ich glaube, ihn werde er sich heute im Heimatland wieder. Wow, no holding back. Extrem guter Skifahrer, den wir da gerade zuschauen dürfen bei seiner Leidenschaft. Und der zaubert einfach einen Backflip über den Felsen, wo die anderen gerade drauf kommen. Steffen Häusl hat gesagt, er ist der Styler. Ich würde eher sagen, er ist der Action Man. Wow. Und surft auf den Innenski da diese Pulverwelle ab, am Weg zum Skop-Kicker. Effortless left and three. Bei dem schaut das so easy aus. Jetzt haben wir gerade vorher Ryder gehabt, die so konzentriert waren. Und bei ihm schaut es eigentlich aus, als wäre er beim Spaziergang. Ja, hinterlässt den Eindruck, dass es so wahnsinnig leicht wäre, obwohl es wirklich so schwer ist. Letzter Kicker. Ich sehe den Backkick. Oh man, da ist er. Aber auch er zu weit. Stefan, hast du mir aufgefuckt, dass er 7 kmh weniger Speed braucht? Hat den Ski allerdings noch an, aber das kostet ihn natürlich für einen sonst wirklich perfekten Run. Wow. Wir haben heute wenige Fahrer gesehen, die so gut mit den Bedingungen zurückkommen sind. Schau, die Beine zusammenstellt zum ersten hin. Da kommt der Backkick, der hat sich dann so kontrolliert. Perfekt auf den Füßen, der Dreier auch noch perfekt. Boah, schau, der Drohnen-Shot ist mega. Wow, und vor allem auch das Take-off, wer sich das rausgeschaut hat, grabt da sogar noch irgendwie ein bisschen das Grünzeug aus. Da kommt der Dreier, auch der ganz entspannt, weiß immer genau, wo er ist. Und beim letzten einfach ein Hauch zu viel Schwung, zu viel Rotation. Der Seeler dreht weg, streckt sich noch durch. War aber auch ein bisschen aus der Achse, muss man sagen. Wahrscheinlich hätte er auch mit ein bisschen weniger Schwung den schwer landen können, weil die Ski einfach etwas quer zur Fahrtrichtung waren. Wow. Tobi Kerber. Tobi. Und jetzt, meine Damen und Herren, bitte zurücklegen und festhalten. Denn niemand anderer ist jetzt oben als der Sieger vom letzten Jahr. Mr. Backflip persönlich. Falls ihr den Highlight-Tipp gesehen habt vom Freeride World Tour Qualifier Alpachtal 2022, da gibt es einen Sprung, da fliegt einer Kopf über ungefähr 30 Meter weit durch die Luft. Es gibt, glaube ich, kein Österreich, der die Backflips macht wie der Nico. Der stellt sich auf den Kopf, fliegt am halben Berg hin und dann stellt sich hin. Nico Bartel. Nur 21 Jahre jung. Mr. Backflip. Wow, jetzt bin ich schon gespannt, weil... Die viertletzte Startnummer. Ich hoffe, er ist nicht zu früh aufgegangen. Aber wahrscheinlich hat er den Vorteil, dass er sich schon die anderen anschauen hat können und er ist jetzt zum Schluss hinaufgegangen zum Start. Damit hat er vielleicht auch den Vorteil, dass er weiß, welcher Kicker mit wie viel Speed zu springen ist. Und er kennt sich natürlich aus. Das ist ja quasi sein Hausberg, der mich ja schon gewonnen hat. Ja, und nach dem Run von Tobi Kerber, der nochmal gezeigt hat, wie easy man das Ausstand lassen kann und dass auch noch alles möglich ist. Also wir sind immer noch, alles ist möglich, jeder Run kann gewinnen. Auch mit den Tracks, wenn man gut Skifahren kann, kann man das gerade runterbringen. Also sehr gespannt auf den Nico Bartel. Wir brauchen jetzt natürlich immer ein bisschen länger, weil wir haben jetzt nur noch die Skiherren. Das heißt, das Charging Panel muss erst den Score reingeben und es sind nicht mehr zwei Charging Panels am Arbeiten. Und das ist ganz eigene Stimmung. Ich kann mich erinnern, vor allem die World Tour Contest, wenn der Contest fast vorbei ist. Ich bin ja immer mal in Kappel wie die World Tour dort als Letzter gestartet. Es ist ein komisches Gefühl, alle die Guides und so warten um dich rundherum, dass du durch den Start gehst, dass sie zusammenpacken können. Und du bist noch voll im Contest-Modus. Also ganz eigene Stimmung, wenn sich das Starterfeld oben so leert. Ja. Und dann noch drei. Haben wir heute da oben. Das stimmt, das ist mental nicht leicht. Nein, kam nicht drauf. Aber Nico Bartel darf jetzt droppen. Aber ich glaube, der Mann hat sowieso keine Nerven. So wie er letztes Jahr seine Backflips der Arbeitsarbeit hat. Titi nübers zum ersten Cliff. Der hat erst zwei Turns gemacht bis jetzt. Also eigentlich nur einen. Wow. Kurzer Binnenski, da hat er einen Schalke erwischt. Auch er den Backflip oben. Das stellt dann auch ihn. Auf den Spuren von Tobi Kerber. Und hat jetzt Glück, weil gerade das Licht wesentlich besser geworden ist. Wow, fliegt da über eine Bodenwelle. Und jetzt, meine Damen und Herren, Shantin, ich kann mir vorstellen, dass nur eins jetzt kommt. Zein Street, Mark, Backflip. Wow. Von der Drohne hat man es gar nicht so weit gesehen. Aber so eine Ski war sicher drei Sekunden lang von Abschluss heute. Und jetzt hat er wahrscheinlich den Channel Gap. Weil was anderes können wir nicht glauben, warum das Publikum unter uns so gejubelt hat. Wir haben es nicht gesehen, weil wir am Bildschirm waren. Und jetzt live auf den letzten Turns ins Finish mit wahnsinnig viel Speed unterwegs. Und ja, ins Finish. So, jetzt im Replay nochmal. Ich glaube, der kann fliegen. Ich glaube, der denkt. So schön. Backflip über das Cliff. Und da ein Traymar Backflip. Schau, wie der den hinstellt. Oh, den letzten haben wir jetzt nicht mehr gesehen. Aber ich glaube, er hat einen Transfer gemacht, den man schon von einem Skifahrer gesehen hat, über diese Rinde im unteren Bereich. Wow. Wahnsinn. So schön, so was zu sehen. Wie vergleicht man jetzt einen perfekten Backflip oder einen Double Backflip mit einem Control-Ishoe unten? Ja. Mit einem Transfer. Ui, ich möchte nicht wieder tauschen. Falls ihr euch wundert, liebe Zuhörer, warum es so gejubelt wird, das ist Nico Patel, der gerade zu seiner Fan-Crew in die Zuschauer Eric gefahren ist. Die drehen natürlich komplett durch und sind stolz auf ihren Helden. Zwei Backflips, ein riesen Air. Wow. Ich glaube, das schaut nicht schlecht aus, als sich da sehr weit oben einreiten. Und es stehen nur bei drei oben. Genau. Und es gab einfach echt nicht so viele wirklich fehlerfreie Runs und das war einer von ihnen. Und das ist eine der Stärken von Nico, dass er eigentlich immer auf seinen Füßen landet. Wahnsinn. Und jetzt sind noch drei oben, die das derzeitige Führungstrio bei den Skiern noch durcheinanderwirbeln können. Timo Rollshofen von Marien Ebenbichler vor Nikola Melma. So heißt derzeit den Score. Vom Nico Patel haben wir noch nicht. Ja, kein Wunder, dass es jetzt ein bisschen länger dauert, bis der Christoph Derfling als nächster losfahren darf. Weil die Touches müssen sich jetzt genau vergleichen, wie der Punktestand hier ausschauen soll. Drei Fahrer noch. Freeride Junior World to Qualifier, ein Stern im Alpachtal, Manu. Ja, wir wollen noch kein Resümee sehen oder wollen wir schon ein Resümee sehen? Nein. Weil auch die letzten Fahrer verdienen hier unsere volle Aufmerksamkeit. Es muss einfach jeden Run und jeden, der da oben steht, wertschätzen. Weil es ist echt, es braucht einiges, dass man sich hinstellt und sagt, yeah, ich mache das. Und ich gebe mein Bestes. Ich tue mir das auch an, dass ich diesen Hang anschaue, wo ich mich vielleicht nicht auskenne, dass ich mir merke, dass ich einen Facecheck mache. Das ist Arbeit, das ist mentaler Aufwand. Auch wenn es sehr viel Freude macht, aber es ist trotzdem auch ein Aufwand, den man macht. Das heißt, wir schätzen das sehr und finden das super cool, dass wir da die beste Show von den besten Ritern in der Umgebung kriegen. Genau. Und es sind auch schon ein bisschen so, wow, wir haben heute so viel gesehen für einen Ein-Stern-Contest. Ja, also ich bin ganz weg. Double Backs, Double Fronts, Damen, Backflips, also unglaublich. Und es sind immer noch drei oben. Also zwei Youngsters und der Michael Ralle, der schon zweiter in Kappel war. Also da ist noch richtig Qualität am Start. Christoph Derflinger. Christoph Derflinger. Der fährt noch ein Event im Jahr. Der ist hier. Dropping in. Der kennt er sich wahrscheinlich auch aus. Deswegen ist das Publikum laut und glücklich hier. Genau. Der Christoph Derflinger am Fest ist. Der fährt ganz weit links. Eine neue Entry. Wow, das haben wir noch überhaupt nie gesehen. Eine neue Line sehen wir hier von der Drohne. Um zu diesem Gliff hier. Es schaut richtig nach Spass-Reyriden aus. Da hat er viel unverspurtes Gelände. Da staubt noch der Pulver. Wunderschöne Drohnenaufnahmen. Er schaut eher aus wie aus einem Freeride-Movie, wie von einem Freeride-Contest. Ja, da merkt man halt, er kennt sich da aus. Er weiß, wo der unverspurte Schnee ist und vielleicht durch der gute Schnee. Und hat sich da halt oben dafür entschieden. Genau. Spaß muss sein. Spaß muss sein. Big Powder Turns. Und 3,5. Ein Frontflip. Ich glaube, der erste Frontflip, den wir heute gesehen haben. Das ist ein Double. Wahnsinn. Die Jungs und Mädels hören nicht auf, uns zu überraschen. Immer wieder neue Tricks. Hier vom Christoph Dörflinger ein Frontflip über den Raiffeisen-Kicker. Und jetzt kommt er über den bisher heute noch wenig befahrenen Mons-Royal-Kicker. Jetzt ist die Spannung halt noch groß. Kaum einer sitzt noch hier in der Sonne neben uns. Alle stehen, schauen hinauf. Da kommt der Becci und dann stellt er auch hin. Yeah. Und stellt ihn sauer hin mit super viel Speed auf den letzten Turns hier. Ein richtig schöner Freeride Run. Ja. Mit großen Powder Turns oben. Ein Backflip, ein Frontflip. Was will man mehr? Der darf auch direkt zum Apreschick gehen. Ja. Und darf stolz drauf sein, was er heute gemacht hat. Christoph kann auf jeden Fall stolz auf seinen Run sein. Und wir sind stolz auf ein allgemeines Starterfeld, was echt meine Erwartungen persönlich wesentlich übertroffen hat. Ja, auf jeden Fall. So cool. Was für ein Replay. Es war jetzt ganz interessant den Frontflip zu sehen, weil beim Frontflip, man wissen, ist ja die Landung das Schwierigste, wenn man sich so spät zieht. Und der hat wirklich den Kopf auf der Seite rausgeschüttet, um sich die Landung auszuschauen. Ist trotzdem perfekt in der Achse geblieben. Also da hat er auch seine Freestyle-Skills sicher schon gearbeitet, weil das ist ganz ein schwerer Move. Ja, was können wir sagen? Alpbach delivers. Wir können nur sagen, wir sind dann bei Sparte Nummer 75. Zwei gibt es noch. Ich würde gerne noch 20 weitere Riders sehen, weil es wird immer besser eigentlich. Das Wetter wird immer besser, die Action wird immer besser, die Stimmung wird immer besser. Wahnsinn. Das willst du mehr. Was wollen wir mehr? Was wollen wir mehr? Man muss auch einfach sagen, das mit den Rohdiamanten, das zeigt sich halt. Ja, also auch Einstern-Contests sind so spektakulär, auch live hier zum Ansehen. Also ich würde das ja gerade total gern mit dem Publikum irgendwie teilen, so dieser Excitement und dieser Vibe, der da in der Finish-Area ist. Das machen wir nachdem, nachdem wir uns verabschiedet haben von unseren Zuschauern, gehen wir in den Haus und dann treffen wir alle Riders und tauchen wirklich ein in den Freeride-Vide. Wahnsinn. Da freuen wir auch schon drauf. Such a big family auf jeden Fall. Such a big Freeride-Family, genau. Und wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, die Motivation heute von den Jungs und Mädels gerade zum letzten Kicker hin, wir haben sicher fünf oder sechs fast perfekte Rounds gesehen, die sich dann beim letzten Kicker einfach übernommen haben, aber gerade das ist so schön. Bei der World Cup würden viele wahrscheinlich dann zurückschrauben auf 20 Prozent und da haben alle gesagt, na, voll geil. Genau, und das ist der Vibe. Das ist der Vibe. Das ist mal richtig cool. Genau, der nächste, der jetzt droppt, ist der Max Lahr, 22 Jahre jung. Auch immer nur hier in Alpbach, sprich noch ein Local, wie vorhin schon erwähnt, macht sich da gerade langsam fertig und sieht auch im Start geht, das sind immer so diese letzten Moves, so sitzt die Gorgel, manchmal läuft die GoPro, sind die Bindungen zu, was wir ganz oft auf der World Tour hatten, bei Skifahrern und auch Snowboardern, Bindungsschnallen, also Skischuhschnallen sind einfach nicht zu und dann kommt so ein total aufmerksamer Starter oder eine Starterin und macht so noch von hinten schnell die Schnallen zu, weil die Leute so aufgeregt und fokussiert sind, dass auch die normalen Standard-Handgriffe nicht mehr gemacht werden, weil man schon im Kopf im Run ist. Jetzt Max Lahr, Startnummer 75. Der wünscht uns mal richtig viel Glück, die Bedingungen sind gut, die Sonne ist heraus und das heißt, er hat einen guten Kontrast. Er wählt hier auch einen Entry-Gunz über Lucas Wright, Judy Windleap hat jetzt schon Airtime und ein Powderfield vor sich und nimmt hier auch den Cliffdrop wieder mit, super nice, schön gestompt. Wow, er findet der Powder, Wahnsinn, als vorletzter Rider. Ja, das ist wie wir besprochen haben, auf dieser Rider's Left, ist natürlich der Schnee mega, schaut gut aus, aber du hast da halt schwer die Punkte zu sammeln, die Fahrer auf der anderen Seite sammeln, weil halt weniger Pitcher sind. Wenn in der eine halt drei Felles und zwei Kicker hupft und du hast nur eine Felles und zwei Kicker, dann ist es natürlich schwerer mitzuhalten von Punkten, von den Punkten her. Oh, der Transplay was einfach, der große Schweibach. Die Menge in uns geht durch die Decke, die umarmen sich und freuen sich für den Max, der da oben seinen Frontflip perfekt hingestellt hat. Sollen wir wetten? Ich glaube, jetzt kommt der Backflip. Haben sie sich das ausgemacht, alle Frontflip? Ich glaube schon, die haben gesagt, wer die Line einfach besser macht, oben weg, ich siehste. Mit einem leichten Backslap, aber trotzdem gestompt und der hat Freude und zielt danach ins Ziel. Die letzten Schwünge mit ziemlich viel Speed. Bravo, Mats Lach, danke für die tolle Show. True, Fear and Spirit, da sehen wir nochmal sein Endshow oben. Richtig schön, der war auch weiter oben, der Sprung. Zwei Cliff Drops, ein Frontflip, ein Backflip. Also wirklich gut. Ja, und was man auch sagen muss heute, super Show und man muss auf Holz klopfen, sind alle safe herunten. Das darfst du erst aussprechen, wenn der letzte auf Holz ist, der Michi Ralle. Aber der Michi Ralle ist 30, fährt eigentlich kaum Contest, hat es jetzt heuer probiert und hat gleich einmal den zweiten Platz in Kappel geholt. Beim Dreisterner, ich kenne ihn von vielen Tagen am Gletscher, am Saisonende, der Mann kann Skifahren. Richtig gut. Das Film in Tao greibe ich auch am Weg und ich glaube, da können wir uns noch einiges erwarten, wenn er jetzt da mit Steez und Chill seinen Run fährt und alles ausspielen kann, was er über die Jahre gelernt hat. Freerider im Startgen, last rider of the day, Freeride World Tour Qualifier, Alpachtal 2023. Wow, was für ein Tag schon. Wahnsinn. Michi wird auch von Head unterstützt, das muss man auch mal sagen, weil so gerade heuer, wo so ein bisschen wenig Schnee ist, braucht man dann doch viel Material als Freerider. Das war schon faszinierend auf die Startliste zu sehen und die ganze Infoliste, dass eigentlich 90% der Liste bei Sponsor leer ist. Wenn man bei einem 3- oder 4-Stein-Kontest sein, dann sind eigentlich nur 10% leer, weil die Fahrer natürlich dann schon entsprechend Unterstützer haben, je weiter sie die Leistungskurve hinaufklettern. Aber hier sind ganz viele, die einfach ohne Sponsor fahren, die die Regie einfach ganz normal im Geschäft kaufen und trotzdem solche Leistungen zeigen, wie wir heute sehen. Unglaublich. Also dieser Alpachtal-Kontest wird definitiv in die Geschichte eingehen. Double Fronts, Double Backs, Aspects, beides, No-Wat-Mädels. Ich bin wirklich gestoked. Und jetzt sind wir noch gestoked, noch einen Fahrer von oben nach unten zu begleiten. Start Nummer 76, Michael Ralle aus Deutschland. We are ready for you. Die Charges werden noch ganz genau schauen. Der hat eine 360-Cam am Helm oder was ist das genau? Ich denke, das schaut so groß aus, oder? Oder er lässt sich fernsteuern. Es ist ja verboten für die Fahrer, einen Funk im Ohr zu haben, weil man könnte theoretisch einen Funk mitnehmen und einen Fahrer unten einen Coach unten haben, der einem genau sagt, wie schnell man rotieren soll oder wie weit man machen soll. Ja, damit das nicht unfair ist, ist das von vornherein, kann ich glauben. Ja, Gott sei Dank, weil ich meine, das ist einfach, finde ich, eine wesentliche Skill, dass man sich vorbereitet, dass man weiß, was man vorhat, dass man das dann auch gut macht. Ja, beim Filmen im freien Gelände kann das schon hilfreich sein, wenn du zum Beispiel im Steilgelände mit Slav umgehen musst, dass dir eine hilft und sagt, was gerade um dich herum abgeht. Unser letzter Rider für heute, Encores, startet er mit Mach 3 Speed in Space. Full Speed, floated a white hinein über die Windle. Und mit unglaublicher Geschwindigkeit. Wow, 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 super dynamischer Run von Michiralle. Also, ich würde sagen, einer der schnellsten, wenn nicht der schnellste Run des heutigen Tages, ich glaube, mit so wenigen Zeit hat es noch keiner geschafft. Und ein letztes Mal sehen wir heute noch den Kicker, der so viel über Freude und Leid entschieden hat an diesem Tag. Da kommt der weite Backflip. Und es geht so raus. Bisschen in den Backseat gedrückt. Auch leicht überdreht, aber kann aus der Hocke wieder aufstehen. Und jetzt geht es in Richtung Ziellinie. Drei, zwei, eins. Durchs Ziel für Michael Ralle. Und jetzt darfst du es aussprechen. And that's a wrap. Und wir sind ohne Verletzungen durch den Tag gekommen. Mit wahnsinnig großartiger Action hier der Replay von Michael Ralle. Wahnsinnig weit reingesetzt. Fliegt da ins Face. Ein schöner Dreier. Und dann am Schluss noch der Backflip. Wenn er so fast überdreht und er sich gerade noch rausgeht. Er bleibt eigentlich nur mit der Hand hängen. Das war noch cleaner, als er es ausgeschaut hat. Wow. Die Judges müssen sich noch ein letztes Mal hineinhängen. Und schauen, wo sich der Michael Ralle einreitet. Timo Rollshofen mit 84 in Führung der Zeit. Marion Ebenbichler mit 75 auf Platz 2. Und Nicolai Melmer auf Platz 3 mit 70,76 Punkten. Einmal noch die Judges am Nachdenken an Punkte vergeben. Wow. Wahnsinn. So viel gute Action heute. Ich bin echt total beeindruckt. Ich bin auch total beeindruckt. Ich bin auch beeindruckt von der Vielfältigkeit von diesem Face, was es alles bietet. Weil wir haben oben wirklich Big Mountain Variations von echt komplexen Herangehensweisen an Cliffs gesehen. Wir haben im unteren Bereich über die Kicker einfach Freestyle-Moves gesehen. Wir haben viel Gelände, kleinere Hits entdecken können mit den ganzen Ridern. Und ja, das ist großartig. Ja, wie der Event geboren worden ist, wurden diese Kicker ja quasi aus der Not geboren. Weil man gesagt hat, okay, oben sind tolle Felsen, aber unten ist nicht viel Action. Dann bauen wir halt zwei Kicker. In den Anfangstagen haben die Fahrer das eher kritisch beruhigt. Man sagt, wir sind ja doch Freerider und keine Freestyler. Aber inzwischen hat es sich so etabliert. Und der Event hat heute wieder mal gezeigt, wie toll Freestyle und Freeride zusammenpassen. Und was das für Progression in unserem Sport ist, wenn man das Freestyle wirklich einbaut. Genau. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch gesehen, Progression ja. Und man braucht aber auch ein richtig gutes Skillset, um Freestyle-Moves im Freeriden umzusetzen. Genau. Das ist natürlich schwierig, weil keiner von den Fahrern heute durfte sich auf den Kicker stellen oder genau die Landung anschauen. Und das macht es für mich auch schwierig. Result Ski-Women, Freeride World to Qualify, Alpachtal 2023. Dritter Platz, Ricarda Berenfield aus Deutschland. Zweiter Platz, Tina Plitznakova aus Bulgarien. And the winner is Local Hero, Vicky Candlin. Bravo, Vicky. Gratuliere zu einem Heimsieg heute. Gratuliere. Das war eine sehr gute Show. Wir sind happy mit den Ski-Women. Weitere Plätze dann. Vierte, Isjel Potthofen aus den Niederlanden. Und Sarah Puse aus Deutschland. Teresa Novotna aus der Tschechischen Republik. Tabea Runge aus Deutschland. Isabel Limberger. Und neunte ist Lea Goldberger. Genau. Ganz knapp. Dritter bis fünfter Platz innerhalb von 2,7 Punkten. Da war es wirklich ganz knapp heute. Das waren die Ski-Mädels. Unsere nächste Kategorie. Snowboard Jungs. Dritter Platz, Russia Represents Anton Solotarev. Zweiter Platz, Philipp Langeus. Und der Winner of the Day, Sebastian Keplinger. Mit 80,33 Punkten. Das ist echt schon ein ziemlich guter Run. Und dann vierter, Lorenz Neuchel. Fünfter, Fabio Riedl. Sechster, Vincent Theurer. Siebter, Manuel Ries. Achter, Alexander Schulze. Neunter, Paul Spies. Und zehnter, Jonas Petrich. Alle aus Deutschland oder Österreich. Genau. Elfter, Adrian Adelsberger, der auch einen super Run oben gehabt hat. Und dann einen massiven Crash. Markus Riedl, Leonhard Ravoy. Michi Fraunstein als vorletzter. Er hat gesagt, es wäre toll, wenn er nicht letzter wird. Er ist vorletzter geworden in seinem Gorilla-Suit auf dem 2-Meter-Board. Und Alex Bohner als 15. Da unten das Feld ab. So, dann kriegen wir die Skimädels wahrscheinlich als Nächste. Ah, Entschuldigung. Die Snowboard-Damen, ja. Ach, da fange ich oben an. Mit zwei Backflips. Den ersten in einem Open-Faces-Contest. Olivia Riedl aus Österreich. 86,67 Punkte. Das heißt, wenn man die 10 für den Sturz abzieht, war sie bei knappe 100. Martina Matula aus der Slowakei. Gratulation zum zweiten Platz. Und Sonka Kurz aus Deutschland. Ihrem ersten Free-Rail-Contest am Podium mit 67,33. Und da freuen wir uns natürlich besonders. Vierte ist Hanna Gutermann aus dem Osten Österreichs. Fünfte, Daria Zakhodiakina. Gott sei Dank, Flo, du rettest mich hier. Sechste, Lena Oberdorfer aus Österreich. Und siebte, Natascha. So, ich höre von der Regie. Wir müssen noch kurz warten auf die Ergebnisse bei den Ski-Männern. Warum? Die Judges diskutieren noch über den Sieger des heutigen Tages. Das heißt, da geht es gerade ganz knapp her. Die gehen jetzt nochmal ihre Judging-Listen genau durch. Vergleichen, wer hat an welchem Felsen welchen Sprung gemacht. Gab es irgendwelche Kontrollprobleme? Wie war die Geschwindigkeit? Wie war der Line-Choice? Und wie spektakulär waren die Sprünge? Also, richtig schwierig, glaube ich, heute für die Judges. Richtig schwierig. Und Gott sei Dank haben wir ein sehr erfahrenes Judging-Panel hier mit... Es ist ja eine eigene Judging-Ausbildung. Das kann man auf der Freeride-World-Tour-Seite nachlesen. Genau. Und dann gibt es eine gewisse Ratio an erfahrenen und Rookie-Judges, die man in einem Panel haben darf. Und wir haben heute ein super erfahrenes Judging-Panel. Da hat sich zum Glück sehr viel getan. Vor einigen Jahren herrscht da wirklich noch akuter Mangel an Judges. Inzwischen haben wir diese erfahrenen Judges auf der ganzen Welt eigentlich. Und es werden auch immer mehr, weil viele erfahrenen Freeride sagen, hey, wenn ich selber nicht mehr mitfahre, dann kann ich trotzdem mit dabei sein. So wie wir als Kommentatoren. Genau. Ist man immer noch der Szene verbunden. Schaut euch diese Bilder an. Freeride-Spirit-Pur im Alpachtal, im Ski-Jowel. Genau, also die Judges hier sind jetzt heute der Tom Löffler, der Head-Judge ist. Und dann der Michi Sender-Strauss, der extrem viel Erfahrung selber im Freeriden hat. Und auch die Claudia Klubasa, die sich heuer am Anfang der Saison leider ein bisschen weh daran hat und auch jahrelang Contests gefahren ist. Und die haben jetzt die schwierige Entscheidung zu treffen, wo sich der Michi Ralle hier einreihen wird. Genau. Ganz, ganz spannend. Ich refreshe immer wieder die Webseite von openfaces.com, aber ich glaube, dass wir das Resultat erfahren werden, hier live, bevor es dort zu sehen ist. Live gibt es natürlich auch hier noch die Siegerehrung. Also wenn ihr hier in der Nähe seid, im Alpach, schaut so vorbei. Und gratuliert zu den Siegern des heutigen Tages. Es zahlt sich aus. Freeride-Spirit-Pur hier auf der Wiedersberger-Hornalm. Ja, Manu, wie geht es weiter? Wo ist der nächste Contest 2023? Ich glaube, es geht von hier in die Silivretta. Nein, es geht nach St. Anton. Nächstes Wochen in St. Anton ein Junior-Contest. Das sind viele, die hier heute beim Junior-Event dabei waren, natürlich auch wieder am Start. Und sammeln Punkte für die weltweite Junior-Wertung. Und dann der erste Vier-Sterne-Contest in Montafon. Genau. Vom 23. bis 26.02.23. Das ist Open Faces in Montafon zu Gast. Auch hier kann man nur sagen, schaut vorbei, wenn Zeit ist, weil spektakuläre Show auf jeden Fall. Vier-Sterne ist schon so richtig. Da steht man unten und denkt sich nur noch, wow. Genau, das ist der letzte Vier-Sterne-Contest in Europa, bevor es den Cut gibt. Die besten Fahrer dürfen dann in die zweite Saisonhälfte weiter und matchen sich dort mit den Besten der Freeride-Worldtour, die dort den Cut nicht geschafft haben, um die Worldtour-Plätze in der nächsten Saison. Also da ist wirklich Crunch-Time. Genau, Crunch-Time. Und dann den noch Einstern-Qualifier in Gurgel, der eben parallel läuft mit ganz vielen Events in der Freeride-Woche, Gurgel. Genau. Die Freeride-Worldtour dann auch zu Gast in Fieberbrunn beim vorletzten Event, bevor es dort zum Finale ins WP geht. Auch ganz sehenswert. Da ist wirklich stolz zum Vorbeischauen. Und zum Abschluss Saison das große Freiheit-Finale für Europa in Obergurgel, der Vier-Sterne, wo entschieden wird, welche Fahrer dann auf der Worldtour nächstes Jahr sind und welche zurück auf die Qualität feiert haben müssen. Also ein dichtgepacktes Event-Programm in Österreich. Genau, die Freeride-Programm. Genau, dichtgepackt. Auch der Highlight-Clip vom letzten Jahr, den wir uns nochmal anschauen. Da sehen wir jetzt sicher die Progression von 22 auf 23. Film ab für den Highlight-Clip, während wir noch hochgespannt auf das Resultat der Skimänner hier heute warten. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Alpbachtal. zu sehen. Open Faces für eine Tour im Alpachtal ist Geschichte bei perfekten Bedingungen. Blauer Himmel und Pulverschnee war ein mega Tag heute, oder? Wie du bereits gesagt hast, Widersberger Horn im oberen Teil richtig Big Mountain, Cliffs, Transfers, Powder Turns nach dem gestrigen Neuschnee. Echt fantastische Bedingungen und unten dann mit den Man-Made-Kickern ein perfekter Spielplatz und ich würde sagen, Open Faces ist absolut delivered. Schaut euch das einmal an, Riding the Sun Shadow Line, just as you see it in the movies. Was macht sie mit dem Völk? Ja, das ist Sheet Technik, wie sie mir gefällt. Ulla Gilot, meine Damen und Herren, notieren Sie sich diesen Namen? Schaut diese traumhaften Bilder an. Wahnsinn! Sending the Slough over the Cliff. Uh! Frontside 3! Probiert's mit dem Back-Key! Bleib stehen auf der Backside! Bravo Korn! Jaaa! Jaaa! Das war da weit, das nächste Mal. Der Weitsprung-Rekord beim Schau! Spiel! Jaaa! Das kann nicht sein! Noch einer! Lying down the mountain! Erster Cliff am weitesten von alle und dann macht er drei Backflips und zwar den zweiten, das war unglaublich. Ein Transfer-Backflip. Stolze und lachende Gesichter von den Podium-Finishers letztes Jahr. Die sehe ich auch, wenn ich auf dem Fenster raus schaue, da liegen sie sich schon gegen seinen Armen. Aber wir warten immer noch auf das finale Resultat. Meine Damen und Herren, schaltet den Livestream nicht aus, bis ihr nichts weiss, wer heute in der Königsdisziplin bei den Skimännern gewonnen hat. Genau. Und die Charges machen es sich natürlich nicht leicht, weil da geht es doch um einiges. Da geht es darum, wer welche Punkte kriegt, wer dann die höher gewerteten Contests 2 und 3 Stern fahren kann. Und es gab einfach sehr viele sehr gute Runs, die dann im unteren Bereich doch ein bisschen fehlerlastiger geworden sind. Und die alle richtig zu vergleichen und richtig zu reihen, ist jetzt die Herausforderung, die die Ski-Charges haben. Genau. Aber ich bin mir sicher, dass es unterm Strich dann passt. Wie gesagt, es geht ja nicht darum, wer wie viele Punkte bekommt absolut, sondern es muss nur im Verhältnis stimmen. Das Ranking muss am Schluss stimmen. Und ja, ich bin gespannt. Hat der Nico Patel, glaubst du, noch eine Chance mit seinem Run mit den Backflips oben da in die Top 3 hineinzufahren? Und auch unser letzter Starter, Michael Ralle, hatte noch einen super cleanen Run abgeliefert. Also ich traue mir da überhaupt keine Prognosen treffen. Nein, ich auch nicht. Also ich traue mich gerade keine Prognosen treffen. Und ich meine, man freut sich immer, wenn es schwer für die Charges ist. Weil im Endeffekt hat es dann geheißen, dass das Ryder Feld extrem gut performt hat und eine extrem gute Leistung abgeliefert hat. Aber man ist dann auch froh, wenn man nicht in den Schuhen der Charges gerade stecken muss. Nein, in den Schuhen der Charges möchte ich nicht stecken. Was jetzt ganz toll ist, ist, dass ganz viele Gäste, die hier zum Freeriden sind, jetzt in das Contest-Face hineinfahren und wirklich da auf Tuchfüllung sind mit den Kickern und den Felsen, die unsere Teilnehmer beim Freeride-Contest ja gerade absolviert haben in tollen Sprüngen. Also Freeriden auf Tuchfüllung auch für normale Gäste und nicht Profi-Frieder hier im Alpachtal. Ja, das ist großartig. Ja, ich muss auch sagen, dass wir bei Contest eben immer wieder auch echt Crews haben, die einfach mal World-Tour-Feeling schnuppern wollen und mal rausfinden wollen, okay, wo stehe ich eigentlich? Weil man hat ja sonst nicht so die Möglichkeit, dass man sich mit anderen vergleicht. Und oftmals denkt man auch gar nicht dran, wie das so ist, wenn man dann in einem Vergleichs-, in einem Wettbewerb ist. Oh, wir haben hier Resultate. Wir haben Resultate. Max Frach, der letzte Rider, reißt sich noch auf den dritten Runger mit 78 Punkten. Nico Patel, Mr. Backflip, ganz knapp hinter dem ersten Platz mit 83, 33 und Winner of the Day vom Germany, Vize-Weltmeister gerade bei der Euro-WM, Timo Rollshoven. Wow, das ist noch spannend geworden. Von den vier letzten Fahrern, zwei am Podium. Wahnsinn. Und dann geht es weiter mit dem vierten Platz. Marian Ebenbichler und fünfter Michiralle, die sind ganz knapp beieinander, nur zwei Punkte auseinander. Sechster Nikolai Melmer, siebter Simon Dankl, achter Lenz Markhoff, neunter Luca Wieland, alle aus Österreich und Deutschland und zehnter aus Österreich, Christoph Derflinger. Wie knapp war das? Und ein Punkt beim ersten Platz nur. Dann geht es weiter. Thomas Steiner, elfter, Jonas Reuter, zwölfter, Tobi Kerber am dreizehnten, Jake Müller mit einem tollen Runder im Crash auf dem vierzehnten, Julius Tentz am fünfzehnten und Moritz Steinberg am sechzehnten. Ruben Oberberg, 17, Per Altenkramp, 18, Jonas Koch, 19 und Vincent Diron Requenya, No Score. Da waren ganz viele dabei, die auch das Zeug gehabt hätten für ein Podium, die bei einem Sprung meistens beim letzten Kicker einen Fehler gehabt haben. Aber ja, all or nothing, haben die sich gedacht. Ja, kann man nichts machen. Es ist halt deswegen, es waren jetzt auch sehr viele Punkte, Ränge in den um die 50, 60 irgendwo herum oder knapp drunter. Das sind halt die, die eigentlich oben so super gewesen wären, aber halt leider hat nichts sollen sein. Und wir freuen uns, dass ihr uns zugeschaut habt. Genau. It's a wrap. Wir sagen danke. Freer World Tour Qualifier, Alpbach, Einstein und Junior, Zweistanzin Geschichte, eine Wahnsinnshow. Ganz viele Neuheiten. Backflips, Double Backflips, Double Frontflips. Bei den Damen sogar Backflips. Also wir sind noch gesorgt. Wir gehen jetzt hinaus und feiern mit den Frauen. Wir wünschen uns, dass ihr wieder dabei seid im Montag von beiden Wochen, wenn es wieder heißt Open Faces Freer Contest. Das war's aus dem Alpbach-Dach für 2023. Manu, danke. Ja, macht es gut und bis zum nächsten Contest. Macht es gut und right on. Right on. Ciao. Das war's aus dem Alpbach-Dach.